Herr Kollege Schmiedl, es war ja nicht das erste Mal. Ich erinnere an die letzte Rede des Kollegen Röhm. Ich erinnere an die letzte Debatte, die der Kollege Röhm begonnen hat, wo dann der Finanzminister gerade in der letzten Minute eingetreten ist. So viel zum Thema Respekt vor dem Parlament. Meine sehr verehrten Damen und Herren, Herr Minister Dr. Schmied hat bei seiner Einbringungsrede in der vergangenen Woche mehrfach betont, dass das Land Baden-Württemberg nach 2011 auch 2012 ohne neue Schulden auskommen wird. Das ist zunächst schon einmal zu begrüßen, auch anzuerkennen, aber das ist auch alles, was an guter Nachricht verbreitet wurde. Meine Damen und Herren, die ganze finanzpolitische Wahrheit Ihres Haushaltsentwurfs den Sie vorgelegt haben, ist es nicht. Bei genauer Betrachtung ist die Wahrheit vielmehr der Dreiklang. Konsolidierung verschieben, strukturelle Mehrausgaben beschließen, Schattenhaushalte anlegen. 2011 war ein Boomjahr, das finanzpolitisch von Iden nicht genutzt wird. Denn schon die Deckungslinie in der mittelfristigen Finanzplanung des Jahres 2013 in Höhe von rund 2,5 Milliarden Euro zeigt, dass Grün-Rot die Hausaufgaben im ersten selbstgestrickten Haushalt 2011 und 2012 nicht gemacht hat. Grün-Rot lebt im Jahr 2012 von der Substanz 560 Millionen alte Kreditermächtigungen, eine Milliarde an Resten des Jahres 2011, die Sie im Jahr 2012 verbraten, 400 Millionen Euro Sanierungsrücklage aus Steuermehreinnahmen, die Erhöhung der Grunderwerbsteuer. So viel die Eckdaten. Sie verschieben damit die Konsolidierung, Sie lassen auch nicht einmal einen Weg der Konsolidierung in den nächsten Jahren erkennen. Mit dem Nachtragshaushalt 2007-2008 hat die CDU-Fraktion gemeinsam mit der FDP gezeigt, dass in einem Boomjahr tatsächlich möglich ist. Denn wir haben im Jahr 2008 nicht nur die Neuverschuldung auf Null gesenkt, sondern einen weiteren Versorgungsfonds für die Beamtinnen und Beamten des Landes mit 500 Millionen Euro bestückt und eine Tilgung der Landesschulden damals um 250 Millionen Euro vorgesehen. Und damals waren die Einnahmen um 2,3 Milliarden Euro niedriger als zum gegenwärtigen Zeitpunkt. Aufgrund der Entscheidungen im Rahmen der nachfolgenden weltweiten Finanz- und Wirtschaftskrise wurde dieser Vertrag dann umgewidmet für das Landesinfrastrukturprogramm. Die Auswirkungen der Krise sind zwischenzeitlich überwunden. Das haben Sie, lieber Herr Dr. Schwieb, letzte Woche in diesem Hohen Hause bereits aufgeführt. Diese Einschätzung teilen wir. Jetzt müssen aber daraus an die notwendigen Schlüsse gezogen werden. Gerade von einer Regierung, die sich Nachhaltigkeit und soziale Gerechtigkeit auf die Fahnen schreibt, eine solche Regierung hätte einen anderen Haushalt vorlegen müssen. Wer nachhaltig denkt und handelt, der baut für morgen vor, er denkt in die Zukunft und er entscheidet nicht für sich, sondern für die kommenden Generationen. Sie dagegen, Herr Minister, Sie nutzen die Kunst der Stunde und geben derzeit angepasst den reichen Weihnachtsonkel. Sie machen großmütige Geschenke. Sie sagen den Menschen dabei nicht, dass die Rechnung für das Beschenkte nach dem Fest im Briefkasten landet. Wer erfolgreiche Finanzpolitik oder eine verantwortungsvolle Haushaltspolitik gestanden will, muss zunächst einmal die Wirklichkeit betrachten. Und die finanzpolitische Wirklichkeit hat sich seit 2008 verändert. Wir haben im Land eine Schuldenbegrenzungsregel in der Landeshaushaltsordnung, die Sie dazu verpflichtet, dass wir die Schulden, die wir in 2010 aus konjunkturellen Gründen, ich betone das ausdrücklich, aufnehmen mussten, dass Sie diese auch zurückführen. Dazu hätten Sie die 2 Milliarden Euro Steuermehreinnahmen verwenden müssen. Wann wollen Sie die konjunkturell bedingten Schulden tilgen, wenn nicht in einem Boomjahr wie in diesem. Seit dem 1. Januar 2011 gilt die verfassungsrechtliche Schuldenbremse für den Bund und die 16 Länder. Die Länder sind verpflichtet, ihre Haushalte so aufzustellen, dass sie ab 2020 bei konjunktureller Normallage keine neuen Schulden machen müssen. Dazu wird aber Baden-Württemberg nur dann in der Lage sein, wenn wir bis dahin das strukturelle Defizit abgebaut haben. Nach der aktuellen Berechnung des Rheinisch-Westfälischen Instituts in Essen liegt das strukturelle Defizit unseres Landeshaushaltes im Jahr 2011 nicht bei denen von Ihnen immer wieder zitierten 2,3 oder 2,4 Milliarden Euro, die Sie als eine vermeintliche Döckungslücke in der bisherigen mittelfristigen Finanzplanung ausgemacht haben, sondern bei tatsächlich nur 1,216 Milliarden Euro. Nachhaltige Finanzpolitik heißt aber, dieses Problem nicht bis Weihnachten 2019 aufzuschieben, sondern jetzt mit der Lösung der Haushaltsprobleme zu beginnen. Aus heutiger Sicht müssen wir in den Jahren 2012 bis 2019 Jahr für Jahr 152 Millionen Euro strukturell im Haushalt einsparen. 152 Millionen Euro Jahr für Jahr. Und das, meine sehr verehrten Damen und Herren, ist schlichtweg auch leistbar. Aber Sie tun es nicht. Sollten sich die Steuereinnahmen nicht stabilisieren oder gar steigen, wie im letzten Jahrzehnt jährlich durchschnittlich nur um 1% war das Wachstum etwa, dann wird dieser strukturelle Defizit auf Basis Ihres Haushaltes sogar noch ansteigen. Was machen Sie, statt jetzt zu konsolidieren? Sie erhöhen das strukturelle Defizit des Landes. Ihr Haushalt ist damit das Gegenteil von nachhaltig. Er treibt Baden-Württemberg weiter in die Verschuldung. Und deshalb ist für die Konsolidierung, und das sieht man an der finanzpolitischen Wahrheit Ihres Haushaltsentwurfs, der vermutlich mehr oder minder auch von den Regierungsfraktionen dann auch so beschlossen werden wird, ist eine Schuldenbremse in der Landesverfassung unabdingbar, weil Sie sich für die Zukunft nicht an die Regeln der Landeshaushaltsordnung halten werden. Das haben Sie bereits im Nachtrag im Jahr 2011 unter Beweis gestellt. Die Regierungsfraktionen haben wir in der Plenardiskussion Verhandlungsbereitschaft hinsichtlich der Verankerung einer Schuldenbremse in der Landesverfassung geäußert. Das greife ich gerne noch einmal auf und bin auch bereit, mit den Regierungsfraktionen über eine Verankerung der Schuldenbremse in der Landesverfassung noch einmal eingehen zu sprechen und nicht nur Argumente auszutauschen, sondern mit dem Ziel, dieses auch in der Verfassung zu verankern. Aber bitte nicht wachsweich, sondern, wie wir die Regelung heute in der LHO bereits haben, knallhart. Dabei darf der Fokus der Diskussion aber nicht darin bestehen, dass die Regierungsfraktionen der CDU-Fraktion wie mit dem Kassensturz angebliche Versäumnisse in der Vergangenheit andichten und aus diesem Grund aktuell eine Schuldenbremse ablehnen. Hierfür ist das Thema zu wichtig. Die grün-rote Landesregierung kann mit dem Landeshaushalt auf 58 erfolgreiche Jahre, in denen die CDU-Fraktion die Geschicke des Landes maßgebend beeinflusst hat, aufbauen. Meine Damen und Herren von der SPD, Sie sollten sich daran erinnern, dass Sie in den 58 Jahren ein paar Mal mit dabei waren. Sie sollten sich daran erinnern, dass Sie ein paar Mal mit dabei waren und auch dazu ein Stück weit beigetragen haben. Sie haben also von uns ein wohlbestelltes Feld erhalten. Würde dies, wie Sie behaupten, nicht stimmen, könnten Sie jetzt nicht so aus dem Vollen schöpfen, wie Sie es tatsächlich tun. Schauen Sie doch beispielsweise auf die Finanzlage der Kommunen. Unser Prinzip war immer Subsidiarität, Stärke von unten nach oben. Sind die Kommunen stark, dann ist das das ganze Land. Wir haben unsere Kommunen im Gegensatz zu vielen anderen Ländern auch in fiskalischer Hinsicht respektiert. Unter anderem zeigt sich das an dem Konnexitätsprinzip, das wir gemeinsam in der Verfassung verankert haben. Wer bestellt, bezahlt. Dieses Miteinander von Land und Kommunen darf nicht zerstört werden. Die traditionelle gute Zusammenarbeit zwischen Land und Kommunen darf nicht gefährdet werden. Nicht ohne Grund stehen deshalb unsere Städte und Gemeinden unter den alten Flächenländern am besten da. Trotz des schwierigen Umfelds konnten die Kommunen in den letzten zehn Jahren Sie sollen mal ein paar Wahrheiten zuhören und jetzt ständig dazwischenquaken. Meine Damen und Herren, das nützt auch nichts, weil man Zahlen nicht anschreien kann. Trotz des schwierigen Umfelds konnten die Kommunen in den vergangenen zehn Jahren einen Überschuss in der Summe von 1,6 Milliarden Euro erwirtschaften, während das Land im gleichen Zeitraum ein kumuliertes Finanzierungsdefizit von 23,6 Millionen Euro hatte. Die Kommunen sind auch deutlich geringer verschuldet als das Land. Kommunen einschließlich der Eigenbetriebe derzeit bei 1187 Euro pro Einwohner das Land über 4.000 Euro je Einwohner. Aber, meine sehr verehrten Damen und Herren, interessanter ist noch nur, wenn man die Gesamtverschuldung, die Pro-Kopf-Verschuldung von Kommunen und Land zusammenzählt, dann wird nämlich eines deutlich, dass scheinbare Musterländer wie Bayern und Sachsen weit abfallen und Baden-Württemberg in der Summe der Verschuldung der öffentlichen Haushalte von Land und Kommunen am besten in Deutschland dasteht. Meine sehr verehrten Damen und Herren, so stelle ich mir das gute Zusammenwirken von Land und Kommunen vor. Man muss sie ein Stück weit als Einheit sehen, darf aber auch den eigenen Haushalt und die eigene Verantwortung dahinter nicht verstecken. Der Finanzminister, oder vielleicht auch der Kollege Schmidl, der dann immer wieder auf das Beispiel Rheinland-Pfalz zurückgreift. Rheinland-Pfalz. Rheinland-Pfalz. Dort die Kommunen mit der höchsten, mit der höchsten, äh, mit der höchsten, nicht die höchsten, mit der höchsten, einer der höchsten Pro-Kopf-Verschuldungen. Das Land mit der höchsten, einer der höchsten Pro-Kopf-Verschuldungen. Dann wird gelobt, ein Pensionsfonds, der eingerichtet wurde, das stimmt, mittlerweile wird er gerade wieder aufgelöst. Aber es wird nicht gesagt, dass das Land Rheinland-Pfalz seine Pensionsfonds Zahlungen zugeführt hat und im gleichen Schritt wieder Zahlungen aus dem Pensionsfonds für neue Kreditaufnahmen letztendlich wieder herausgenommen hat. Meine Damen und Herren, Rheinland-Pfalz. Wer sich an diesem Beispiel orientiert, der liegt garantiert falsch. Und deshalb, meine Damen und Herren, die Messlatte für Baden-Württemberg ist nicht das Saarland, ist nicht Rheinland-Pfalz, sondern die Messlatte, wenn überhaupt, in finanzpolitischer Hinsicht, kann Sachsen und Bayern sein. Meine Damen und Herren, Sie haben in Ihren Weichenstellungen, die Sie gemacht haben, einiges dafür getan, dass Sie die Zukunft der Baden-Württembergerinnen und Baden-Württembergern aus ideologischen Gründen ein Stück weit mit verbauen. Sie machen scheinbar ideologische bedingte Innovationen. In Wirklichkeit führen Sie das Land damit weiter in die Verschuldung. Lassen Sie mich das Beispiel der Studiengebühren noch einmal bemühen. Mit der Abschaffung der Studiengebühren zum Sommersemester 2012 schlagen Sie eine Lücke, ja, man kann sagen, eine strukturelle Schneise in den Haushalt von zunächst 117, später 140 Millionen Euro. Und am Ende, das ist Ihr Phänomen sozialer Gerechtigkeit, bezahlt die Arzthelferin das Studium Ihres Chefs, wohingegen der Handwerksmeister seine Weiterbildung selbst bezahlt. Meine Damen und Herren, das ist ganz einfach. Und dann erhöhen Sie in einer Zeit wie dieser auch noch die Grunderwerbssteuer. Nach dem Motto, linke Tasche, rechte Tasche, ziehen erstmal den Menschen das Geld heraus, sagen, wir geben es als Wohltaten für die Kommunen dann ein Stück weit weiter, belasten aber in Wahrheit junge Familien. Denn wahr ist doch, auch die Kinderbetreuung unter drei kostet einen Elternbeitrag, der deutlich höher ist. Schauen Sie doch mal an, wie die Regelsätze in Tübingen beispielsweise liegen. Zwischen 245 und 343 Euro. Das ist der Elternbeitrag für den Regelsatz. Der ist noch sozial, bei geringerem Einkommen ist das nach unten gestaffelt. Aber das sind doch die Regelsätze. Das sind die Regelsätze. Und damit, meine sehr verehrten Damen und Herren, ist soziale, gerechte Politik nicht zu begründen. Applaus Und dass die Menschen, dass die Studenten nicht nur aus Baden-Württemberg, sondern aus ganz Deutschland wissen, dass die Qualität unserer Hochschulen gut ist und dass sie dafür auch bereit sind, Geld in die Hand zu nehmen, das zeigt doch erneut der Zuwachs an Studenten allein im Wintersemester dieses Jahres von 15 Prozent in unserem Land. Das kann doch, das heißt, die Menschen, junge Menschen sind bereit dafür, für gute Qualität auch Geld zu bezahlen. Applaus Ein weiteres Beispiel. Sie verzichten und verkünden es doch groß auf das Lebensarbeitszeitkonto für die Beamten. Wir haben das Lebensarbeitszeitkonto nicht deshalb erfunden, um primär Geld einzusparen. Das stand damals in der Spardiskussion als struktureller Einsparbeitrag, der eh nur begrenzt ist, der aber nur eh begrenzt ist. Sondern wir haben es in erster Linie erfunden, weil wir auch die Arbeitszeit in Baden-Württemberg der Mitarbeiterinnen und unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an die veränderten Rahmenbedingungen, die lebenslangen Rahmenbedingungen anpassen wollten. Mehr Flexibilität. Aber aus der größeren Flexibilität ergibt sich eben auch im Zweifelsfall auch eine strukturelle Einsparung über eine Zeit begrenzt. Und meine sehr verehrten Damen und Herren, natürlich ist es geboten, wenn man dieses vorhat, dann auch diese strukturelle Einsparung letztendlich auch im Haushalt zu nutzen. Das ist doch ganz klar. Und Sie haben daraus gar nichts am Ende gemacht. Das hätte zu Einsparungen im Endausbau von 160 Millionen Euro am Ende führen können, die Sie einfach nicht nutzen. Und meine sehr verehrten Damen und Herren, Sie nutzen ein weiteres Licht, weil Sie ja immer von strukturellen Defiziten sprechen. Wo sind denn Ihre Ankündigungen geblieben und die Beschlüsse des Landtags in der letzten Legislaturperiode zum Thema Länderfinanzausgleich? Wo bleibt denn der Ministerpräsident, der eine neue Kommission auf Bundesebene einrichten will? Denn das wäre der Fundus in der Tat gewesen, um tatsächlich strukturelle Mehreinnahmen zu erwirtschaften, wenn wir nicht mehr so viel in den Länderfinanzausgleich einzahlen müssten. Ja, Herr Kollege Schmiedl, es ist ja nicht, weil Sie regieren jetzt nicht mehr 100 Tage, sondern mittlerweile ein Dreivierteljahr. Und ein Dreivierteljahr hätte ich schon erwartet, wenn man solche Ankündigungen macht, als Tiger startet, das ist ja das erste Mal, dass Sie als Tiger starten, als Bettvorleger landen. Denn wenn man solche Ankündigungen macht, dann hätte ich mal erwartet, dass man erste Schritte dorthin letztendlich aussieht. Aber der Ministerpräsident, er macht einmal Ankündigungen, spricht dreimal im Plenum, dazu zweimal zu S21, außer der Regierungserklärung bisher noch nichts. Und von all den Ankündigungen ist doch nichts, aber auch gar nichts übrig geblieben. Meine sehr verehrten Damen und Herren, im Gegenteil, Sie machen dann eines, dass Sie die Mitarbeiter und Mitarbeiter des Landes zu den alleinigen Sparschweinen machen. Also in einem Gesamtpaket hätte vermutlich auch der Beamtenbund in Baden-Württemberg ein Stück weit Verständnis gehabt, wenn Sie strukturell etwas getan hätten. Aber die einzige strukturelle Tat, die Sie in der Frage Einsparungen machen, die einzige, sind 30 Millionen Euro strukturelle Kürzungen bei den Beamten. Neben der Verschiebung der Gehälter, die ja nur einmalig wirkt. Das ist die einzige strukturelle Tat, die Sie vollbringen. Und das kommt noch nach einer Ankündigung des Kollegen Schmiedl, Anfang des Jahres, sogar mit einem Antrag im Landtag, den Sie damals gefordert haben, dass das Tarifergebnis im öffentlichen Dienst eins zu eins auf die Beamten übertragen werden soll. Meine sehr verehrten Damen und Herren, also so viel zum Thema Ankündigung und Wirklichkeit. Meine Damen und Herren, ich meine, der Kollege Schmiedl, der ist ja wiederholt als Tiger gestartet und als Bettvorleger gelandet. Das war das erste Mal. Die Muskeln, dick aufgebläht, keine neuen Stellen mehr in diesem Haushalt. Was kam raus? Am Ende war es nur ein kleiner zweistelliger Betrag und dann ganz versteckt noch einmal weitere 100 Stellen. Alles Bereiche, die man durch Umschichtungen hätte erreichen können. Meine sehr verehrten Damen und Herren, so sieht das Regierungshandeln derzeit aus. Meine sehr verehrten Damen und Herren, war es eines, war es eines, dass die größte, ich sage nicht Belastung, aber der größte Ausgabenfaktor im Land in der Tat die Personalkosten sind. Aber meine sehr verehrten Damen und Herren, erstens ist zu berücksichtigen, dass die Personalkosten in den letzten Jahren um 2% im Verhältnis zum Gesamthaushalt gefallen sind. Und zweitens ist eines zu vermerken, dass eben der Dienstleisterland auch Personal braucht. Eine funktionierende Verwaltung, eine Verwaltung muss funktionieren. Und sie wird nicht dann funktionieren, wenn man ständig den Personalkörper aufbläht und damit 300 neue Stellen im Jahr 2011, jetzt über 100 neue Stellen in diesem Haushalt. Strukturell macht es eine Größenordnung von knapp 30 Millionen Euro aus. Wenn sie das nicht getan hätte, wäre der Sparbeitrag der Beamten strukturell obsolet geworden. Sie haben allein durch die Stellenvermehrung dafür gesorgt, dass der Haushalt weiter aufgebläht wurde. Meine Damen und Herren, anstatt den Beamten an den Geldbeutel zu gehen, hätten sie auf diese Stellenvermehrung verzichten sollen. Und sie hätten damit auch sozial gerecht gehandelt. Meine sehr verehrten Damen und Herren, der unionsgeführten Regierung ist es in der Vergangenheit immer wieder gelungen, die ursprünglich in der jeweils mittelfristigen Finanzplanung ausgewiesene Deckungslücke bei der nachfolgenden Haushaltsaufstellung durch Einsparmaßnahmen zum größten Teil zu schließen. Die in der mittelfristigen Finanzplanung ausgewiesene Lücke war immer Auftrag und Mahnung an den nächsten Haushaltsgeber, an den künftigen Haushaltsgesetzgeber, aber auch ein Planungsinstrument. Sie haben, Herr Finanzminister, mit Ihrer Pressebeteiligung vom 4.10.2011 erkennen lassen, dass Sie dieses Planungsinstrument vollkommen verkennen. Denn Sie haben die Planeingaben der Ressorts zu diesem Zeitpunkt als Faktum, Datum tatsächlich anerkannt. Und damit haben Sie die wichtigste Aufgabe eines Finanzministers versäumt. Anstatt Führung zu zeigen, haben Sie eine Politik wie Metzgerladen zugelassen nach dem Motto, darf es ein bisschen mehr sein. Und diese Ziel- und Planlosigkeit, Orientierungs- und Konzeptlosigkeit zieht sich weiter durch den Haushalt. Wir könnten jetzt alle Ministerien aufhören. Ich will beispielhaft nur einige wenige Positionen nennen. Nehmen wir den Haushalt, werfen wir einen Blick in den Haushalt des Ministeriums für ländlichen Raum. In der Landwirtschaft zeigt die Kürzung um rund 20 Prozent in dem für die Landwirte zentralen Meka-Programm deutlich, dass es dem Landwirtschaftsminister auch nicht im Ansatz gelungen ist, eine tragfähige Lösung für unsere bäuerlichen Betriebe zu finden. Unsere Betriebe werden sich offenbar daran gewöhnen müssen, dass die neue Landesregierung nicht in der Lage ist, für verlässliche Rahmenbedingungen zu sorgen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, vor allen Dingen, wenn man auch weiß, dass die Kofinanzierung aus europäischer Ebene durchaus in Deutschland vorhanden ist und hätte umgeschichtet werden können. Meine Damen und Herren, Im Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum kürzen Sie von 50 auf 40 Millionen Euro und belegen diese nun knapper werdenden Mittel zusätzlich wieder Vorgabe, dass faktisch nur noch Projekte zum Zukommen, die dem Klimaschutz dienen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, Sie verstärken damit die Disparität zwischen Städten und ländlichen Räumen. Und unsere Stärke in Baden-Württemberg war und ist es, dass Städte und ländliche Räume sich gleichermaßen wirtschaftlich und sozial gleichermaßen entwickeln. Und Sie sollten alles dafür tun, dass die Disparität nicht größer wird, sondern dass sie kleiner wird. Und mit Ihren Ansätzen machen Sie genau das Gegenteil. Oder ein anderes Beispiel zwischen Anspruch und Wirklichkeit. Da muss man noch an den etwas peinlichen Auftritt des Ministerpräsidenten beim Gemeindetag Baden-Württemberg erinnern. Dort ging es unter anderem auch um das Thema der Krankenhausfinanzierung. Die SPD ist gestartet mit einer Ankündigung, man werde die Finanzierung der Krankenhäuser von der Investitionsförderung verdoppeln. Sprich von 350 auf 700 Millionen Euro. Die Grünen haben immerhin noch angekündigt, 700 wäre das nicht, aber 600 Millionen. Das wollen wir schon wagen. Im Mai hat die Ministerin Altpeter noch verkündet, dass der Investitionsstau bis zum Jahr 2016 vollständig abgebaut sein wird. Und was kam raus? Meine sehr verehrten Damen und Herren, linke Tasche, rechte Tasche, Sie haben die kommunale Investitionspauschale gekürzt um 45 Millionen Euro. Das heißt, den Kommunen Geld entzogen und dafür die Krankenhausfinanzierung um 45 Millionen erhöht. Meine sehr verehrten Damen und Herren, seriöse Politik für die Kommunen sieht anders aus, als mit dieses derzeitige. Ein weiterer kleiner Ansatz, aber das ist bezeichnend für das Thema Anspruch und Wirklichkeit, landeszentrale politische Bildung, Herr Kollege Skerl. Sie haben getönt, noch hier vor wenigen Wochen, getönt, wohlgemerkt, wir werden die Mittel aufstocken. Ein Blick in den Haushalt offenbart, dass die Landeszentrale Kürzungen hinnehmen muss, von derzeit 1,199 Millionen Euro, also 1.119.000 auf 847.000, das ist ein Minus, ein Minus von 352.000. Wo bleibt hier Anspruch und Wirklichkeit? Meine sehr verehrten Damen und Herren, auch hier gilt versprochen und gebrochen. Meine Damen und Herren, die Regierung bläht sich selber auf, schafft neue Stellen, aber auch ein neues Ministerium. Und im Haushalt für das Integrationsministerium steht jetzt ein Forschungsauftrag zur Einstellung der Aufnahmegesellschaft über die Integration. Also, wie wir, wir sind die Aufnahmegesellschaft, wir die hier Lebenden, wie die Aufnahmegesellschaft über die Integration denkt. Meine Damen und Herren, das ist jetzt ganz neu. Da wird ein Ministerium geschaffen, da sagt man mal, es ist einfach notwendig, und dann fragt man, und dann fragt man, woraus denn die Aufgabe dieses Ministeriums bestehen soll. Nichts anderes verbirgt sich dahinter. Meine sehr verehrten Damen und Herren, da muss ich einfach sagen, vollständig, vollständig verfehlt. Vollständig verfehlt. Das waren so einige Beispiele, die ich einfach mal nennen wollte. Was Sie eben nicht tun, ist ein strukturelles Defizit abzubauen, denn das wäre notwendig, damit Sie ab 2020, und das haben Sie ja angekündigt, Herr Finanzminister, oder Herr Ministerpräsident, Spätestens ab 2020 keine neuen Schulden mehr. Schon in der mittelfristigen Finanzplan, die Sie jetzt selber aufgestellt haben, im nächsten Jahr 2,5 Milliarden Euro Defizit, wobei man nicht ganz davon ausgehen kann, dass die Steuereinnahmen weiter so sprudeln, wie sie derzeit letztendlich sind. Und der oft angekündigte Finanzplan für 2020, denn meine Damen und Herren, das Grundgesetz sieht halt auch vor, dass ab 2011 verschärfte Regelungen gelten. Der oft angekündigte Finanzplan 2020 haben Sie nach einem Dreivierteljahr intensiver Arbeit, sollte man meinen, der fehlt immer noch. Liegt nicht vor. Es gibt auch keine Perspektive bis zum Jahr 2020. Nein, die einzige Perspektive ist, strukturelle Mehrausgaben im Landeshaushalt, strukturelle Mehrausgaben, strukturelle Mindereinnahmen, Stichwort Studiengebühren, Aufblähung insgesamt, aber keine Konsolidierungsschritte. Meine Damen und Herren, das bereits von mir erwähnte Gutachten des Rhein-Westfälischen Instituts stellt fest, dass Baden-Württemberg mit seiner jetzigen strukturellen Verschuldung, also Nachtrag 2011, mittlerweile vom dritten auf den vierten Platz abgerutscht ist. Inzwischen machen uns nicht nur die Sachsen und Bayern vor, wie man Haushaltspolitik betreibt, sondern seitdem Grün-Rot regiert, auch Mecklenburg-Vorpommern. Alle drei Länder haben inzwischen einen geringeren strukturellen Konsolidierungsbedarf pro Einwohner als Baden-Württemberg. Und das ist doch erstaunlich. Denn, meine sehr verehrten Damen und Herren, erstaunlich ist aber auch, wie Sie, Herr Finanzminister, eine Deckungslücke in die letzte von der CDU verantwortete mittelfristige Finanzplanung hinein interpretieren. Die mittelfristige Finanzplanung 2010 bis 2014 vom Februar dieses Jahres weist eine zugegebenermaßen auf den ersten Blick hohe Deckungslücke von rund 2,4 Milliarden Euro aus. Und das ist ja ständige Begründung, wenn Sie jetzt rausziehen im Land und sagen, das sei alles nicht durchfinanziert, das sei alles so schwierig. Meine sehr verehrten Damen und Herren, die mittelfristige Finanzplanung damals, die, wie die Steche da vorgelegt hat, ging für 2012, aber auch noch von Gesamteinnahmen von 34 Milliarden Euro aus. Der aktuelle Haushaltsentwurf 2012 hat aber Gesamteinnahmen von 38,8 Milliarden Euro. Meine sehr verehrten Damen und Herren, das sind nahezu 5 Milliarden Euro mehr. Jetzt dürfen Sie die Mathematik bemühen, soweit Sie aus Baden-Württemberg stammen, ist Ihnen das ja noch möglich. Soweit Sie aus Nordrhein-Westfalen und Einheitsschulen stammen, wird es ein bisschen schwieriger. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, ja, am rechten, am rechten fehlt es. Der Herr Schmiedelkanz, der Kollege Schmiedelkanz, der bemüht an einen Rechner. Er bemüht an einen Rechner, das ist dann okay. Meine sehr verehrten Damen und Herren, Herr Kollege Sperl, gewacht, gewacht. Sie sind ja Kruppfelser, also wenn Sie gerade in Hessen auf der Schule waren, bis Sie eigentlich auch noch geklappt haben, mit dem rechten. Meine Damen und Herren, meine sehr verehrten Damen und Herren, wenn man das vergleicht, der Haushalt 2012 verhält es zu 2011, dann wächst der Haushalt in der Summe gegenüber 2011 um 5%. Um 5%. Eine Erklärung, was Sie mit dem Wachstum machen, sind Sie am Ende schuldig geblieben. Weil, wie gesagt, Sie nutzen dieses Wachstum nicht, um sich strukturell zu entschulden, sondern Sie nutzen dieses Wachstum, um strukturell weiter in die Ausgaben zu fahren. Meine Damen und Herren, wir fordern Sie deshalb auch auf, dass Sie die mittelfristige Finanzplanung verstetigen, und zwar verstetigen in Richtung Konsolidierung. Und dabei nicht einfach weiter planlos wirtschaften, sondern auch dort, wo sich Einsparmöglichkeiten ergeben, ohne Qualitätsverluste wohlgemerkt, diese Einsparmöglichkeiten auch nutzen. Neben den Bereich der Bildungspolitik. Neben den 300 pädagogischen Assistenten, die künftig festangestellt werden sollen, heben Sie die Ausgaben für die Krankheitsvertretungen an und verzichten komplett auf die demografische Rendite von 3.300 frei werdenden Lehrerstellen. Jetzt könnte man ja meinen, im Interesse der Qualitätssteigerung an unseren Schulen ist das in Ordnung. Muss man ja sagen. Ich persönlich meine, Qualität ist in Ordnung, kann weiter gesteigert werden, aber ein Stück weit werden wir in den nächsten Jahren auch am Personal, werden Sie wohlgemerkt, nicht wir, werden Sie auch im Bereich des Personals bei den Schulen letztendlich rangehen müssen, damit die demografische Rendite, die ja vorhanden ist, damit die demografische Rendite zumindest in Teilen zur Konsolidierung benutzt werden kann. Bewährte Programme der unionsgeführten Regierung, wie singend, bewegen, sprechen, die stellen Sie ein, was vor Ort mittlerweile zu fassungslosen Entsetzen der Betroffenen führt. Vor allen Dingen auch die Kooperation, die dahinter steckt, nämlich die Kooperation mit Vereinen, die Kooperation mit Musikschulen und den Schulen und Kindergärten, dieser Kooperationsgedanke, den zerschlagen Sie vollständig. Meine Damen und Herren, die Bildungshäuser, die Bildungshäuser zu einer Verzahnung zwischen Schule und Kindergarten führen und damit zum Thema frühkindliche Bildung auch Ressourcen genutzt werden können, nämlich Ressourcen, die frei werden aus der demografischen Rendite bei den Grundschulen vor allen Dingen, die Bildungshäuser führen Sie nicht weiter, werden ebenfalls der Zerschlagung preisgegeben. Und stattdessen neues Personal für die Kommunen, nämlich im Bereich der Kindergärten, dass Sie dann auch irgendwo, wenn Sie Orientierungspläne für verbindlich erklären wollen, das ist ja Ihre Absicht, dass Sie wiederum zu strukturellen Mehrausgaben letztendlich führen wird. Die Privatschulen in Baden-Württemberg, Sie behandeln sich stiefmütterlich, haben alle angekündigt, ich kann mich an die Veranstalter-Liederhalle noch gut erinnern, wir haben alle angekündigt, Privatschulen, eine der ersten Taten, Anhebung auf 80 Prozent, übrig geblieben, nicht einmal ein Almosen. Meine Damen und Herren, und wir werden mehr Privatschulen brauchen, wir werden größere Schulen bei den Privaten brauchen, weil dort, wo es Privatschulen gibt, die Eltern aus den öffentlichen Schulen flüchten werden, weil sie flüchten werden, weil sie flüchten werden, weil sie ihre Angebote, die sie machen, in der Gemeinschaftsschule nicht akzeptieren werden. Das ist doch die Wahrheit. Und in Wahrheit ist doch Folgendes zwar, es stimmt doch Folgendes, dass in Wahrheit in der Bildungspolitik trotzdem Sie diese demografische Rendite in keinster Weise derzeit angreifen, die Unterrichtsversorgung noch nie so schlecht war wie derzeit. Gehen Sie doch mal vor in die Schulen. Hören Sie doch mal an, wie derzeit die Arbeitsbelastung der Lehrerinnen und Lehrer ist. Hören Sie diese an und sprechen Sie nicht nur über sie, sondern sprechen Sie endlich mit den Betroffenen. Ich meine, das ist ein Teil der Wahrheit. Meinen Sie natürlich ein paar Stellenbunkern für die Gemeinschaftsschulen, für die Einheitsschulen, für Gleichmacherei, Konzept- und Orientierungslos. Entschuldigung, wo hat denn die Kultusministerin die Konzeption für die Gemeinschaftsschulen? Warum stellen Sie sich, Frau Kultusministerin, nicht einem öffentlichen Faktencheck? Sie behalten wie mit dem Kinkerlitzel, Rheinbrücken und dergleichen mehr, machen Sie Faktenchecks fort in einer der wichtigsten Baustellen Ihrer Regierung. Stellen Sie sich einem öffentlichen Faktencheck nicht. Wer nichts zu verbergen hat, kann auch die Argumente gegenübergestellt werden. Auf den entsprechenden Brief an den Ministerpräsidenten bis heute keine Antwort. Meine Damen und Herren, warum? Weil es keine Argumente dafür gibt. Weil die Einheitsschule eben nicht die Argumente bringt, die sie immer wieder ideologisch vor sich her tragen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, strukturell Ankündigung und Wirklichkeit, Nachhaltigkeit, die Familienhilfe wird um 17 Millionen Euro gekürzt, die 14 Millionen Euro des Landes Erziehungsgeldkürzungen, so sieht es bei Ihnen soziale Gerechtigkeit aus. Das sind ja nun wirklich nicht die Wohlhabenden im Land, die davon partizipieren. Dann strukturell im Bereich der Infrastruktur, so viel zum Thema Wirtschaftspolitik, da steht überhaupt gar nichts drin, außer ein paar Euro mehr für das Thema Landeswohnraumförderprogramm. Ansonsten wirtschaftspolitische Maßnahmen, Herr Finanzminister und Wirtschaftsminister, Fehlanzeige. Absolut Fehlanzeige. Wirtschaftspolitik besteht in Teilen aus Infrastruktur. Die SPD hat groß angekündigt, in einer Aktion, Hoppla-Dipolder oder ähnlich im letzten Jahr, Holzer-Dipolder, vielen Dank, Kollegin Gohirsch, für die Hilfe, hat groß angekündigt, wir werden die Investitionen im Straßenbau verstetigen. Also der Urhaushalt war in der Tat bei unter 100 Millionen gelegten, der Nachtragshaushalt CDU und FDP, noch im Februar dieses Jahres, lag bei 105 Millionen Euro. Meine sehr verehrten Damen und Herren, tatsächlich, Tatsache ist, dass Sie nicht verstetigen, sondern faktisch kürzen, weil Sie das, was im Zuge des Konjunkturprogramms vorgesehen war, nämlich eine Rückzahlung, eine Rückführung, weil Sie dieses nicht kompensieren und damit auch tatsächlich weniger Geld im Landesstraßenbau zur Verfügung steht, als vorher. Es sind praktisch nur noch 70 Millionen Euro. Und das ist ein, meine sehr verehrten Damen und Herren, das nenne ich dann Ankündigung und Wirklichkeit. Wo bleibt Ihre wirtschafts- und infrastrukturellen Impulse? Wo bleibt sie? Meine sehr verehrten Damen und Herren, Sie haben dann im Nachtragshaushalt eine Investitionsrücklage gebildet. Angeblich, weil alles so schwierig ist und so marot und man unbedingt was machen müsste. Also, in die Gebäuden und in Tübingen regnet es zum Dach rein und dergleichen mehr. Also, ich kenne... Genau. Jetzt schauen wir doch mal an, was Sie da gemacht haben. Jetzt schauen wir doch mal an, was Sie gemacht haben. Im Haushalt 2012 haben Sie aus dieser Rücklage, soweit war der Finanzausschuss, immerhin damit befasst, wo wir sagen, immerhin, immerhin. Im Haushalt 2012 sollen also 144 Millionen Euro aus dieser Rücklage entnommen werden für Maßnahmen im Hochwasserschutz, 15 Millionen, für die Sanierung von landeseigenen Gebäuden, 50 Millionen, für die Erhaltung der Landesstraßen, 50 Millionen, abzüglich der 23 Millionen Euro der Refinanzierung und für Sanierungsmaßnahmen im Verkehr- und Schienenbereich, 29 Millionen. Soviel dazu. Der Rest von 264 Millionen Euro, dem Rest, für den Rest bleibt die Sanierungsrücklage, wie Sie sie nennen, den Zugriff des Landtags und dem Haushaltsgesetzgeber entzogen. Meine Damen und Herren, ich erwarte, ich erwarte auch von Ihnen, den Fraktionen von Grünen und SPD, ich erwarte von Ihnen, dass Sie auch einem Antrag von uns zustimmen, dass diese Rücklage, dass diese Rücklage nicht am Landtag vorbei in irgendwelche grün-rote Projekte investiert wird nach Gusto des Finanzministers, sondern ich erwarte, ich erwarte, dass über diese Rücklage zumindest im Finanzausschuss entsprechend beraten wird. Meine Damen und Herren, ich will gerne davon reden, dass die Investitionsrücklage gegen die Grundsätze der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit den Grundsätzen zuwiderläuft, denn die Landeshaushaltsordnung sieht eindeutig vor, dass erstens eine Wirtschaftlichkeitsuntersuchung durchgeführt werden muss, bei der nachgewiesen werden muss, dass die Rücklage wirtschaftlicher ist als die Vermeidung einer Neuverschuldung oder die Rückführung bereits bestehender Schulden. Das haben Sie nicht nur versäumt, zum Zweiten, sondern Sie haben heute schon mehr Zinsen auf Pump, wenn man so will, aufgenommen, als mit der Rücklage an Zinsen aufgelaufen ist. Meine sehr verehrten Damen und Herren, mit dem Haushaltsentwurf 2012 schaffen Sie zusätzliche strukturelle Belastungen in der Summe im Landeshaushalt in der Größenordnung von über 500 Millionen Euro. Über 500 Millionen, eine halbe Milliarde strukturell mehr und da ist die Grunderwerbssteuererhöhung bereits abgezogen. Auch nach diesem Einnahmezugang strukturell verbleiben eine halbe Milliarde Euro struktureller Ausgaben mehr. Die Einsparungen, die Sie vorgestellt haben, gehen ausschließlich zu Lasten der Beamten und Beamten, sonst zu niemanden, die sich nicht wehren können. Die Haushaltsrede des Finanzministers war also nicht der angekündigte Dreiklang aus Konsolidieren, Investieren und Sanieren, sondern der Vortrag eines Wunschzettels von irgendwas, überall etwas, sondern der Tatsache war, es gab keinen Weg zur Konsolidierung des Haushaltes, nicht einmal das von Ihnen hinaus geschobene Ziel 2020, nicht einmal auf diesem Blick hin haben Sie irgendeinen Beitrag geleistet, der aufzeigen soll, wie bis zum Jahr 2020, nach dem Motto nächste Legislaturperiode, wie auf diesem Weg überhaupt ein Fortschritt zur Konsolidierung erzielt werden soll. Und deshalb verschieben Sie die Konsolidierung, Sie haben strukturelle Mehrausgaben beschlossen und Sie haben einen weiteren Schattenhaushalt angelegt, von Handlungsfähigkeit und finanzpolitischem Weitblick war jedenfalls nur in der Pressemitteilung zu lesen und ich kann nur zum Ergebnis kommen, unser Land Baden-Württemberg befindet sich auf einer finanzpolitischen Schussfahrt in Richtung Abgrund, ohne klare Richtung, nein, ohne klare Richtung, es geht nur abwärts und ich kann Sie deshalb nur auffordern, meine sehr verehrten Damen und Herren der Regierungsfraktionen, beweisen Sie parlamentarischen Mut, verändern Sie diesen Haushalt und verändern Sie so, dass eine Konsolidierung auch tatsächlich in Sicht ist. Vielen Dank. Applaus 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 Für die Fraktion Die Grünen spricht Frau Fraktionsvorsitzende Sitzmann. Herr Präsident, meine Damen und Herren, nach der Rede des Kollegen Haug müssen wir feststellen, diese Opposition, die größte Oppositionsfraktion hier im Landtag ist nicht auf der Höhe der Zeit. Applaus 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 Sie haben hier viele Worte gebraucht, Sie haben letztendlich wenig gesagt, was Ihre Vorschläge für diesen Haushalt 2012 sind, ist vollkommen im Dunkeln geblieben. Ich kann Ihnen sagen, wir als grün-rote Landesregierung, als Regierungsfraktionen, wir betrachten die Wirklichkeit und wenn wir die Wirklichkeit betrachten, stellen wir fest, dass wir in Europa mitten in einem tiefgreifenden Umbruch stehen, dass es parallele Entwicklungen gibt, die zum Teil krisenhaft sind, die in vielen Politikfeldern und Lebensbereichen sich abspielen. Wir haben zum einen einen zunehmenden Energiehunger auf der einen Seite, auf der anderen Seite brauchen wir eine umweltfreundliche und sichere Energieversorgung in Zukunft. Wir haben eine zunehmende Zahl an älteren Menschen, denen immer weniger junge Menschen gegenüberstehen. Wir haben eine Staatsschuldenkrise, die ganz Europa belastet und auch die wirtschaftlichen Aussichten mit neuen erstarkenden Konkurrenten in Asien müssen wir dabei in Betracht ziehen. Deshalb brauchen wir für Baden-Württemberg neue Politikkonzepte. Wir wollen und wir brauchen kein Weiter-so, wie wir es 58 Jahre hier im Land erlebt haben, sondern wir brauchen neue Politikkonzepte, die ein weltoffenes und wirtschaftlich erfolgreiches Baden-Württemberg möglich machen. Dafür steht diese Landesregierung und dafür steht auch dieser Haushaltsentwurf, meine Damen und Herren. Wir zeigen eben mit diesem Haushaltsentwurf, dass wir nach vorne schauen, dass wir gesellschaftliche Veränderungen endlich aufgreifen, wirtschaftliche Zukunftschancen nutzen wollen und das in ökologischer und sozialer Verantwortung, meine Damen und Herren, und das verbunden mit finanzpolitischer Solidität, das tun wir mit diesem Haushalt, das haben wir bei Ihnen, meine Damen und Herren, jahrzehntelang vermisst. Und nicht nur 2011 war es möglich, ohne neue Schulden auszukommen, nein, auch 2012 wird es möglich sein, ohne neuen Schulden auszukommen und das, meine Damen und Herren, ist kein Spaziergang, sondern wir sind ja nicht bei Null gestartet, sondern wir sind bei minus drei Milliarden gestartet. Sie haben über die mittelfristige Finanzplanung gesprochen, Herr Kollege Hauck, nehmen Sie sich nochmal die mittelfristige Finanzplanung Ihres ehemaligen Finanzministers vor und Sie werden sehen, dass was wir vorgefunden haben, ein Haushalt ist löchrig wie ein Schweizer Käse und damit müssen wir umgehen. Und, meine Damen und Herren, diese Deckungslücken, dieser löchrige Schweizer Käse, das ist das Ergebnis von 58 Jahren Ihrer Politik und wir haben es nach sieben Monaten, nach sieben Monaten sind wir, haben wir uns auf den Weg gemacht, um endlich umzusteuern, um endlich einen soliden Haushalt hinzubekommen. Ja, und meine Damen und Herren, es war kein Spaziergang, es ist eine Herausforderung. Wir haben auf der einen Seite Einsparungen bei den Ressorts, die auch schmerzhaft sind und wir haben einen Solidarbeitrag der Beamtenschaft, der auch schmerzhaft ist, aber trotzdem ist es der richtige Weg, denn wir wollen Haushalt konsolidieren, im Gegensatz zu Ihnen, meine Damen und Herren. Aber der Sinn dieses Haushalts ist ja nicht nur, dass er ausgeglichen ist, das wäre zu wenig, sondern wir wollen einen ausgeglichenen Haushalt auf der einen Seite, wir wollen aber auch richtige und neue Impulse setzen und genau das finden Sie in diesem Haushaltsentwurf vor. Wir haben 2009, Sie haben es angesprochen, eine Situation erlebt, in der ein Haushaltsausgleich nicht möglich war. Das haben wir aber seinerzeit nicht kritisiert, Herr Kollege Hauck, sondern wir haben kritisiert, dass CDU und FDP nicht in den Wandel investiert haben. Das war Ihr großes Versäumnis und das ändern wir. Wir investieren in den Wandel, wir investieren in Themenbereiche, die uns wichtig sind, das sind Bildung, Wissenschaft und Kultur, das ist Energiewende, nachhaltige Mobilität und Naturschutz. Um nur einige zu nennen, meine Damen und Herren, wir investieren in ein starkes Baden-Württemberg und diese Stärke kommt eben vom Wandel in diesen genannten Bereichen und diese Stärke kommt, wenn Staat, Wirtschaft, Kommunen und Bürgerschaft zusammen an einem Strang ziehen und die Herausforderungen und die Umbrüche, die wir zu bewältigen haben, auch gemeinsam angehen wollen. Das haben Sie, Herr Kollege Hauck, nicht hinbekommen. Das Fazit Ihrer Regierungszeit mit den Kommunen war, dass es Klageandrohungen gegeben hat, weil diese verlässliche Partnerschaft eben gerade beim Ausbau der Kleinkindbetreuung nicht gegeben war. Wir haben gesagt, wir wollen diese verlässliche Partnerschaft mit den Kommunen, denn wir brauchen die Kommunen und wir haben gesagt, wir investieren in frühkindliche Bildung. Das ist zum einen wichtig für die Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Das ist wichtig, um dem Fachkräftemangel vorzubeugen und das ist vor allem wichtig, um in unsere Kinder, um in den besten Staat für unsere Kinder zu investieren und das tun wir gemeinsam mit den Kommunen als verlässlicher Partner, meine Damen und Herren. Dafür wurde es höchste Zeit und wir geben zusätzlich 11 Millionen für die Sprachförderung aus. In der Schulpolitik wollen wir mehr Chancen, mehr Förderung, mehr Durchlässigkeit und mehr Vielfalt, aber wir wollen es im Gegensatz zu Ihnen nicht von oben verordnet, sondern wir wollen es partnerschaftlich mit den Kommunen, mit den Eltern und mit den Lehrerinnen und Lehrern auf den Weg bringen. Und wir werden deshalb auch, Sie haben es gesagt, das was unter der sogenannten demografischen Rendite verstanden wird, dazu verwenden, um die Unterrichtsversorgung zu verbessern, um die Krankheitsreserve aufzustocken, um individuelle Förderung voranzubringen, meine Damen und Herren. Und Unterrichtsausfall ist nämlich das Gegenteil, wenn wir diese individuelle Förderung und diese Chancengerechtigkeit ergreifen wollen. Deshalb ist es ein zentrales Anliegen, dass wir im Bereich der Bildung, von der frühkindlichen Bildung bis zur Weiterbildung, mehr investieren, als das bislang der Fall war, meine Damen und Herren. Das ist der richtige zukunftsorientierte Weg. Und lassen Sie mich das Thema Energiewende, Energiepolitik ansprechen. Das ist die entscheidende Weichenstellung für die Zukunft. Das ist tatsächlich eine Zeitenwende. Wir müssen und wir werden es schaffen, unsere Energieversorgung umzustellen. Und für diese Energiewende setzen wir mit 11 Millionen Euro in den kommenden Haushalt auch erste wichtige Impulse. Es ist uns klar, dass wir das nicht alleine stemmen können. Aber, meine Damen und Herren, gerade in Baden-Württemberg haben wir starke Partner. Gemeinsam mit unseren innovativen Unternehmen, mit unseren Technologieführern und mit dem Handwerk werden wir die Chancen dieser Entwicklung ergreifen, meine Damen und Herren. Und das, Herr Kollege Haug, das ist Wirtschaftspolitik für die Zukunft, die wir von Ihnen leider lange vermisst haben. Wenn Sie den Strukturbericht der Region Stuttgart für 2011 in der Hand gehabt haben, dann ist ganz klar, Green Tech, das ist der Wachstumsmarkt für den Maschinenbau, eine unserer zentralen Branchen hier im Land. Und deshalb ist es wichtig, dass wir bei Energie- und rohstoffsparenden Technologien vorangehen, bei Umweltschutzgütern im Maschinenbau und mit grünen Dienstleistungen dafür stellen wir die Weichen und unsere Unternehmen werden diese nutzen und damit auch in Zukunft auf den internationalen Märkten erfolgreich sein. Ja, und wer an die Zukunft denkt, muss sich selbstverständlich auch mit den natürlichen Lebensgrundlagen beschäftigen. Wir müssen sie schützen, wir müssen sie erhalten im Interesse unserer Kinder und es ist klar, dass wir deshalb auch in den Naturschutz investieren müssen. Sechs Millionen sollen zusätzlich in den Naturschutz in 2012 gehen. Die Lebensmittelsicherheit wird verbessert und auch der Verbraucherschutz wird gestärkt. Und lassen Sie mich an dieser Stelle sagen, Ihre Kritik, die Sie hier vorgebracht haben an den Mitteln für die Landwirtschaft, ist vollkommen haltlos. Denn zum einen haben Sie Mittel, die für den Zeitraum bis 2016 vorgesehen waren, die haben Sie vor der Landtagswahl schon ausgegeben. Diese Mittel fehlen heute. So ist es. Und Sie haben auch völlig nicht vorhersehbar die Mittel für den Ökolandbau 2010 gekappt. Das ist keine verlässliche Politik. Erst wir haben wieder Planungssicherheit und Verlässlichkeit hergestellt. Und auch 2012 und 2013 ist der Einstieg deshalb in die Ökolandbauförderung möglich, meine Damen und Herren. Das ist unsere Politik für den ländlichen Raum. Und für den ländlichen Raum ist auch Mobilität unabdingbar. Dazu gehören neue Technologien. Dazu gehört die Infrastruktur der Elektromobilität. Dazu gehört, dass wir in Zukunft Straße, Schiene, Rad- und Fußverkehr sinnvoll und effizient und vor allem auch bequem für die Nutzerinnen und Nutzer verbinden. Daran arbeiten wir neue Mobilitätskonzepte für die Stadt und für das Land. Und das ist ein programmatischer Schwerpunkt dieser Regierungskoalition. Und leider mussten wir jetzt zur Kenntnis nehmen, dass Ihr Bundesverkehrsminister Ramsauer, Herr Kollege Hauck, er hat gesagt, er würde jetzt ein Stück Transparenz und Ehrlichkeit herstellen. Was er aber gemacht hat, ist, dass es Versprechungen, die es bisher gab, nämlich zum Beispiel die Elektrifizierung der Südbahn wieder zurückgenommen hat. Dieses Projekt ist weit, weit nach hinten gerutscht. Und ich kann Ihnen sagen, dass mit uns, für uns ist vollkommen klar, die Südbahn aufs Abstellgleis zu schieben, das ist der falsche Weg. Den werden wir nicht mitmachen. Und typisch für die Kommunikationspraxis ist auch, dass es noch am 25. November vom Bahnchef Grube hieß, dass die Elektrifizierung dieser Südbahn eben 2012 kommen werde und 2016 abgeschlossen sei. Also die Versprechungen haben keinen Monat gehalten, meine Damen und Herren. Und ich kann nur sagen, setzen Sie sich, liebe Kolleginnen und Kollegen der CDU, auf Bundesebene dafür ein, dass wir auch zukünftig hier in wichtige Verkehrsinfrastrukturprojekte im Land investieren können. Das ist Ihre Ausgabe. Wir leisten diese Investitionen. Wir haben eine Rücklage gebildet, um die Sanierungsstaus, die Sie hinterlassen haben, um die aufzulösen. Und wir haben, Sie haben es selbst gesagt, 408 Millionen ist derzeit der Stand der Sanierungsrücklage. Und davon gehen eben in Mobilität, Verkehr, in Schiene, zusätzlich 29 Millionen, 50 Millionen gehen in die Sanierung der Landesstraßen. Zugleich stehen für neue Mobilitätskonzepte und für eine ressortübergreifende Initiative zum Thema Elektromobilität eine Zukunftsinvestition, 20,5 Millionen Euro zur Verfügung. Ich finde, das ist ein höchst überfälliger Schritt gewesen, meine Damen und Herren. Ja, im Jahre 1958, vor mehr als 50 Jahren, wurde das Schulgeld endgültig abgeschafft. Im Jahre 2012, meine Damen und Herren, schaffen wir das Hochschulgeld ab. Und das ist ein richtiger Schritt. Denn wir brauchen in Zukunft mehr Studierende und nicht weniger. Und die Frage eines Studiums darf sich nicht nach dem Geldbeutel der Eltern richten. Es darf keine Abschreckung beim Vorbeginn eines Studiums geben. Nein, im Gegenteil. Wir müssen die jungen Menschen ermuntern, ein Studium zu ergreifen. Denn Deutschland liegt nach der neuesten OECD-Studie immer noch im letzten Drittel in Bezug auf die Studienanfängerquote. Hier haben wir Nachholbedarf. Und wir brauchen eben mehr Hochschulabsolventen und nicht weniger. Und deshalb ist es richtig, beim Einstieg ins Studium die Hürden abzusenken, so wie wir es mit der Abschaffung der Studiengebühren tun. Dazu stehen wir, denn das ist eine wichtige Investition in die Zukunft, meine Damen und Herren. Und wir schaffen eben nicht nur die Studiengebühren ab. Nein, wir kompensieren den Hochschulen auch den Ausfall der Mittel, den sie damit zu verkraften haben. Und damit investieren wir in eine gute Zukunft. Denn wir brauchen gut ausgebildete Leute. Wir haben einen Fachkräftemangel. Und der wird in Anbetracht der demografischen Entwicklung weiter zunehmen. Und wenn unser Wirtschaftsstandort Baden-Württemberg auch in Zukunft gut aufgestellt sein wird, dann brauchen wir gut ausgebildete Menschen, die der Wirtschaft zur Verfügung stehen. Daran arbeiten wir. Und das tun wir eben auch im Bereich der frühkindlichen Bildung. Ich habe es genannt, im Bereich der Unterrichtsversorgung, im Bereich der Hochschulpolitik und auch im Bereich der Schulpolitik, meine Damen und Herren. Denn demografischer Wandel heißt, wir können uns kein weiter so leisten, sondern wir müssen umdenken. Wir müssen alle Chancen, die wir haben, alle Potenziale, die in Baden-Württemberg zur Verfügung stehen, nutzen, um gut aufgestellt in die Zukunft zu gehen. Und dazu gehört eben auch, dass wir bei der Kleinkindbetreuung, dass wir beim Thema Schulpolitik etwas verändern. Sie haben jetzt hier gerade wieder von Einheitsschule gesprochen, Herr Hauck. Sie werden es nie lernen, es stimmt. Wir werden aber sicherlich noch öfter über die Gemeinschaftsschule hier im Landtag von Baden-Württemberg diskutieren. Es ist für uns ein zentrales Projekt, um mehr Chancengerechtigkeit im Land zu erreichen, um die soziale Selektion im Bereich der Schullaufbahn endlich zu überwinden, um individuelle Förderung möglich zu machen, um neue pädagogische Konzepte zu entwickeln. Und Herr Kollege Hauck, ich bin davon überzeugt, in ein paar Jahren werden auch Sie sehen, dass dieser neue Weg ein erfolgreicher Weg ist, der die Schulen und vor allem die Schülerinnen und Schüler in diesem Land und damit Baden-Württemberg voranbringt. Frau Kollegin Sitzmann, gestatten Sie eine Zwischenfrage des Kollegen Hauck? Aber gerne. Frau Kollegin Sitzmann, ich höre jetzt über Monate hinweg nur Wort hülsen. Können Sie mir erklären, wie die Konzeption dieser Einheitsschule denn im Detail aussehen soll? Zum einen. Zum Zweiten können Sie mir sagen, warum Sie sich einer Gegenüberstellung des bisherigen differenzierten Bildungsschulwesens mit der zukünftigen Einheitsschule, die Sie vorhaben, warum Sie dieser, warum Sie einer Gegenüberstellung scheuen und einen solchen öffentlichen Faktencheck nicht machen wollen? Also, Herr Kollege Hauck, erstens werden Sie sich sehr schnell, und Sie können es auch jetzt schon über die genauen Planungen der Landesregierung informieren. Der Gesetzentwurf ist auf den Weg gebracht, wie die Gemeinschaftsschule ausgestaltet sein soll. Es ist eine Schule, wo Kinder länger gemeinsam lernen, wo wir die frühe Trennung in die unterschiedlichen Schularten und den damit verbundenen Druck, der für die Schülerinnen und Schüler entsteht, aufheben können. Und den Faktencheck, den wird die Öffentlichkeit und diejenigen, die diese Schule besuchen, den werden die machen. Und Sie können gerne Schulbesuche bei diesen Schulen machen, die dann ab dem kommenden Schuljahr entstehen werden und sich vor Ort davon überzeugen, dass das in Bezug auf gute Chancen, gute Bildungsgrundlage und weniger soziale Selektivität der richtige Weg ist, Herr Kollege Hauck. Sie haben ja noch einige Punkte hier in den Raum geworfen, wovon wir nicht genau wissen, was Sie eigentlich wollen. Sie haben zum Beispiel das Stichwort Länderfinanzausgleich genannt. Wir vermissen nach wie vor ein Konzept von Ihnen. Es gab eine Klageandrohung unter Ihrer ehemaligen Regierung. Sie haben aber nie gesagt, wie Sie diesen Länderfinanzausgleich in Zukunft aufstellen wollen. Wie Sie es schaffen wollen, dass es mehr Anreize für die einzelnen Länder gibt, um die Einnahmen zu erhöhen. Wie es Anreize geben kann, um die strukturellen Ausgaben abzusenken und vor allem, wie Sie diejenigen Bundesländer mit ins Boot holen wollen und können, die derzeit zu den Nehmerländern gehören. Ich glaube, es ist Ihnen nicht unbekannt, dass es dazu einen gemeinsamen Weg aller Bundesländer geben muss. Wenn Sie uns das mal vorstellen werden, sind wir Ihnen sehr dankbar. Wir haben schon in der letzten Legislaturperiode einen Weg vorgeschlagen, wie das gehen kann. Der geht eben nicht per Klage und über Gerichtsverfahren, sondern der geht über gemeinsame Gespräche und Verhandlungen. Meine Damen und Herren, Sie hatten 58 Jahre Zeit, was auf den Weg zu bringen. Sie haben es nicht geschafft. Wir haben jetzt sieben Monate und schon mehr erreicht als Sie. Was haben Sie denn erreicht in den sieben Monaten? Ja, wenn Sie zugehört hätten, jetzt gerade und auch in den vergangenen Wochen, dann wüssten Sie es. Ich habe einige Beispiele jetzt gerade hier genannt im Bereich der Bildung, im Bereich der Wissenschaft, im Bereich der Energiewende, des Naturschutzes, der nachhaltigen Mobilität. Und wir setzen auch Schwerpunkte im Bereich der Kultur, Herr Kollege. Auch davon können Sie sich im Haushaltsentwurf überzeugen, dass für diese Landesregierung auch die Kultur ein wichtiger gesellschaftlicher Faktor ist. Deshalb wollen wir auch einen Innovationsfonds Kultur einführen. Wir wollen, dass diejenigen, die auch neue Konzepte, neue Projekte machen, dass auch die in den Genuss einer Förderung kommen und nicht nur diejenigen, die schon immer in der Landesförderung waren. Das gehört auch für eine innovative Gesellschaft mit dazu, dass wir Kultur stärken, interkulturelle Bildung stärken und damit auch ein gutes gesellschaftliches Fundament vorbereiten. Das sind die Schwerpunkte, die ich Ihnen hier auszugsweise vorgestellt habe, Herr Kollege Rülke. Wir werden das in den Haushaltsberatungen, die ja jetzt gerade erst beginnen, wir werden im Januar in die Beratungen im Finanzausschuss erst einmal eintreten. Das sicherlich alles noch genauer erörtern. Wir sind auf Ihre konstruktiven Vorschläge sehr gespannt, Herr Kollege Haug. Wir haben auch gesagt, gute Vorschläge sind uns immer willkommen. Wenn Sie denn auch solide gegenfinanziert sind, zum Beispiel auch über Einsparvorschläge, werden wir gerne mit Ihnen diskutieren. Auf jeden Fall haben wir hier mit diesem Haushaltsentwurf 2012 eine gute Grundlage geschaffen, damit Baden-Württemberg auch in Zukunft ein erfolgreiches, weltoffenes und innovatives Land ist. Ich danke Ihnen. Für die SPD-Fraktion spricht der Kollege Fraktionsvorsitzender Klaus Schmiedl. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, die zweite Lesung des Haushalts gilt gemeinhin als Stunde der Opposition, Herr Kollege Haug. Sie haben diese Stunde verpasst. Sie haben sich im Klein-Klein verloren, ein Integrationsgutachten, singen, bewegen, sprechen. Sie haben sich im Einzelnen verloren und deshalb kein Gegenentwurf geliefert. Deshalb muss man sich auch mit keinem Gegenentwurf beschäftigen, sondern ich werde auf das, was Sie im Einzelnen, was Sie angesprochen haben, dann auch an der jeweiligen Stelle des Entwurfs der Landesregierung eingehen. Für die SPD-Fraktion sind die Markenzeichen des Haushalts solide Finanzen, wirtschaftliche und ökologische Vernunft und soziale Sicherheit. Und wenn man bei den soliden Finanzen anfängt, dann haben wir jetzt gerade wieder von Ihnen ein Schwelgen in Erinnerungen gehört, als sei das irgendwie alles solide durchgeplant gewesen. Auch das, was Sie als Nichtverschuldungshaushalt vorgelegt haben, in Ordnung. Wenn man aber genauer hinschaut, dann haben Sie einen ausgeglichenen Haushalt erreicht, in dem Sie verschleiert haben, Rücklagen und Sondervermögen aufgebraucht und Sonderausschüttungen der landeseigenen Banken veranlasst haben. Das heißt, Sie haben Einmaleffekte benutzt, um einen angeblich ausgeglichenen Haushalt herzustellen. Und tatsächlich ist es so, die drei Milliarden Deckungslücke, die wir in der mittelfristigen Finanzplanung vorgefunden haben, die reicht gar nicht. Denn der Kassensturz hat ja erbracht, dass immer noch 400 Millionen zusätzlich nicht finanziert sind. Und deshalb ist das, was wir jetzt zu leisten hatten, im Nachtragshaushalt 2011 und im Haushalt 2012, mit neuen Schwerpunkten einen auch ausgeglichenen Haushalt vorzulegen, ein großes Stück Arbeit, auf das wir stolz sind. Natürlich bleibt die Herausforderung, einen strukturell ausgeglichenen Haushalt bis 2020 zu erreichen. Das ist eine große Herausforderung, darauf haben Sie hingewiesen. Das ist das, was wir von Ihnen als Erblasch ererbt haben, eine große Herausforderung. Wir werden uns derstellen und wir laden Sie ein. Wir laden Sie ein mit Blick auf den nächsten Doppelhaushalt, wo die ersten Aufschläge erfolgen werden. Laden wir Sie ein, Ihre strukturellen Beiträge zu leisten. Bisher haben Sie überhaupt nichts gebracht. Sie haben nur darum gemäkelt, darum gemäkelt. Aber strukturell haben Sie ja nichts auf den Tisch gelegt. Sie haben überhaupt nichts auf den Tisch gelegt. Sie haben uns strukturelle Lücken hinterlassen. Übrigens war das ja auch völlig widersprüchlich, was Sie hier gebracht haben. Einerseits werfen Sie uns vor, dass wir 300 pädagogische Assistenten entfristet haben und Sie jetzt fest eingestellt haben. Erinnern Sie sich eigentlich mal, was Sie zu diesen pädagogischen Assistenten gesagt haben. Sie haben gesagt, ein wesentlicher Beitrag, ja, um die Leistungsfähigkeit der Hauptschulen zu stärken. Was haben Sie gemacht? Sie haben sich befristet eingestellt bis zum Wahltag und dann wäre Schluss gewesen. Die Kurzatmigkeit Ihrer Politik wird an diesem Beispiel deutlich. Sie sagen, ein wesentlicher Beitrag zur Leistungssteigerung der Hauptschulen stellen die Menschen befristet ein. Unsichere Existenz, die Schulen können sich nicht darauf verlassen. Wir machen daraus jetzt eine Entpflichtung, damit Sie Ihre Arbeit, die wir für gut empfinden, fortsetzen können. Und Sie werfen uns das auch noch vor. Das ist ja unglaublich. So, also, wir haben Lücken vorgefunden. Herr Kollege Schmiedl, gestatten Sie eine Zwischenfrage des Kollegen Röhm? Also jetzt, wenn es nachher noch sein muss, Herr Kollege Röhm, immer. So, das heißt, wir haben Lücken, nicht finanzierte Projekte, dieses zum Beispiel. Wir haben, wenn wir jetzt auf die wirtschaftliche Vernunft kommen, auf die Infrastruktur vorgefunden, eine Unterfinanzierung im Straßenbau. Und das ist ja wieder ein tolles Beispiel, das Sie da gerade gebracht haben. Sie haben 95 selber festgestellt, Ihre Regierung. Sie bräuchten 90 Millionen, um die Substanz der Landesstraßen zu erhalten. Übrigens für den ländlichen Raum ganz wichtige Verkehrsinfrastruktur. Was haben Sie gemacht? 50 bereitgestellt. So, dann kam die Aktion heute, die Polder und der Wahltag und dann haben Sie nachgelegt, nachgelegt. Ja, und dann haben Sie es einmal, einmal haben Sie es geschafft. Aber das hilft natürlich nichts. Laut Ihrem Bericht von 2008, Ihrem Regierungsbericht, 44 Prozent der Straßen im katastrophalen Zustand. Das ist das, was Sie uns hinterlassen haben. Sie haben selber darauf hingewiesen, die Universitäten, Universität Tübingen, alleine Rechnungshof, 500 Millionen Sanierungsstau. Das ist eine Universität, die über die ganze Stadt verbreitet ist. Ein schwieriges Thema, aber 500 Millionen Sanierungsstau. Das heißt, Sie haben uns einen Sanierungsstau ohne Ende hinterlassen und werfen uns, ausgerechnet jetzt uns vor, dass wir eine Sanierungsrücklage bilden, um das langsam aufzuarbeiten. Das ist doch unglaublich. So, jetzt haben wir, jetzt haben wir die Mittel für die Sanierung verdoppelt. 100 Millionen. 100 Millionen. 50 haben Sie im langfristigen Mittel gebracht. 50 standen drin in der mittelfristigen Finanzplanung, keine 90. So, jetzt haben wir 100 gemacht, jetzt kommen Sie und werfen uns vor. Aber das, was schon im Konjunkturprogramm vorgezogen wurde, das zieht ihr ab. Ja, sagen Sie, ich solle mir den Tierwagen nochmal da drüber schicken, was schon repariert ist. Das geht doch gar nicht auf. Das, was schon gemacht ist, muss natürlich in Anrechnung gebracht werden. Die Herausforderung wird aber sein, auf Dauer 100 Millionen für die Sanierung der Landesstraßen einzustellen. Und wir werden das machen, denn wir weichen ab von Ihrer Politik. Wir beenden die Politik, dass man die Substanz des Landes verkommen lässt. Das ist das, was Sie geirrt haben. Ein typisches Beispiel übrigens auch, Sie haben gemerkt, Sie kommen hinten und vorne nicht rum. Mit dem Bedarf auch an Neubauten. Ein Impulsprogramm aufgelegt, vier große Ortsumfahrungen beschlossen, begonnen. Gesamtumfang 140 Millionen finanziert, nicht einmal die Hälfte. So, jetzt sitzt der Verkehrsminister da und Sie schimpfen, jetzt baut doch das Ding endlich fertig. Aber Sie haben das Geld nicht dazu hinterlassen. Er würde gerne bauen, aber Sie haben das Geld nicht eingestellt. Das ist die Wahrheit. Applaus Und deshalb ist die künftige, die soliden Finanzen ein Fundament jeder realistischen Planung im Land, ob Verkehrsinfrastruktur, Bildung oder alle anderen Themen. Die Kollegin Sitzmann hat darauf hingewiesen, dass Sie nicht in den Wandel investiert haben. Ich möchte da noch ergänzen, Sie haben nicht nur nicht in den Wandel investiert, sondern Sie haben Investitionen in den Wandel blockiert. Sie haben systematisch verhindert, dass die Nutzung der Windenergie in Baden-Württemberg wie in den anderen Bundesländern, außer Bayern, in den anderen Bundesländern vermarschiert, investiert wird, Wertschöpfung, Arbeitsplätze im Land vorankommen. Wir machen den Weg frei. Das Landungsplanungsgesetz wird geändert und Sie werden erleben einen Boom im Land Baden-Württemberg in einer Technologie, in der wir führend sind mit den Komponenten auch im Maschinenbau, machen wir den Weg frei für mehr Investitionen in den Wandel, in eine gute Energiezukunft in Baden-Württemberg. Und wir investieren in die Nutzung der Regenerativen auch durch die Entwicklung neuer Energiespeicherung. 10 Millionen Euro in den nächsten Jahren in Forschungs- und Pilotprojekte, darunter Fraunhofer-Gesellschaft mit der Redox-Flow-Batterie, der in der überschüssiger Strom aus Windkraftanlagen zwischengespeichert werden kann und erst gestern verkündet die Elektromobilität im Land mit 50 Millionen in den nächsten Jahren unterstützt. Die Gesundheitswirtschaft in Baden-Württemberg ist ein wachsender Faktor. Und in vielen Regionen, gerade auch im ländlichen Raum, sind Krankenhäuser, sind große Krankeneinrichtungen mittlerweile der größte Arbeitgeber. Aber diese Unternehmen, die sind auf Sand gebaut, weil sie ihrer Investitionsverpflichtung in den letzten Jahren auch nicht annäherungsweise gerecht geworden sind. Auch nicht annäherungsweise gerecht geworden. Wir haben das duale System, wir wollen das duale System, eben sie wollten das duale System, das heißt die Investitionen werden aus Landesmitteln erbracht, der jährliche Betrieb aus den Pflegesätzen. So, einerseits, die Bundesregierung wird ihrer Verantwortung nicht gerecht, denn was dazu gestanden wird, ist permanent zu wenig. Und sie sind ihrer Verantwortung nicht recht geworden, indem sie die Investitionsbeiträge so reduziert haben, dass ein Investitionsstab von einer Milliarde Euro aufgelaufen ist. Eine Milliarde Euro. So, wenn dieser Haushalt verabschiedet ist, wenn dieser Haushalt verabschiedet sein wird, dann wird die neue Regierung noch kein Jahr im Amt gewesen sein und wird zusätzlich zu dem, was Sie eingeplant hatten, 100 Millionen Euro in die Investitionen in Krankenhaus, in die Sanierung von Krankenhäusern in Investitionen gebracht haben. Das ist nicht die Milliarde Euro auf einen Satz abgebaut, das kann niemand leisten, aber 100 Millionen Euro sind auch nicht gerade nichts. Neben der harten Infrastruktur, der technischen Infrastruktur, geht es auch um die Natur in Baden-Württemberg. Und wir reden nicht nur davon, sondern wir stocken die Naturschutzmittel auf um 6 Millionen. Und wir unterstützen den Minister Bonde in seinem Bestreben, im Nordschwarzwald einen Nationalpark einzurichten. Und ich sage hier ganz bewusst, dass dieses für uns kein Gegensatz zur wirtschaftlichen Entwicklung im Nordschwarzwald ist. Für uns ist es ein zentraler Ankerpunkt, um auch den Industriestandort Nordschwarzwald zu erhalten und weiterzuentwickeln. Denn ohne diesen Nationalpark laufen wir Gefahr, dass die Infrastruktur in dieser Region weiterbröckelt. Sie bröckelt nämlich, junge Menschen dort zu halten, Infrastruktur dort zu halten, ist auch ein wichtiges Punkt für die Weiterentwicklung der Industrie. Und deshalb setzen wir auf den Dialog, den die Landesregierung begonnen hat, die Menschen mitzunehmen, einzubeziehen, die Ideen aufzusaugen und dann gemeinsam mit der Bevölkerung diesen Nationalpark voranzubringen. Sie haben uns vorgeworfen, dass da ja auch neue Stellen an der Basis geschaffen wurden. Ja, warum wurden denn die geschaffen? Beispielsweise bei der Lebensmittelkontrolle oder den Amtstierärzten. Das sind zwingende Verpflichtungen der Europäischen Union, die sich schlicht nicht erfüllt haben. Was wäre denn gewesen beim nächsten Lebensmittelskandal, wenn man nachgewiesen hätte, dass die notwendigen vorgeschriebenen Kontrollen nicht erfüllt worden sind? Deshalb machen wir einen Schritt. Das ist noch nicht alles. Das ist noch nicht alles. Aber wir machen einen wichtigen Schritt nach vorne, der zwingend notwendig ist, indem wir 14 Stellen für Lebensmittelkontrolle und für Amtsstierärzte schaffen. So, und dann kommt das große Thema, das wir bewältigen müssen, wenn wir wirtschaftlich vorne dranbleiben wollen. Wenn wir nicht wollen, dass woanders investiert wird, weil hier Fachkräfte fehlen, dass wir wirklich mächtige Anstrengungen machen, den drohenden Mangel an Meistern, Technikern und hochqualifizierten Akademikern abzuwenden. So, und deshalb ist die Investition in Bildung ein zentrales wirtschaftspolitisches, nicht nur sozial gerechtes, sondern auch wirtschaftspolitisches Feld für uns. So, und jetzt ist doch alles klar. Auf den Anfang kommt es an. Auf den Anfang kommt es an. Und deshalb investieren wir in den Anfang. Und jetzt kommen Sie daher und singen das Lied, ein Klagelied der kommunalen Spitzenverbände, die sich gar nicht beschweren, die sagen, so eine Landesregion hast du nie gegeben. Also gut, also gut, bisher hat das ganze Haus geklatscht. Jetzt war ich den Satz zu Ende. Eine solche Landesregierung hat es noch nie gegeben, die nicht nur zuhört, sondern auch das macht, was angesagt ist. Die Kommunen zu entlasten, wo man ihnen eine Aufgabe auferlegt, nämlich die Betreuungsplätze, bessere Bildung auch im Vorschulbereich bereitzustellen. So, und deshalb machen wir das 315 Millionen. Dazu kommen übrigens 11 Millionen für die Sprachförderung. Und jetzt haben Sie wieder hier gesungen, singen, sprechen, bewegen, würde auslaufen. Das Gegenteil ist der Fall. Das Gegenteil ist der Fall. Es gibt 11 Millionen mehr und es ermöglicht es, was wir ja auch wollen, den Kindergärten, den Kindertagesstätten, nicht nur in den letzten beiden Jahren, sondern schon ab dem dritten Lebensjahr, dieses Programm im Rahmen der Sprachförderung einzusetzen. Es ist eine zusätzliche Chance und Stärkung, nur das Einzige, was wir nicht machen, was wir nicht machen, was Sie gemacht haben, Sie haben gesagt, ihr macht dieses Projekt. Wir sagen, ihr könnt es machen. Ihr könnt aber auch was anderes machen. Das heißt, die Partnerschaft vor Ort muss sich beweisen. Dort, wo sie gut ist, wird sie fortgesetzt. Dort, wo es nichts hat, da wird es geändert. Aber davon zu sprechen, dass das abgestellt wird, ist völlig falsch. Die Möglichkeiten für Singen, Sprechen, Bewegen wird erweitert und nicht reduziert. Daneben übernehmen wir die Gretelfinanzierung für die Schulsozialarbeit. Jetzt haben Sie wieder, nicht heute, aber in einer der letzten Debatten erklärt, das sei ja Luxus. Das ging uns ja gar nichts an. So, für uns ist Schulsozialarbeit eben etwas anderes als für Sie. Für Sie ist das sozusagen das Reparieren am sozialen Brennpunkt. Für uns ist Schulsozialarbeit eine wichtige Voraussetzung, um insgesamt bessere Bildungsergebnisse zu erzielen. Deshalb ist es integraler Bestandteil eines Konzeptes für bessere Bildungsanstrengungen. Deshalb haben wir unser Versprechen erfüllt, eine Drittelfinanzierung bei der Schulsozialarbeit sicherzustellen. Was haben wir vorgefunden bei den Lehrern und Lehrerinnen? 711 Stellen nicht finanziert. Wären ab diesem Schuljahr schon gar nicht zur Verfügung, dann stehen Sie hierher und sagen, die schlechteste Lehrerversorgung seit langem. Also der Witz des Jahres. Der Witz des Jahres. Die erste Entscheidung im Nachtragshaushalt war, diese 711 Stellen durchzufinanzieren. Die wären bei Ihnen weggebrochen. Also eine Verbesserung um 711 Stellen. Und dann reden wir von 3.300 Lehrerstellen, die rechnerisch frei geworden wären. Die bleiben alle im System. Die sorgen alle dafür, dass es besser wird und nicht schlechter. Jetzt haben Sie auch die Krankheitsvertretung angesprochen. Solange Sie regiert haben, haben Sie immer bestritten, dass es einen wesentlichen Unterrichtsausfall gibt. Jetzt räumen Sie das plötzlich ein. Sie können ja auch gar nicht anders. Denn wir haben ja inzwischen herausgefunden, dass 1,5 Prozent der Lehrerschaft in Baden-Württemberg für Krankheitsreserve zur Verfügung steht. Im Schnitt im Bund sind es 2,5. Das heißt, Einzelne haben auch höhere. Einzelne haben höhere. Zum Beispiel das von Ihnen immer gescholtene Rheinland-Pfalz hat höhere Krankheitsreserve. Und deshalb ziehen wir jetzt nach 200 zusätzlichen Stellen für die Krankheitsreserve. Also ein erster Schritt, damit wir diesen Bundesdurchschnitt endlich erreichen. So, und jetzt haben Sie wieder rumgemosert an der Gemeinschaftsschule. Ich weiß überhaupt nicht, wovor Sie sich fürchten. Wovor fürchten Sie sich denn? Niemand muss diese Schule einführen. Niemand muss diese Schule einführen. Offensichtlich haben Sie eine solche Heidenangst davor, dass diese Schule ganz rasch eingeführt wird. Dass Sie jetzt versuchen, immer nur Sand ins Getriebe zu streuen. Immer nur Sand ins Getriebe zu streuen. Jetzt sagen Sie, wir wollen einen Faktencheck. Jetzt mache ich einen Vorschlag. Wir verabreden jetzt einen Praxischeck. Der Praxischeck besteht darin, dass wir schauen, wie viele Anmeldungen hatten im letzten Schuljahr die Schulen. Wie viele Anmeldungen hatten die Schulen an neuen Schülern, die im nächsten Schuljahr als Gemeinschaftsschule antreten. Und dann vergleichen wir die Anmeldezahlen von 2011-2012 mit den Anmeldezahlen von 2012-2013. Und Herr Kollege Rülke, dann werden wir sehen, wie die Eltern abstimmen, ob sie diese Schule verlassen oder ob sie sich dieser Schule zuwenden. Diesen Praxischeck machen wir. Und wenn in Gemeinschaftsschulen geringere Anmeldungen sind, dann werde ich hier herstellen und werde sagen, Sorry, wir haben uns geirrt. Diese Schule findet nicht den Zuspruch. Aber Herr Kollege Rülke, das ist ein Versprechen auf Gegenseitigkeit. Wenn mehr Schülerinnen und Schüler in diese Schule gehen als vorher, dann erwarte ich das Gleiche von Ihnen, dass Sie sich hierherstellen und sagen, wir haben Unrecht. Die Schule ist attraktiv. Herr Kollege Schmiedel, gestatten Sie jetzt zwei Zwischenfragen. Zum einen Kollege Drexler, zum anderen Kollege Röhm. Wer war der Erste? Drexler und dann Röhm. Herr Kollege Schmiedel, sind Sie überrascht, dass fast jeder zweite CDU-Bürgermeister diese Gemeinschaftsschule will? Um dem Kollegen Schmiedel Gelegenheit zu geben, die Antwort auf diese Frage zu überlegen, zunächst noch Kollege Röhm. Herr Kollege Schmiedel, Sie sind ja auch pädagogisch nicht ganz unbelegt. Deswegen meine Frage. Uns interessiert nicht von der CDU-Fraktion, wie viele Schüler diese Schule zunächst besuchen. Das ist ja eine Verheißungsschule, an der man sich den Abschluss... An der man, wie man erfahren konnte, der Schüler sich seinen Abschluss wünschen kann. Und der Wunsch wird dann erfüllt. Uns als CDU-Fraktion, die wir die Bildungspolitik ernst nehmen, interessiert, was am Ende dabei herauskommt. Und jetzt meine Frage. Wie sehen Sie in diesem Zusammenhang die Tatsache, dass genau an dieser Schnittstelle nach Klasse 10 die Diagnose und Vergleichsarbeit vorsorglich abgeschafft worden ist? Sehen Sie das als Ermutigung zum Vergleich oder als Behinderung? Also, fangen wir mal mit... Ja, der Fakt ist ganz einfach, Herr Kollege. Da liegt ein Missverständnis Ihrerseits vor. Die Schule wird nicht insgesamt auf einmal umgestellt, sodass Sie jetzt im nächsten Schuljahr einen Vergleich in Klasse 10 machen könnten. Sondern die Schule baut auf, ab Klasse 5. Das heißt, in sechs Jahren haben die dann das erreicht. Das ist in der nächsten Wahlperiode. Und dann können wir das vergleichen. Nur aus den Erfahrungen, die es bisher gibt im Land selber, mit Schulen, die etwa solche Ansätze haben, individuell fördern, in den Mittelpunkt zu rücken, haben wir überhaupt keinen Anlass daran zu zweifeln, dass es insgesamt bessere Ergebnisse gibt. So, wir, übrigens ist das, wenn Sie sagen, Verheißungsschule, ja, und dann kommen mehr Menschen. Ja, was ist denn dann die jetzige Werkrealschule in der Hauptschule, bei der immer mehr wegbleiben? So, jetzt mit den CDU-Bürgermeistern vor Ort. Das Schöne ist, dass immer wenn es vor Ort um konkrete Themen geht, die Ideologie außen vor greift. Das ist das Schöne. Die Fragen, was kann ich tun, um nicht nur meine Schule am Ort zu halten, sondern das Bildungsangebot zu stärken. Weil Sie doch wissen, dass das Bildungsangebot vor Ort der Wettbewerbsfaktor um die junge Familie ist. Deshalb wenden die sich dann zu und gucken sich das an. Und dann sagen Sie, Mensch, Gemeinschaftsschule, das ist endlich mal etwas, wo es nicht immer rückwärts geht, sondern eine Chance nach vorne. Deshalb greifen die das an. Meine Bitte ist doch nur, wenn es schon so ist, dass es vor Ort in der Regel parteiübergreifend angegangen wird, dann hören Sie doch auf, von Landesebene zu versuchen, Sand ins Getriebe zu streuen. Also, Ihr Brief an Ihre Kommunalpolitiker, das muss doch nicht wirklich sein. Sie können ja schreiben, schaut euch das genau an, guckt euch das an. Also, wir kriegen die Debatte, wenn das Gesetz kommt, im Entwurf ist es beschlossen, kriegen wir die Debatte, werden wir es nochmal vertiefen. Aber meine Bitte ist, der Respekt vor der kommunalen Ebene sollte so groß sein, dass man die einfach schaffen lässt. So, und jetzt, da haben Sie wieder ins Feld geführt, dass es eine völlig unnötige Ausgabe oder Verzicht auf Einnahmen sei, weil wir die Studiengebühren abschaffen. So, jetzt will ich Ihnen mal eins ins Stammbuch schreiben. Ein Studium kostet Geld. Ein Studium kostet Eltern richtig Geld. Und wenn dazukommt, was ja angestrebt wird, Auslandssemester, dann stehen schon viele vor der Frage, wie kann ich denn das Auslandssemester finanzieren? Und wenn da zwei Kinder zusammenkommen, dann wird es heftig. Deshalb, so zu tun, als sei das das Einzige an Studiengebühren, was auf die Familien dazukommt, deren Kinder jetzt eine akademische Ausbildung anstreben, das entspricht schlicht nicht der Realität. Sie, was Sie gemacht haben, ist, zu den immensen Kosten für Wohnen, für Fahren, für Material, für Exkursionen, für Auslandssemester, all das, was hier da ist, haben Sie noch mal eine politische Erschwernis über Studiengebühren draufgepackt. Und die schaffen wir jetzt ab. Und deshalb ist es eine notwendige Erleichterung, wenn wir wollen, dass mehr junge Menschen, was dringend notwendig ist, diese akademische Ausbildung anstreben. So, jetzt machen wir etwas, was Sie bei den Hochschulen nie gemacht haben. Sie haben einen sogenannten Solidarpakt gemacht. Der Solidarpakt, der sah aus, passt mal auf, wir verabreden, dass ihr weniger bekommt und der Pakt besteht darin, dass es verlässlich weniger ist. Das war der Pakt. So, was machen wir? Wir sagen, ihr kriegt keine Studiengebühren mehr, aber wir ersetzen die zu 100%. Sogar, sogar, sogar... Entschuldigung, beschließt es doch nachher. So, wir sagen den Hochschulen zu. Also, wir haben nachher den Tagesordnungspunkt, da können wir da auch noch mal im Detail reden. Wir sagen sogar zu, dass Sie einen gleichen Ersatz, Schmiedl hat das Wort, bitte Sie, dass Sie einen gleichen Ersatz für wachsende Studierenzahlen bekommen. Und das ist dann Wort gehalten, weil wir wissen, dass die Hochschulen vor großen Herausforderungen stehen und wir sie nicht damit alleine lassen. Jetzt haben Sie angesprochen, was das Integrationsministerium vorhat, nämlich bei der Frage der Integration sich nicht nur auf diejenigen zu konzentrieren, die neu zu uns kommen oder die vor einiger Zeit zu uns gekommen sind, sondern sich auch mit denen zu beschäftigen, die schon immer oder schon länger da sind. Aber was ist denn da falsch? Was ist denn da falsch? Und das zeigt doch nur, dass Sie einen immer noch falschen Ansatz für Integration haben, der lautet, wer hierher kommt, muss sich an das anpassen, was er vorfindet. Und nicht einen Prozess als erfolgreiche Integration zu betreiben, bei dem beide Seiten ihre Beiträge leisten, die, die schon länger da sind und die neu dazukommen. Und deshalb ist doch wichtig, dass wir das, was die Menschen denken über Zuwanderung, dass wir das alles kennen, um darauf einzugehen, denn wir wissen doch alle, dass es ohne Zuwanderung gar nicht geht. Wir brauchen Menschen aus dem Ausland, wir müssen eine Kultur des Willkommens entwickeln in Baden-Württemberg. Und deshalb haben wir das Ministerium und deshalb sind wir stolz auf unsere Integrationsministerium, dass sie genau dieser Aufgabe sich zuwendet, die über Jahrzehnte zu kurz gekommen ist in Baden-Württemberg. Dazu gehört übrigens auch die Abschaffung des Gesprächsleitfadens, der nämlich genau das auch wieder impliziert hat, zu sagen, es beweist mal, dass ihr auch schon alles verstanden habt, worum es hier geht. Ein Ding, das völlig überflüssig ist und das zu Recht von der Integrationsministerin abgeschafft wurde. Meine Damen und Herren, ich möchte zum Schluss noch eingehen auf das, was wir auch in Baden-Württemberg als eine notwendige Aufgabe sehen. Trotz der guten Arbeitsmarktentwicklung, die wir in Baden-Württemberg haben, auch etwas zu tun für diejenigen, die ohne Unterstützung am ersten Arbeitsmarkt oder an einem sozialen Arbeitsmarkt nicht unterkommen. Und das ist eine wachsende Zahl, das uns Sorge macht, prozentual ständig ansteigend Menschen, die über längere Zeit ohne Arbeit sind. Und deshalb sind wir froh und dankbar, dass wir ein Landesarbeitsmarktprogramm auf den Weg bringen werden im Jahr 2012, das sich genau um diese Personengruppe kümmert. Denn wir wollen auch keinen Menschen in Baden-Württemberg ohne die Chance auf eine Erwerbsarbeit lassen. Und wir freuen uns darauf, dass wir uns vornehmen, junge Menschen nach der Schule in Ausbildung zu bringen, ohne Warteschleifen, ohne Zeitverlust. Und wenn es etwas zu unterstützen gibt, dann das während der Ausbildung zu machen und sie nicht eine Warteschleife von einem oder zwei Jahren machen zu lassen. Und wir freuen uns darauf, dass es im nächsten Jahr ein Tariftreuegesetz geben wird, das anständige Unternehmen im Wettbewerb um öffentliche Aufträge nicht benachteiligt, weil wir voraussetzen dann durch das Tariftreuegesetz, dass nur diejenigen durch öffentliche Aufträge belohnt werden, die auch anständige Tariflöhne bezahlen und die ausbilden. Und deshalb auch einen Dank an die Landesregierung für die Bundesratsinitiative, für die Einführung eines flächendeckenden Mindestlohns. Es ist überfällig, meine Damen und Herren, und wir sind froh, dass es jetzt auch in der CDU und der FDP Diskussionen darüber gibt, ob das nicht wirklich ein Kern der sozialen Marktwirtschaft ist, dass man nicht über Lohndumping den Wettbewerb gewinnt, sondern über Qualität, über Besser, über Innovation, aber nicht über Lohndumping. Ich möchte noch zum Schluss aufgreifen, das, was wir auch vorgefunden haben im Bereich der inneren Sicherheit, denn innere Sicherheit ist auch ein wesentlicher Teil der sozialen Sicherheit. Und auch dort, Herr Kollege Haug, ein Investitionsstab. 300 Millionen Euro. Überalterte Technik. Es ist nicht eingestellt, die zusätzlichen Kosten, die gestiegenen Kosten für den Digitalfunk. Wir haben Autos vorgefunden, bei denen man befürchten muss, dass, wenn man die zum nächsten Einsatz fährt, unterwegs der TÜV die anhält und aus dem Verkehr zieht. So ist es. So ist es leider. Deshalb haben wir im Nachtrag 2011 ein Technik-Sofort-Programm über 6,3 Millionen auf den Weg gebracht. 33 Millionen in diesem Jahr für den Digitalfunk und zusätzliches Geld für technische Neuerungen. Und wir haben vorgefunden, eine Situation in den Revieren, bei denen permanent eine Unterbesetzung da ist. Und deshalb, um 50 Prozent von 800 auf 1200 die Neueinstellungen bei der Polizei, um überhaupt sicherzustellen, dass die Reviere in Zukunft arbeitsfähig sind, hat das sollten Sie doch sagen, ein richtiger Schritt. Und auch nicht dran rummusern, dass da neue Stellen entstehen. Und deshalb will ich jetzt auch darauf eingehen, was Sie angesprochen haben mit dem, was in der Beamtenbesoldung vorgesehen ist. Wenn ich alles zusammenrechne, da brauche ich jetzt den Rechner nicht, habe ich schon hier gemacht. Wenn ich alles zusammenrechne, was wir im Bildungsbereich voranbringen, da liegen wir in einer Größenordnung von 690 Millionen Euro. Und bei der Polizei habe ich gerade aufgezählt, was wir da Neues tun. Das heißt, wer nur auf das Thema die Beamtenbesoldung wird, wird bis A10, also Oberkommissar, um zwei Monate verschoben und bei den anderen um sechs, nee, acht, bei den anderen um acht. Wer nur da drauf schaut, der mag das als eine Ungerechtigkeit empfinden. Wer aber auf das Gesamtpaket schaut, auch gerade was an Entlastung auf Lehrerinnen und Lehrer zukommt, auf bessere Situationen in den Schulen, auf Chancen für neue junge Kolleginnen und Kollegen, der findet das am Ende vielleicht vertretbar und ausgewogen. Und deshalb bleibt an dieser Stelle auch mal ein ganz offenes Wort, weil wir natürlich die Briefe kennen und die Flugblätter kennen, die kursieren. Ein ganz offenes Wort an den Beamtenbund. Also wer jetzt schon scharf schießt, ohne dass es tatsächlich heiß ist, der läuft Gefahr, dass ihm die Munition ausgeht. Und deshalb rate ich an der Stelle zur Zurückhaltung. Jeder soll für seine Interessen eintreten, aber in Maßen und in der Gesamtschau ist das alles sehr vertretbar. Meine Damen und Herren, im März 2011 wurde der Wechsel gewählt. Wenn der Haushalt 2012 im Februar beschlossen ist, übrigens, er wird nicht so beschlossen, wie er eingebracht wird. Es gilt das Strugsche Gesetz. Nicht wie bei Ihnen, sondern Sie beteiligen sich, wir beteiligen uns. Das ist die oberste Pflicht des Parlaments. Aber wir sind sicher, wenn dieser Haushalt beschlossen ist, dann kann man sagen, der Wechsel in Baden-Württemberg hat gut begonnen mit solidarien Finanzen, wirtschaftlicher und ökologischer Vernunft und einem mehr an sozialer Sicherheit. Herzlichen Dank. Für die Fraktion der FDP-DVP spricht der Kollege Fraktionsvorsitzender Dr. Rülke. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich will zunächst einmal auf die auch heute wieder vom Kollegen Schmiedl vor allem, aber auch von der Kollegin Sitzmann unterstützten Erblastlegende eingehen. Diese Erblastlegende, die davon ausgeht, in der Vergangenheit über Jahrzehnte hat es unsolide Haushalte gegeben, über Jahrzehnte hat es Schuldenaufbau gegeben und wir bringen das Ganze jetzt in Ordnung. Meine Damen und Herren, Sie mögen mir nicht glauben, dass es anders ist, aber vielleicht glauben Sie am eigenen Finanzminister. Ich zitiere ihn vom 14.12.2011. Die Steuereinnahmen überstiegen 2011 das Vorkrisenniveau. Das Vorkrisenniveau war 2008. Sie haben 2011, Kollege Hauk hat es schon dargelegt, 2 Milliarden mehr Steuereinnahmen als 2008 und 2012 kriegen Sie nochmal 1,1 Milliarden mehr. Ja, wir hatten 2008 einen ausgeglichenen Haushalt mit 2 bis 3 Milliarden weniger Einnahmen und Sie loben sich dafür, dass Sie das jetzt auch schaffen. Ja, ist das solide Haushaltspolitik, meine Damen und Herren? Mit unserer Ausgabendisziplin hätten wir Milliarden tilgen können. Ja, wann wollen Sie denn damit anfangen, wenn nicht jetzt in dieser Hochkonjunktur und bei diesen enormen Steuereinnahmen? Das hat Ihnen aber immer noch nicht gereicht, sondern Sie mussten ja zusätzlich noch eine Steuer erhöhen, die Grunderwerbsteuer. Und das ist dann Regierungskunst, dass man aus der Tasche des Bürgers Geld nimmt, diese Tasche dann des Bürgers zugunsten der Staatstasche belastet und dann gibt man es in die andere Tasche des Bürgers wieder hinein, anstatt dass man das Geld gleich beim Bürger belässt. Das nennen Sie Regierungskunst und das in Zeiten übersprulender Steuereinnahmen, meine Damen und Herren. So wird aus Ihrem Wechsel mit Sicherheit bestenfalls ein laues Lüftchen. Und wenn Sie immer dem Bund vorwerfen, der Bund mache so eine schlechte Finanzpolitik und Sie könnten das besser und als Beleg dafür die Entlastung der Kommunen anfügen, die Sie ja nur deshalb schaffen, weil Sie an einer anderen Stelle eine Steuer erhöhen, da kann ich Ihnen sagen, der Bund hat die Kommunen komplett entlastet von der Grundsicherung im Alter. Und das zwar ohne Steuererhöhung, meine Damen und Herren. Und Grün-Rot muss eine Steuer erhöhen, um die Kommunen bei der Kinderbetreuung zu entlasten. Ist das Regierungskunst, meine Damen und Herren? Solide Haushaltspolitik sieht anders aus. Und dasselbe gilt für andere Bereiche. Ihre Ankündigungen im SPD-Wahlprogramm steht drin, 100 Millionen mehr für den Wohnungsbau. 25 Millionen sind daraus geworden und auch das aus einer Steuererhöhung. Und wiederum gilt das Prinzip linke Tasche, rechte Tasche und dann auch noch so schlecht gemacht, dass selbst der Mieterbund bei der Anhörung sagt, so werde das unwirksam. Wir haben schon mehrfach gesprochen über die neuen Stellen. 200 neue Stellen in den Ministerien, das sind übrigens 7 Prozent. Noch mal 200 in nachgeordneten Behörden. Und dann, Frau Kollegin Sitzmann, Sie haben ja die Behauptung aufgestellt, in zurückliegenden Debatten aus dem Haushalt ginge hervor, dass es weniger Stellen gäbe. Also ich vermute mal, Sie haben das Stellenabbauprogramm, das wir im vergangenen Jahr auf den Weg gebracht haben und das bis 2016 angelegt gewesen ist und dass Sie jetzt bis 2020 strecken. Möglicherweise haben Sie das gemeint. Und wenn das dann möglicherweise im Jahr 2020 umgesetzt ist, dann haben Sie Stellen eingespart. Aber Sie können doch nicht ernsthaft den Eindruck erwecken, und das haben Sie getan, aus diesem Haushalt gingen schon ein weniger an Stellen hervor. Auch hier haben Sie getrickst. Das Integrationsministerium. Allein 33 neue Stellen im höheren Dienst. Sieht so sparen aus. Also, Herr Minister Schmidt, wenn man das alles zusammenrechnet, Herr Finanzminister, wenn das ein Sparhaushalt ist, dann ist Bunga Bunga ein Keuschheitsversprechen, meine Damen und Herren. Ich will durchaus an der einen oder anderen Stelle, wir machen ja konstruktive Oppositionspolitik, der Kollege Schmidl Ihnen recht geben, Sie haben den Innenminister gelobt. Es ist richtig, es ist positiv, wir unterstützen das, zusätzliche Stellen für die Polizei, mehr Ausgaben im investiven Bereich, insbesondere für die digitale Infrastruktur, das ist durchaus zu begrüßen. Wenn ich auch mir den Hinweis erlaube, dass die Voraussetzung für die zusätzlichen Polizistenstellen im Jahre 2008 durch uns geschaffen wurde, indem wir die Ausbildungssituation bei der Polizei verbessert haben und neue Polizeianwärter eingestellt haben, meine Damen und Herren. Es gehört zum normalen Regierungshandeln, die Infrastruktur zu verbessern. Dafür braucht man auch keine Rücklage. Das kann man auch aus dem normalen Haushalt machen. Das ist wieder dieses Prinzip, eine Tasche, nächste Tasche, dritte Tasche. Ja, Herr Kollege Drexler, Sie sagen, wir haben das nicht gemacht. Das ist völlig richtig. Man kann etwas für die Infrastruktur tun, ohne dass man irgendwelche schwarzen Kassen schafft, die man dann Sanierungsrücklage nennt. Das ist überhaupt nicht notwendig. Doch, das machen Sie. Und dann erklären Sie, dass Sie angeblich 800 Millionen investieren. Dazu zählen Sie dann beispielsweise die Kompensation für die Studiengebühren, die Sie vorher abschaffen. Das nennen Sie dann Investitionen. Wieder Umfinanzierung von der einen Tasche in die andere Tasche. 144 Millionen haben Sie aus dieser Sanierungsrücklage entnommen. Beispielsweise für Verkehr, Schiene und Straße, staatlichen Hochbau und Hochwasserschutz. 15 Millionen für den Hochwasserschutz. Meine Damen und Herren, wenn ich 15 Millionen brauche für den Hochwasserschutz, brauche ich nicht vorher eine Sanierungsrücklage. Das kann ich aus dem normalen Haushalt nehmen. Aus dem Haushalt in die Sanierungsrücklage, aus der Sanierungsrücklage wieder in den Haushalt und dann in den Hochwasserschutz, meine Damen und Herren. Statt direkt aus dem Haushalt in den Hochwasserschutz. Das geht doch nur darum, den Menschen Sand in die Augen zu streuen und ihre großartige Sanierungsrücklage öffentlich zu verkaufen. Und dasselbe gilt für den Straßenerhalt. Davon hat der Kollege Haug ja schon gesprochen. 2011 stehen im Haushalt 105 Millionen. Und Sie haben ja immer mit Holter die Polter und was auch immer der Bevölkerung erzählt, die alte Regierung hat über Jahrzehnte die Infrastruktur verlottern lassen. Und jetzt kommen wir. Und jetzt kommen wir. Und jetzt wird alles besser. Und was stellt man fest? Im Haushalt 2012 steht weniger drin, als im Haushalt 2011. Und das trotz Sanierungsrücklage. Statt 105 Millionen im Haushalt haben Sie dann 50 Millionen originäre Haushaltsmittel und nehmen nochmal 50 Millionen aus Ihrer Sanierungsrücklage. Und das ist dann die große Leistung für die Infrastruktur. Also, meine Damen und Herren, das ist doch Rosttäuscherei. Und das ist ein Missbrauch Ihrer Sanierungsrücklage, nur um die Bevölkerung zu täuschen. Und dasselbe gilt für die Krankenhausfinanzierung. Die Versprechen aus dem Wahlkampf. 600 Millionen, 700 Millionen für die Krankenhausfinanzierung. Und was stellt man fest, wenn man sich Ihren Haushalt anschaut? Im Jahr 2011 stehen 382,5 Millionen drin für die Krankenhausfinanzierung. Im Jahr 2012 dann nur noch 370 Millionen. Trotz aller Sanierungsrücklagen. Trotz aller Versprechungen. 600 Millionen haben Sie versprochen. Und lesen Sie mal den Staatsanzeiger. Alle die Betroffenen jammern, die sich gefreut haben auf die neue Politik, auf die Kultur des Zuhörens, auf die Landesregierung, die da kommt und die Infrastruktur in Ordnung bringt. Reingefallen sind die alle. Und lange Gesichter. Das ist das Einzige, was Sie erreicht haben mit Ihrer Politik. Und dasselbe gilt für die Sacharbeit der Landeszentrale für politische Bildung. Auch das wurde schon angesprochen. Und vorsichtshalber hat sich ja der Kollege Skerl verkrümelt. Denn er hat hier in der vergangenen Woche im Landtag nachweislich die Unwahrheit gesagt. Der Kollege Skerl hat in der Plenardebatte in der letzten Woche wörtlich behauptet, 200.000 Euro mehr für die Landeszentrale für politische Bildung. Und nachweislich werden über 350.000 gestrichen. Und selbst wenn Sie zusätzlich 100.000 Euro für die Gedenkstätten nehmen, die da drinstehen, und das der Landeszentrale für politische Bildung zurechnen. Und wenn Sie auch die 220.000 zusätzlichen Euro für das freiwillige ökologische Jahr zurechnen, haben Sie immer noch per Saldo ein Minus für den Bereich der Landeszentrale für politische Bildung. Und somit hat der Kollege Skerl hier im Landtag eindeutig die Unwahrheit gesagt, wäre er Bundespräsident, würde es jetzt eng für ihn, meine Damen und Herren. Grün-Rot hat angeblich den Bildungsaufbruch erfunden, meine Damen und Herren. Der Kollege Schmid hat in der vergangenen Woche erklärt, wir lassen 3.300 Stellen im System, die rechnerisch hätten gestrichen werden können. Das ist richtig. Aber das haben wir auch so gemacht, siehe Bildungsinitiative und siehe die Senkung des Klassenteilers. Davon haben damals alle profitiert. Bei Ihnen profitiert nur Ihr ideologisches Projekt der Einheitsschule, meine Damen und Herren. Sie finanzieren um in diese Richtung zu Lasten aller anderen, zu Lasten aller anderen Schultypen. Die anderen Schultypen, die müssen bluten für Ihr ideologisches Projekt der Einheitsschule. Die anderen werden vernachlässigt, damit sie ein System bekommen, wo sie alle Schüler in die gleiche Schule stecken, wo dann die Guten unterfordert und die Schlechten überfordert werden bei diesem System. Das wird unser Land nicht weiterbringen. Deshalb haben sie dann auch die Vergleichsarbeiten abgeschafft, weil sie Angst haben davor, dass eben die Evaluierung genau deutlich macht, dass die Einheitsschule uns nicht weiterbringt. Und zwar keinen Meter. Und es geht weiter mit den Tricks. Jetzt, vielleicht kann mir jemand auf Anhieb schon zurufen, von wem dieses Zitat stammt. Jenseits dieses Kernhaushalts existieren jedoch sogenannte Extrahaushalte. Sehr anschaulich zeigt sich dies am Beispiel der Neckar-Prie GmbH. Das Beispiel macht deutlich, dass es zwar die Bilanz aufhübschen mag, diese Posten einfach unter den Tisch fallen zu lassen, doch das Problem löst ein solcher Taschenspielertrick natürlich nicht. Taschenspieler, nein, es war der Finanzminister Schmid. Der Finanzminister Schmid war es am 29.06.2011 in diesem Haus. Neckar-Prie, Finanzierung über Neckar-Prie, ist also ein Taschenspielertrick. Meine Damen und Herren. Und was machen Sie? Wie wollen Sie jetzt die Kapitalerhöhung für die EMBW schultern? Offensichtlich doch mit demselben Taschenspielertrick. Meine Damen und Herren. Ja, gelten Taschenspielertricks nur dann, wenn Sie in der Opposition sind. Und wenn Sie in der Regierung sind, dann ist es richtige Politik. Also Sie müssen sich schon mal überlegen, mit welchen Maßstäben Sie messen. Und deshalb, wenn Sie sich an Ihren eigenen Maßstäben messen, ist es eben auch nicht richtig, wenn Sie behaupten, wir machen keine neuen Schulden. Denn die 400 Millionen, die Sie nach Nils Schmid als Taschenspielertrick über Neckar-Prie finanzieren, sind eben dann nach seiner eigenen Definition durchaus auch neue Schulden. Noch mal was zu Ihren weiteren angeblichen Taschenspielertricks. Angebliche Taschenspielertricks, ja. Das ist ein Begriff des Kollegen Schmid, den er verwendet hat für Neckar-Prie, aber auch für einmalige Sonderausschüttungen der Beteiligungsgesellschaften des Landes. Also sollte man ja annehmen, dass Sie zu solchen Taschenspielertricks nicht greifen. Wenn man aber im Kapitel 620 des Haushaltes nachblättert, stellt man fest, dass auch in Ihrem Haushalt solche einmaligen Sonderausschüttungen in Höhe von 10,25 Millionen zum Ausgleich des Haushalts vorgesehen sind. Willkommen im Club der Taschenspieler, meine Damen und Herren. So betreibt man offensichtlich Haushaltspolitik bei Ihnen. Und wenn der Finanzminister erklärt hat, wenn man dies alles summiert und er in der vergangenen Woche erklärt hat, das Prinzip dieses Haushaltes wäre Bildung, Bildung, Bildung. Meine Damen und Herren, wir stellen fest, Trixen, Trixen, Trixen. Das ist das Prinzip dieses Haushalts, meine Damen und Herren. Nun, Herr Kollege Schmidl, zu den Beamten. Das war ja interessant, auch jetzt wieder Ihre heutige Wendung mit den Drohungen an dem Beamtenbund zu erleben. Hat sich ja in der Vergangenheit anders angehört. Aber immerhin, Sie bekennen sich jetzt nachhaltig dazu, zu diesem Prinzip, die Indianer sollen bluten, damit mehr Häuptlinge alimentiert werden können. Und heute wurde es offenbar, in der Vergangenheit hatten wir ja den Eindruck, es gäbe da Differenzen in der Regierungskoalition. Zwischen der Kollegin Sitzmann, die als Chandark gegen die Beamten zu Felde gezogen ist, und Mutter Theresa hat dann dem Beamten wieder ihre Zuwendung versichert. Heute stellen wir fest, Mutter Theresa hat ihr barmherziges Kopftuch abgesetzt und als weiße Fahne gehisst. Das ist das, was nun die Beamten am heutigen Tag erleben. Und das Interessante ist, dass es ihnen gelungen ist, ja durchaus auch den Beamten einzureden, das seien nur die Grünen. Die Beamten, die diese ganzen Rundschreiben und so, die gehen ja alle in Richtung Grüne. Und das ist schon eine bemerkenswerte Leistung, Herr Kollege Schmidl, muss ich anerkennen. Schmid stellt den Haushalt auf, Schmidl winkt ihn durch, und die Bösen sind nur die Grünen. Es geht sogar so weit, dass man Briefe erhält von den Beamten und Versorgungsempfängern einer Gemeinde aus Südbaden. Ich will das vorlesen, anschließend auch nicht zerreißen. Sehr geehrter Herr Dr. Rülke, mit großer Enttäuschung, ja Empörung, müssen wir davon Kenntnis nehmen, dass insbesondere die Landtagsfraktion der Grünen beabsichtigt, von uns Beamten in Baden-Württemberg als Sparmausnahme für den Haushalt, der 2 Milliarden Steuermehreinnahmen zu verzeichnen hat, finanzielle Sonderopfer zu verlangen. Dies können wir in keinster Weise nachvollziehen. Wird noch besser. Wir müssen diese Absicht als Wortbruch verstehen. Und das ausgerechnet von einer Partei, die mit dem Versprechen angetreten ist, eine neue Politikkultur in Baden-Württemberg nach der 50-jährigen Herrschaft der CDU einzuführen. So kurz waren die Beine. Und jetzt kommt der Höhepunkt. Wenn man den Meinungsforschungsinstituten glauben kann, haben 35 Prozent der Beamten bei der Landtagswahl die Grünen gewählt. Dies könnte sich recht schnell ändern, wenn Sie, sie groß geschrieben, Ihre Beamtenfeindliche Politik nicht korrigieren. Also die schmiedelsche Propaganda war so nachhaltig, dass manche Beamte mich für einen Grünen halten. Stellen Sie sich das mal vor. Ich, ein Grüner. So weit geht es schon. Da muss ich mal drüber nachdenken. Die Grünen sind also die Sündenböcke. Kollege Schmiedl, Sie haben es geschafft, dieses Bild zu Ende zu bringen. Sie kennen es ja aus Goethes Faust, das Gretchen mit der Blume. Die Beamten müssen bluten. Sie müssen nicht bluten. Die Amten müssen bluten. Sie müssen nicht bluten. Am Ende müssen sie bluten, meine Damen und Herren. Die Liebesgeschichte zwischen Gretchen und Faust ist übel ausgegangen. Die von Schmiedl und den Beamten wahrscheinlich auch. Denn, meine Damen und Herren, wer sich als Beamter künftig noch auf Schmiedl verlässt, der kann auch Pinocchio als Lügendetektor einsetzen, meine Damen und Herren. Die Risiken in diesem Haushalt sind enorm. Der Steuerzahlerbund hat sie Ihnen heute noch ins Stammbuch geschrieben. Zwei Milliarden mehr Ausgaben gegenüber der alten Landesregierung. Strukturell wirkende Ausgaben, wie beispielsweise diese neuen Beamtenstellen. Sie haben keinerlei Vorsorge für eine mögliche Zinsentwicklung. Sie haben teure Vorhaben wie die Einheitsschule, die erst später voll wirksam werden, wo sie keinerlei Vorsorge treffen. Sie haben eine unklare Konjunkturentwicklung. Und sie haben keinerlei strukturelle Sparanstrengungen. Sie betreiben keine Wirtschaftspolitik, nichts mit Innovation und Wachstum, was dann möglicherweise künftigen Konjunkturschwächen entgegenwirken können. Ihre Politik heißt einfach beten, damit die Zukunft gut wird und damit man möglicherweise die eigenen Versprechen halten kann. Sie haben die Studiengebühren, ich zitiere wieder den Finanzminister, endlich abgeschafft, endlich abgeschafft. Es klang auch in der Vergangenheit anders. Stuttgarter Nachrichten vom 9. Oktober 2009. So hat er als junger Abgeordneter ein Argumentationspapier pro Studiengebühren verfasst und in der Fraktion verteidigt. Oder Stuttgarter Nachrichten vom 23. März 2005. Zitat Nils Schmidt. Ich bin unverändert der Meinung, dass Studiengebühren unter besonderen Bedingungen sinnvoll sind. Und als Finanzminister erklärt er dann, endlich haben wir es abgeschafft. Und dann wird den Hochschulen wieder aus dem Haushalt gegeben, auf unsoziale Weise, damit die Putzfrau dann das Studium des Chefarztes finanzieren kann. Das ist keine vernünftige Politik. Da kann ich Sie nur dazu auffordern, unseren Weg mitzugehen, den wir vorschlagen werden, nämlich mit nachlaufenden Studiengebühren die Möglichkeit zu schaffen, dass niemand vom Studium abgehalten wird und dass auf der anderen Seite aber auch die Möglichkeit geschaffen wird, ohne Belastung des Haushalts, diese Möglichkeiten, die die Universitäten in den letzten Jahren hatten, zu erhalten. Sie haben keinerlei Anstrengungen unternommen bei den Pensionsrückstellungen. Unser Antrag in diesem Zusammenhang wurde abgelehnt. Deshalb wirken diese neuen Ausgaben, deshalb wirken diese neuen Stellen, die Sie geschaffen haben, auch weiterhin strukturell. Sie sind nicht, zumindest bis jetzt noch nicht bereit, die Schuldenbremse in die Landesverfassung aufzunehmen, auch nicht in die Haushaltsordnung, in die Landesverfassung aufzunehmen. Und insofern gibt es offensichtlich von Ihrer Seite nach wie vor keinerlei Bereitschaft, die Solidität, die Sie für spätestens 2020 angekündigt haben, auch im Vorfeld umzusetzen. Nochmal Finanzminister Schmidt am 14.12.2011, Zitat, ohne solide Finanzen ist alles nichts. Ja, wenn dem so ist, dann ist alles nichts, was Sie hier machen, meine Damen und Herren. Und Sie fragen nach Alternativen. Natürlich ist es Ihr gutes Recht, und es ist auch eine legitime Forderung an die Opposition, nach Alternativen zu fragen. Und die Alternativen liegen klar auf dem Tisch. Nicht erst seit heute, aber ich will sie Ihnen gerne noch einmal zusammenfassen. Wir haben, und das ist auch eine Forderung des Beamtenbundes, Lebensarbeitszeitkonten vorgeschlagen. Das wären in diesem Haushalt schon wirksam 20 Millionen Euro gewesen, anwachsend. Das wurde von Ihnen wieder vom Tisch genommen. Wir haben deutlich gemacht, dass wir die Studiengebühren aktuell 117 Millionen nicht gestrichen hätten. Wir haben deutlich gemacht, diese Sanierungsrücklage mit 560 Millionen halten wir für unnötig. Das ist eine Aufgabe, die dem Zugriff des Haushaltsgesetzgebers nicht entzogen werden darf. Diese ganzen Stellenausweitungen hätten wir nicht vorgenommen. Und im Übrigen, was den Länderfinanzausgleich anlangt, Frau Kollegin Sitzmann, Sie haben so getan, als wenn da schon große Leistungen zu bejubeln wären, als wenn da schon etwas zu erwarten wäre, als wenn Sie vorangekommen wären mit diesen Verhandlungen, die Sie so loben. Ja, was ist denn passiert? Nichts ist passiert. Sie haben unsere Klageandrohung vom Tisch genommen, haben erklärt, da muss man noch einmal drüber reden und glauben, das reicht schon. Und Sie glauben, damit erreichen Sie etwas im Kampf, gegen diesen Länderfinanzausgleich. 2,4 Milliarden aktuell, die die Bürgerinnen und Bürger in Baden-Württemberg bluten müssen, damit Leute wie in Berlin weiter ihre unsoziale Politik betreiben können, meine Damen und Herren. So darf es nicht weitergehen. Wir müssen gegen diesen Länderfinanzausgleich wirksam vorgehen. Und dazu müssen Sie Ihren Beitrag leisten. Ich kann Sie nur dazu auffordern, den Weg wieder voranzugehen, den wir beschritten haben. Klagen Sie endlich gegen diesen Länderfinanzausgleich. Die Kollegen aus Hessen und Bayern zumindest haben Sie an Ihrer Seite. Und dann, Frau Sitzmann, haben Sie die Chance, etwas zu erreichen. Wenn Sie mit den Berlinern darüber reden und fragen, wollt ihr vielleicht weniger bezahlen? Das werden Sie wahrscheinlich, den Tag werden Sie wahrscheinlich nicht erleben, wo die Berliner sagen, nein, wir verzichten drauf. Sondern der einzige Weg führt über eine Klage. Und dann, Herr Ministerpräsident, kann ich Sie nur ermutigen, weiter über das Thema Pkw-Maut nachzudenken. Ich glaube, es ist mit Sicherheit der richtige Weg, diese Pkw-Maut weiter auf Bundesebene zu verfolgen. Denn es ist ja richtig, dass die ausländischen Verkehrsteilnehmer auf den baden-württembergischen Autobahnen fahren, ohne dass sie ihren Beitrag leisten, während die Baden-Württemberger, sobald sie ins Ausland kommen, bezahlen müssen, meine Damen und Herren. Deshalb ist diese Pkw-Maut ein richtiger Vorschlag. Man muss nur darüber reden, wie man das umsetzt. Wir schlagen vor, zunächst einmal auf dem Weg über eine Vignette. Sie werden es möglicherweise sagen, damit habe man keinen ökologischen Lenkungseffekt. Das mag sein. Aber wir haben beispielsweise die Ökosteuer, wir haben beispielsweise die Mineralölsteuer. Das ist ökologischer Lenkungseffekt genug. Die Pkw-Maut dient einem anderen Weg. Und deshalb kann ich Sie nur ermutigen, Herr Ministerpräsident, diesen Weg weiterzugehen, aber nicht über irgendwelche elektronischen Systeme, mit denen man dann Bewegungsprofile erstellen kann, nach dem Prinzip Big Winfried is watching you, sondern gehen Sie den Weg über eine Vignette. Ich sage Ihnen auch in aller Deutlichkeit, man wird in der Zukunft nach der Restrukturierung darüber nachzudenken haben, wie es mit der LBBW weitergeht nach der Restrukturierung und wie es weitergeht mit der EMBW. Ihr Vorschlag, den wir schon länger gemacht haben, möglicherweise an eine Veräußerung, an Stadtwerke zu denken und an regionale Energieversorger, ist ein richtiger Ansatz. Und all das sind Ansätze, die in der Zukunft haushaltswirksam werden können. Im Fazit, meine Damen und Herren, ist der Haushalt, den Sie für das Jahr 2012 vorgelegt haben, kein Haushalt, der das Land Baden-Württemberg weiterbringt. Er ist ein Haushalt, der das eine oder andere grün-rote Prestigeprojekt vielleicht ein Stück weit weiterbringt. Aber er ist kein Haushalt, der das Land Baden-Württemberg weiterbringt. Und der von Ihnen angekündigte Weg der Konsolidierung, der von Ihnen angekündigte Weg des Sanierens, den sehen wir nicht. Sie haben alle wesentlichen Probleme auf die Zukunft vertagt und Sie haben zusätzliche strukturelle Risiken in diesem Landeshaushalt geschaffen. Meine Damen und Herren, dieser Landeshaushalt, so wie Sie es angekündigt haben, hätte das Meisterstück von grün-rot werden sollen mit diesem Landeshaushalt hätten Sie nicht mal die Lehrlingsprüfung bestanden, meine Damen und Herren. Für die Landesregierung spricht der Minister für Finanzen und Wirtschaft, Dr. Nils Schmid. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich bin ja mal gespannt, ob Herr Hauke es schafft, auch weniger als zehn Minuten zu spät zu kommen. Ich habe immerhin einen guten Grund gehabt, ich war nämlich mit der Wirtschaft des Landes in Saudi-Arabien, bin heute Nacht um halb drei in Flüge gestiegen und heute Morgen hier angereist. Es war übrigens, um das auch deutlich zu machen, die dritte Dienstreise innerhalb von drei Monaten, wo ich die baden-württembergische Wirtschaft im Ausland unterstützt habe. Und Sie sehen, dass der Wirtschaftsminister des Landes Tag und Nacht für das Land unterwegs ist. Und, Herr Hauke, wir werden gerne das vertiefen, was wir in Saudi-Arabien besprochen haben. Heute geht es um den Landeshaushalt und Sie haben sich ja redlich bemüht, sogar länger als ich bei der Einbringungsrede, sich durch ein Zahlenwürfel durchzukämpfen und mannhaft versucht, diesen Landeshaushalt zu analysieren. Leider sind Ihnen einige Fehlinformationen unterlaufen. Deshalb will ich jetzt die Gelegenheit nutzen, für die Landesregierung einiges klarzurücken. Das Erste ist, und das fand ich nun mal die steilste These des heutigen Vormittags, diese Landesregierung würde Baden-Württemberg weiter in die Verschuldung treiben. Wir haben 2011 keine neuen Schulden gemacht, wir werden 2012 keine neuen Schulden machen. Wir sanieren den Landeshaushalt, den Sie in den Schuldensumf getrieben haben. Und Sie haben uns nicht nur einen Schuldensumf hinterlassen, sondern Sie haben uns schwere Erblassen für die folgenden Jahre hinterlassen. Ich weise noch mal hin auf die Lücken in der mittelfristigen Finanzplanung. Ich weise darauf hin, ich weise darauf hin, ich weise darauf hin, ich weise darauf hin, bei der Rückzahlungsverpflichtung aus dem LIB-ZIP-Programm, die Sie auf drei Jahre in der mittelfristigen Finanzplanung verankert haben, die wir nicht einfach wegpusten konnten, sondern die wir jetzt verarbeiten mussten. Deshalb haben wir so Probleme, Investitionen zu verstetigen. Trotzdem ist das Investitionsniveau bei den Sanierungsausgaben höher als in der Vergangenheit. Und damit zeigen wir an, dass wir den Aspekt Sanieren in diesem Landeshaushalt besonders ernst nehmen. Und schließlich haben Sie in der Vergangenheit durch zahlreiche Einmalaktionen den Landeshaushalt versucht zu stopfen. Ich erinnere an die Sonderausschüttung der L-Bank, ich erinnere an die Entnahmen aus dem Grundstock. Das machen wir nicht weiter. Und die einzige Ausschüttung, die wir weitermachen, ist eine reguläre Ausschüttung im Einzelplan 06 aus den Landesbeteiligungen. Und da, lieber Herr Rübke, will ich Ihnen eins sagen. In der mittelfristigen Finanzplanung war diese Ausschüttung, keine Sonderausschüttung, sondern die reguläre Ausschüttung auf 25 Millionen im Jahresdurchschnitt angelegt. Wir haben sie aus Vorsichtsgründen und um die Landesbeteiligung nicht weiter zu schwächen, auf diese von Ihnen genannten 10 Millionen abgesenkt. Also alles andere als unsolide, sondern eine vorausschauende Haushaltspolitik auch bei den Ausschüttungen der Landesbeteiligungen. Und ich sage Ihnen eines, was die Schattenhaushalte anbelangt, war ich schon, bevor Sie überhaupt im Parlament waren, der Auffassung, dass das ein Unding ist. Und dazu stehe ich, dazu stehe ich uneingeschränkt. Und deshalb ist es natürlich keine Ideallösung, keine Ideallösung, eine mögliche Kapitalerhöhung des Landes über die NECAPRI weiter zu finanzieren. Aber Sie haben die NECAPRI nun einmal eingerichtet und es ist sinnvoll, die Aktien des Landes dann bei einer Trägergesellschaft zu bündeln. Und schließlich haben wir schon als Regierung die Voraussetzung dafür geschaffen, dass wir über eine Vermögensrechnung eine Transparenz über die Vermögensverhältnisse des Landes gerade auch bei Neben- und Schattenhaushalten anstreben. Insofern glaube ich, wir sind auf einem guten Wege und ich gestehe Ihnen ausdrücklich zu, dass Schattenhaushalte von übel sind. Deshalb werden wir sie Schritt für Schritt abbauen und über eine Vermögensrechnung transparent machen. Ich freue mich da auf Ihre Mitarbeit. Herr Minister, gestatten Sie eine Zwischenfrage des Kollegen Haug? Sie haben eben bestätigt, dass Sie die Kapitalerhöhung durchführen. Und Sie haben auch den Weg bestätigt, wie das laufen soll, nämlich über eine Anleihenfinanzierung. Bestätigen Sie damit auch gleichermaßen, dass die Ertragskraft der ENBW ausreicht, um die Anleihen entsprechend gegenzufinanzieren? Ich kann überhaupt nichts bestätigen, sondern nur sagen, dass die Landesregierung eine Kapitalerhöhung bei der ENBW dem Landtag vorschlagen wird und dass wir ab Januar dem Landtag, den Regierungsfraktionen, dem zuständigen Ausschuss und natürlich auch dem Parlament alle geeigneten Informationen in Zusammenarbeit mit der Unternehmensleitung der ENBW zur Verfügung stellen werden, damit der Landtag darüber entscheiden kann, ob er und in welcher Höhe er eine solche Kapitalerhöhung erzeichnet wird. Wir werden es vorschlagen und wir schlagen ebenfalls vor, dass es über die Neckar finanziert wird. Und dann werden wir dem Landtag in Zusammenarbeit mit ENBW genau darlegen, wie es sich mit den Ausschüttungen verhalten wird in den nächsten Jahren. Das ist etwas, was die alte Landesregierung vorbildlich bei der Kapitalspritze für die LBW gemacht hat. Das ist etwas, was die Regierung Mappus sträflich vernachlässigt hat unter Umgehung der Verfassung. Und wir werden deshalb ein transparentes, verfassungsgemäßes Verfahren für die Kapitalerhöhung anstreben. Und dann bin ich noch auf die Nachfrage des Kollegen Haug. Damit ist die Meinungsbildung bzw. die Haltung der Regierung und des Regierungshandels zum Thema Kapitalerhöhung abgeschlossen. Der Regierungshandels ist noch nicht abgeschlossen, weil wir noch nicht die mögliche Höhe und die genauen Ausschüttungsszenarien in dem Landtag vorgelegt haben. Die Landesregierung befindet sich noch mitten in der internen Beschlussfassung und in der Erarbeitung von Vorlagen, die sie dann dem Landtag zuleiten wird. Insofern ist das Regierungshandeln zu der Frage der Kapitalerhöhung noch nicht abgeschlossen. Ich will dann gerne noch auf die Frage von Rücklagen eingehen, weil CDU und FDP jetzt wackere Kämpfer gegen Haushaltsrücklagen geworden sind. Ich will nur mal in die jüngere Vergangenheit zurückblicken und Sie daran erinnern, dass Sie ab dem Jahr 2007 bis heute vier Rücklagen gebildet haben in dreistelliger Millionenhöhe. Das erste war aus dem Jahr 2007 eine sogenannte Rücklage für Steuermindereinnahmen und weitere Haushaltsrisiken in Höhe von damals 717 Millionen Euro. Dann ein sogenanntes Impulsprogramm Baden-Württemberg als zweite Rücklage aus ihrer Regierungszeit aus dem Jahr 2007 178 Millionen Euro ursprünglich. Schließlich eine Rücklage für die Kleinkindbetreuung aus dem Jahr 2007 damals Höhe 167,6 Millionen Euro. Und schließlich eine Rücklage aus dem Jahr 2008 sogenannte Bildungsoffensive 528,1 Millionen Euro. Das heißt, Sie haben mit Rücklagen operiert, als wäre es überhaupt kein Problem. Deshalb wundert es mich jetzt, dass Sie sich so darüber empören, dass wir eine zweckbestimmte Rücklage für Sanierung eingerichtet haben. Wir haben das immer transparent gemacht und vor allem, es steht vollkommen in der Entscheidungsgewalt des Landtags, diese Rücklage aufzulösen, umzuwidmen, für andere Zwecke zu verwenden. Sie haben es in der Hand als Landtagsabgeordneter. Es ist keine geheime Rücklage, sondern es ist eine dem Landtag zugängliche, der Entscheidungsgewalt des Landtags unterliegende Rücklage für bestimmte Zwecke. Der Landtag ist völlig souverän im Umgang mit diesen Geldern. Und schließlich ist diese Rücklage auch nicht ein schlechtes Geschäft. Also die Wirtschaftlichkeitsfrage haben wir intensiv geprüft. Und aus dem Grunde haben wir im Haushaltsrecht eine Möglichkeit geschaffen, dass die Mittel aus der Sanierungsrücklage unterjährig für die Liquiditätssteuerung des Landeshaushalts eingesetzt werden können. Damit ist das Problem der Wirtschaftlichkeit gar nicht gegeben, weil wir jederzeit unterjährig tilgen können und das für den Schuldenabbau einsetzen können. Es ist also auch in Wirtschaftlichkeitsbetrachtung eine sehr gute Lösung. Deshalb verstehe ich nicht, weshalb Sie gegen diese Rücklage so ankämpfen. Sie haben sie selbst im Haushalt beschlossen, also der Landtag. Der Landtag hat mit seiner Mehrheit sie beschlossen. Sie ist jederzeit zugänglich, sie ist wirtschaftlich und damit auch komplett verfassungsgemäß. Und schließlich, wenn wir schon über Schattenhaushalte reden, dann werden wir in den nächsten Monaten in der Tat darüber nachdenken müssen, in der Landespolitik, Landesregierung und Landtag gemeinsam, wie wir mit der Landesstiftung als dem größten Schattenhaushalt dieses Landes umgehen. Denn wenn es einen Schattenhaushalt gibt, dann ist es dieser und den haben nun mal Sie eingerichtet. Ich will zu den strukturellen Fragen und strukturellen Einsparungen kommen. Sie haben zu Recht darauf hingewiesen, dass in diesem Landeshaushalt die Landesregierung noch nicht allzu breit strukturelle Einsparungen vorlegen konnte. Aber trotzdem, die Anpassungen bei der Beihilfe wirken nachhaltig. Das ist ein Betrag von etwa 30 Millionen Euro, der nachhaltig Personalkosten entlastet und übrigens allemal den vorübergehenden Mehrbedarf aus zusätzlichen Stellen abdeckt. Das sind etwa 10 Millionen Euro und die sind wie gesagt mit KW-Vermerken verbunden. Also insofern glaube ich, dass das zumindest mal ein Ansatz ist, wo wir nachhaltig die Personalkostensituation entlasten. Und übrigens müssen Sie auch mal den Widerspruch aufklären. Einerseits kämpfen Sie gegen ein vermeintliches Sonderopfer der Beamten an. Andererseits mahnen Sie strukturelle Einsparungen an. Wo wollen Sie es denn machen? Wenn nicht bei den Personalkosten, lieber Herr Hock und lieber Herr Rüge. Ich sage Ihnen mal eines ganz deutlich. Wir werden, wenn wir einen Mittelfristplan bis 2020 auflegen wollen, wenn wir im Jahr 2013 und 2014 dem Doppelhaushalt halbwegs vernünftige Haushaltszahlen produzieren wollen, dann werden wir nicht umhinkommen, die Personalkosten anzuschauen. Sie machen nun mal 40 Prozent des Landeshaushalts aus. Und deshalb war es richtig, dass auch bei der Deckung des Haushalts 2012 ein angemessener Beitrag der Beamtenschaft verlangt worden ist. Es ist aber nicht das alleinige, die Beamtenschaft ist aber nicht das alleinige Sparschwein. Das haben Sie völlig falsch dargestellt. Über 250 Millionen Euro werden an anderer Stelle über alle Einzelpläne hinweg eingespart. Und dies so abzutun, als wäre das keine Leistung gewesen. Es ist auch eine Missachtung und eine Geringschätzung der Anstrengung, die wir gemeinsam mit der Regierung, die Fachminister und ich in den Chefgesprächen und wir dann mit dem Ministerpräsidenten in den Spitzengesprächen mit den Koalitionen erreicht haben. Es ist eine große Kraftleistung, 360 Millionen Euro zu decken, davon über 250 Millionen außerhalb der Personalkosten und dann noch einen angemessenen Beitrag von der Beamtenschaft. Das ist eine runde Sache und ich will Sie sehen, wie Sie zu den einzelnen Positionen dann bei der Haushaltsabstimmung endgültig entscheiden werden. Dann wird die Wahrheit auf den Tisch kommen. Und zu meinen, das Lebensarbeitszeitkonto, das die alte Landesregierung eingeführt hat, würde einen strukturellen Sparbeitrag leisten können, verkennt völlig, dass das nur eine vorübergehende Lastenverschiebung war. Das war auch ein Grund, weshalb wir es zu Oppositionszeiten kritisiert haben, denn später muss ja dann die Rückzahlungsphase finanziert werden aus dem Landeshaushalt bei Ihrem berühmten Lebensarbeitszeitkonto. Zu meinen, ein Lebensarbeitszeitkonto wäre ein struktureller Sparbeitrag, ist eine völlige Verkennung der finanzwirtschaftlichen Auswirkungen. Und deshalb konzentrieren wir uns darauf, im Dialog mit den Beamtenverbänden im nächsten Jahr ein Lebensarbeitszeitkontenmodell zu erarbeiten, was ausschließlich dazu dient, die Attraktivität des öffentlichen Dienstes zu verbessern. Das ist ein ehrliches und faires Angebot an die Behandelschaft des Landes. Herr Minister, gestatten Sie eine Zwischenfrage des Kollegen Röhm? Bitte. Herr Minister, welche Bedeutung hat, das ist sinnvoll, was Sie da vorhaben, dann der Abbau der Buchwellenstunden. Wie wollen Sie die bitte umsetzen? Das ist ein Beitrag der Lehrer zur Unterrichtsversorgung, weil man fächerspezifisch agieren kann und ohne die Buchwellenstunden wäre es bisher nicht gegangen, geht es auch nicht zukünftig. Können Sie hier erklären den Beamtinnen und Beamten, dass sie jede einzelne Stunde, ich sage jede einzelne Minute auf der Vorleistung zurückbekommen und dass sie dafür auch Mittel vorsehen? Herr Röhm, genau diese Frage bezeichnet, beschreibt das ganze Dilemma der CDU-Oppositionspolitik. Einerseits schreien, man muss den Haushalt konsolidieren und andererseits immer den Klientelgruppen nachgeben, wenn es um zusätzliche Forderungen geht. Ich sage Ihnen eins, was Sie alles fordern bei der Bildungspolitik. Das sind Mehrausgaben, alles on top, das wird man nie und nimmer finanzieren können. Sie haben sich ganz schnell den Oppositionshabitus angewöhnt. Nehmen wir mal das Beispiel der pädagogischen Assistenten. Es ist uns ein gemeinsames Anliegen in der Regierung gewesen, strukturelle Veränderungen im Bildungsbereich so zu finanzieren, dass es nicht on top geht, sondern dass es aus den vorhandenen Ressourcen umgeschickt wird. Und genau dieses haben wir bei den pädagogischen Assistentinnen und Assistenten getan. Und jetzt schreien Sie, das würde zulasten der Lehrereinstellung gehen. Sie müssen sich irgendwann mal entscheiden, wollen Sie solide Finanzpolitik machen oder wollen Sie einfach den Leuten nach dem Mund reden, lieber Herr Röhm? Das ist die Frage. Das Gleiche machen wir übrigens bei den anderen bildungspolitischen Schwerpunkten, Einführung der Gemeinschaftsschule, Veränderung der Werkrealschule, Veränderung bei der Krankheitsstellvertretung. Diese Verbesserungen werden alle aus der sogenannten demografischen Rendite finanziert, beispielsweise im Jahr 2012 aus den besagten 3.300 Lehrerstellen. Und deshalb ist es auch eine völlige Verdrehung der Tatsachen, wenn Sie sagen, die sogenannte Gemeinschaftsschule würde alles auffressen, was wir an Effizienzreserven und an Verbesserungen aufgrund des demografischen Wandels bekommen würden. Das macht gerade mal für 2012 60 Deputate aus. Wir werden aber 200 zusätzliche Deputate schaffen für strukturelle Verbesserungen bei der Krankheitsstellvertretung. Und das betrifft alle Schulen. Damit ist auch klar, diese Landesregierung hat Verbesserungen im Unterricht über alle Schularten hinweg im Blick. Wir wollen einen Bildungsaufbruch für alle Schularten erreichen. Und schließlich bei der Frage Grunderwerbsteuererhöhung, Kleinkernbetreuung. Die Frage war doch schlicht und ergreifend, die werden Verbesserungen beim Krippenausbau finanziert über mehr Schulden oder über eine Steuererhöhung. Und wir haben uns für den Weg der soliden Finanzpolitik, für eine nachhaltige Finanzierung dieser wichtigen Zukunftsaufgabe über eine Steuererhöhung entschieden. Das ist zugegebenermaßen nicht populär, aber es ist die ehrliche Antwort für eine wichtige Herausforderung in unserer Gesellschaft. Was Sie dagegen gemacht haben in der Bildungspolitik ist, dass Sie uns lauter war, dass Sie uns lauter offene Baustellen hinterlassen haben. Ich nehme mal das Beispiel der sogenannten Qualitätsoffensive Bildung nur bis 2012 durchfinanziert. Also diese berühmte Verbesserung beim Klassenteiler, alles auf Punkt finanziert für die Folgejahre bis 2012. Und wir müssen jetzt damit umgehen und wir müssen schauen, wie wir das aus der demografischen Rendite hinbekommen. Und jetzt sich hinzustellen und zu sagen, Sie würden dafür für bildungspolitische Verbesserungen kämpfen und gleichzeitig den Haushalt zu sanieren, das zeigt nur an, dass Sie ganz schnell vergessen haben, was Sie hinterlassen haben, als Sie noch an der Regierung waren. Ich bin schon dankbar, wenn wir die von Ihnen nicht zureichend finanzierte Klassenteilersenkung strukturell finanziert bekommen. Das wird schon eine große Herausforderung sein, liebe Herr Ruhm. Und dann komme ich zu den Krankenhausinvestitionen, weil ich glaube, dass da auch mit viel schlechtem, mit viel schlechten Glauben bösgläubig argumentiert wird. Wir haben einen unbestrittenen Sanierungsstau in der Krankenhauslandschaft des Landes. Und deshalb haben zu Recht alle Parteien, mehr oder weniger stark, im Wahlkampf darauf gedrungen, dass dieses verbessert wird. Und wir haben gehandelt, wir haben Wort gehalten, wir haben ein Sonderprogramm im Nachtrag aufgelegt, 50 Millionen zusätzlich für die Krankenhäuser. Und wir haben im Haushaltsentwurf 2012 nachgelegt, ebenfalls 50 Millionen zusätzlich strukturell im KIF, also im Finanzausgleich, verankert. Und zwar nicht zu Lasten anderer Bereiche, sondern wir haben den Aufwuchs bei den Steuereinnahmen, der auch die kommunale Seite betrifft, nämlich die Mehreinnahmen im kommunalen Finanzausgleich, dazu verwendet, einen Schwerpunkt auf die Krankenhausfinanzierung zu legen. Weil alle gesagt haben, das ist ein ganz wichtiges Anliegen, logischerweise muss man dann auch bereit sein, denn Regieren heißt eine Auswahl treffen, heißt entscheiden, da muss man auch bereit sein, diesen Schwerpunkt im KIF, im kommunalen Finanzausgleich umzusetzen. Genau dieses haben wir getan und damit haben die Kommunen eine Zusicherung über den KIF nachhaltig die Krankenhausinvestitionen zu erhöhen. Ich finde, das ist eine gute Nachricht für die Krankenhäuser im Land. Genauso war es so, dass im Wahlkampf die Privatschulfinanzierung eine große Rolle gespielt hat. Verständlicherweise haben alle Parteien sich da bemüht, dem Anliegen gerecht zu werden. Auch da gilt, wir haben Wort gehalten. Wir erhöhen schon im Jahr 2012 die Mittel an die Privatschulen und haben gesagt, wir wollen einen Stufenplan für die 80-Prozent-Finanzierung erreichen. Aber Stufenplan heißt nicht, dass wir gleich im ersten Jahr 80 Prozent erreichen. Wir haben immer klar gesagt, das wird nur in Stufen gehen, denn es sind in der Tat erhebliche Summen, die da anfallen werden. Aber auch da gilt, die Privatschulen können sich auf das Land verlassen. Wir sind ein verlässlicher Partner und werden diese 80 Prozent-Finanzierung Schritt für Schritt gemeinsam erreichen. Und der wird in den nächsten Haushalten fortgeschrieben. Aber wir können gern in den Haushaltsberatungen über Stufenpläne diskutieren. Mir wäre es bloß recht, liebe Herr Haug, mir wäre es bloß recht, lieber Herr Haug, wenn Sie auch eine Finanzierung unterlegen würden. Das wären wir schon sehr recht. Und dann will ich noch was zum Entwicklungsprogramm ländlicher Raum sagen, weil ich ausdrücklich Alexander Bunde unterstützen will. Es ist ein wichtiges strukturpolitisches Maßnahmenpaket, was damit ermöglicht wird. Und die Mittel dort werden im Jahr 2012 auch verbessert. Ich will Ihnen das erläutern. Im Jahr 2011 standen im ELR 51 Millionen bereit. Im Jahr 2012 werden es 45 Millionen sein. Aber es kommen 10 Millionen dazu im KIF für die Breitbandverkabelung. Also diese wichtige strukturpolitische Maßnahme wird zusätzlich finanziert mit 10 Millionen. Damit stehen für die Zwecke, die im ELR abgedeckt werden, insgesamt 45 plus 10 Millionen, also 55 Millionen im Jahr 2012 zur Verfügung. Damit mehr als im Jahr 2011, nämlich 4 Millionen mehr. Finde ich eine gute Nachricht für den ländlichen Raum. Lassen Sie mich zum Schluss noch auf die strukturellen Herausforderungen eingehen, die uns zu Recht alle bewegen und die wir mit dem Haushalt 2012 nicht endgültig beantworten können. Deshalb haben wir auch als Landesregierung immer darauf hingewiesen, die Finanzplanung 2020 begleitet durch eine Personalentwicklungsplanung 2020 wird nicht mit dem Haushalt 2012 vorgelegt. Das war von Anfang an klar, weil wir gewusst haben, es gibt den Nachtrag, es gibt den Haushalt 2012, den wir vorbereiten müssen. Das war, muss ich ja sagen, schon ein mächtiges Stück Arbeit. Wir werden also im Zuge der Vorbereitung des Doppelhaushalts 1314 auch diese Finanzplanung bis 2020 vorbereiten. Und die Herausforderungen sind groß, die Herausforderungen sind groß, denn wir wissen um die Dynamik der steigenden Personalausgaben, insbesondere aufgrund der Pensionsausgaben. Und das ist nun mal auch etwas, was wir nicht erfunden haben, seitdem wir am 12. Mai die Regierung angetreten haben, sondern das ist in der Vergangenheit der Landesgeschichte, der Landespersonalpolitik angelegt. Jedes Jahr steigen die Personalausgaben strukturell etwa um eine halbe Milliarde Euro. Und wenn wir dann über das Vorkrisenniveau reden, dann reden wir über folgende Sachverhalte. Erstens, seit 2008 sind die Personalausgaben um etwa 1,6 Milliarden Euro angestiegen aufgrund dieser Effekte. Seit 2008 hat mit unserem Regierungshandeln nichts zu tun. Und ebenfalls seit 2008 haben zwar die Steuereinnahmen wieder das Vorkrisenniveau erreicht, aber die Steuerquote, die ja anzeigt, wie stark der Landeshaushalt finanziert wird aus den Steuereinnahmen, die bleibt immer noch hinter dem Stand von 2008 zurück. Im Jahr 2008 betrug die Steuerquote 81 Prozent und im Jahr 2012 rechnen wir mit einer Steuerquote von etwas über 75 Prozent. Dies zeigt an, die Dynamik auf der Ausgabenseite ist sehr stark, während die auf der Einnahmenseite trotz der konjunkturell außergewöhnlichen Situation noch nicht ausreichend ist. Und deshalb gilt es in der Zukunft, beides im Auge zu verhalten. Sowohl die Einnahmeseite über Wachstum und über maßvolle Steuererhöhung, als auch die Ausgabeseite, wo insbesondere die Personalausgaben, aber auch die Strukturen von Förderprogrammen, von Verwaltungsbehörden auf den Prüfstand gehören. Und ich freue mich über die Bereitschaft der Fachminister, genau diese Themen, Förderprogramme, Strukturen auf den Prüfstand zu stellen, dass Sie jetzt dieses angehen für den Doppelhaushalt 1314. Sie haben es ja gehört. Ich nehme nur noch mal die Beispiele, die auch in der Presse waren, die in der Koalitionsvereinbarung drin sind. Der Umbau des Landeserziehungsgelds wird für den Doppelhaushalt 1314 wirksam. Die Polizeistrukturreform, die Reinhold Gall angekündigt wird, wird ebenfalls für den Zeitraum dieses Doppelhaushalts haushaltsmäßig sichtbar werden. Und so geht es durch alle Fachressorts durch. Das heißt, die Landesregierung nimmt diese Personalausgaben und die Ausgabenstruktur des Landeshaushalts insgesamt in den Blick. Und dazu gehört auch, dass Vorsorge getroffen wird für Pensionsausgaben. Und da wundert es mich schon etwas, Herr Haug, dass Sie da den Pensionsfonds aus Rheinland-Pfalz so schlecht reden. Erstens, er wird nicht aufgelöst. Er wird nicht aufgelöst. Das ist eine falsche Information. Der Pensionsfonds des Landes Rheinland-Pfalz wird weiter betrieben. Rheinland-Pfalz war das erste Land, das einen Pensionsfonds für neu eingestellte Beamte geschaffen hat. Es führt dazu, dass inzwischen beträchtlicher Teil der vorhandenen Beamten in ihren Pensionsausgaben über diesen Fonds abgedeckt wird. Und übrigens wird er genauso finanziert, wie Ihr Pensionsfonds, den dann die CDU-FDP-Regierung im Jahr 2005 nachgezogen hat. Nämlich über eine Finanzierung, die eben über den Haushalt läuft. Und wenn der Landeshaushalt nicht ausgeglichen ist, dann wird es dann selbstverständlich Schulden finanziert. Genau so sind Sie auch in Ihrer Regierungszeit verfahren. Denn damals gab es ja leider auch viel zu häufig Jahre, wo das dann in die Verschuldung gegangen ist und trotzdem den Pensionsfonds angeführt hat. Weil es darum geht, periodengerecht die Belastung für zukünftige Personalausgaben abzudecken und das eben nicht alles in die Zukunft zu schieben. Aus diesem Grund, glaube ich, ist der Pensionsfonds das richtige Mittel. Und es ist schön, dass Baden-Württemberg mit zehnjähriger Verzögerung dem Vorbild von Rheinland-Pfalz... Herr Minister, gestatten Sie eine Zwischenfrage des Kollegen Haug? Ja. Herr Finanzminister, halten Sie für eine solide Haushaltsführung und Wirtschaftsführung der Rheinland-Pfälzer, wenn sich Rheinland-Pfalz aus dem Pensionsfonds wieder refinanziert, das heißt, neue Kredite aufnimmt, indem es sich beim Pensionsfonds verschuldet? Herr Haug, Sie können gern Berater des rheinland-pfälzischen Finanzministeriums werden und sagen, wie der Pensionsfonds Rheinland-Pfalz seine Gelder anlegen soll. Vielleicht haben Sie Ideen, das in der Welt irgendwo anzulegen. Ich finde die Anlage in Staatspapiere eine solide Anlage und die baden-württembergischen Pensionsfonds investieren ja durchaus auch in Staatsanleihen. Insofern verstehe ich auch die Kritik nicht. Und wir werden zu dem Thema Finanzplanung 2020 und ausgeglichener Haushalt eben auch die Frage der Verfassungsregeln ins Visier nehmen. Sie haben es angesprochen, wir halten die Regelung in 18 LHO für nicht zeitgemäß. Sie ist auch nicht getragen von dem Geist der grundgesetzlichen Schuldenbremse, weil sie davor etabliert worden ist. Die Landeshaushaltsordnung in § 18 berücksichtigt auch nicht die Erfahrungen der weltweiten Finanz- und Wirtschaftskrise. Deshalb schlagen wir vor, dass der Landtag mit der Landesregierung in einen Dialog eintritt, um zu erörtern, wie wir eine solche Regelung in der Landeshaushaltsordnung oder möglichst in einer Verfassung, in einem parteiübergreifenden Konsens ändern können. Tatsache ist, wir sollten uns an der grundgesetzlichen Schuldenbremse orientieren, so wie alle anderen Bundesländer dieses auch tun. Und wir werden dazu auch mit externem Sachverstand gerne arbeiten und werden auf den Landtag dann im nächsten Jahr zugehen, weil wir von der Landesregierung überzeugt sind, dass die Art und Weise wie § 18 LHO verankert worden ist, nicht sinnvoll ist. Und nicht umsonst haben Sie es in Ihrer Regierungszeit ja auch immer abgelehnt, § 18 LHO Verfassungsrang zu verweigen. Und wir haben da noch so einen Widerläufer, das ist der Länderfinanzausgleich. Mein Rat ist einfach der, diese Frage nicht über den Klageweg allein lösen zu wollen. Sie haben folgenden Fehler gemacht. Sie haben folgenden Fehler gemacht in der Vergangenheit. Sie haben erstmal gesagt, ich springe allen anderen Bundesländern ins Gesicht und danach klage ich und danach habe ich einen neuen Länderfinanzausgleich. Und ich sage Ihnen mal eins, so funktioniert die Reform des föderalen Finanzsystems nicht. Sondern selbst wenn das Bundesverfassungsgericht die Punkte, die in dem Gutachten der damaligen Landesregierung aufgeworfen sind, für verfassungswidrig erklären sollte, wo wir immer ein Fragezeichen machen, selbst wenn das Bundesverfassungsgericht diesen Punkten folgen sollte, so wird es letzten Endes die Politik sein, die einen neuen Länderfinanzausgleich beschließt und nicht das Bundesverfassungsgericht. Und zwar zu Recht. Denn das Bundesverfassungsgericht ist nicht der oberste Gesetzgeber, sondern der Gesetzgeber ist im Bund, Bundestag und Bundesrat. Und wer eine Mehrheit im Bundesrat und Bundestag haben will, der muss sich um Mehrheiten, um politische Mehrheiten bemühen und darf nicht die anderen Daumen vor den Kopf stoßen, wie es der Herr Mabus getan hat. Aus diesem Grund hat Winfried Kretschmann bei seinem ersten Treffen mit den Kollegen aus den anderen Bundesländern, insbesondere mit den Kollegen aus Bayern und Hessen, genau dieses Thema angesprochen und sich darauf geeinigt, dass man ein abgestimmtes Vorgehen der wohlhabenden Länder angeht, um politisch eine Lösung zu finden und dann als Ultima Ratio die Klage immer noch im Hintergrund zu halten. Aber zu meinen, über eine Klage würde Baden-Württemberg sich schnell entlasten können, das ist ein Anmärchen. Wir haben eine Erfahrung gehabt, Teufel hat geklagt, danach haben wir mehr gezahlt. Also insofern ist entscheidend das politische Verhandlungsgeschick. Entscheidend ist das politische Verhandlungsgeschick und da traue ich uns alle mal mehr zu als Ihnen. Letzten Endes ist es doch so, meine sehr verehrten Damen und Herren von CDU und FDP, Sie können uns es einfach nicht verzeihen, dass wir jetzt regieren und es dann verändern wollen. Aber so ist es nun mal. Wir haben das politische Mandat von den Wahlen, wir setzen neue politische Schwerpunkte in der Kleinkindbetreuung, im Sozialbereich, im Naturschutz, bei der Energiewende. Wir setzen an bei Sanieren, Konsolidieren, Investitionen in die Verkehrsinfrastruktur und ich glaube, dass wir dabei auf einem guten Weg sind und wir werden es gerne in den Haushaltsberatungen auch noch mal vertieft diskutieren. Dieser Haushalt ist nach der Nullverschuldung 2011 mit der Nullverschuldung 2012 ein weiterer Meilenstein hin zu einer nachhaltigen Finanzpolitik. Für die CDU-Fraktion spricht Kollege Haug. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren, einige Äußerungen der Kollegen Sitzmann und Schmidl, auch des Finanzministers, geben doch noch mal Anlass, um ein paar Dinge noch mal klarzustellen und auch klarzurücken. Zunächst noch mal, sagt die Frau Sitzmann vorhin, mit dem Haushalt gehen wir in die Wende, in die Energiewende, in die Naturschutzwende, es wird alles besser. Meine Damen und Herren, 11 Millionen Euro mehr, 11 Millionen Euro mehr, das ist eine Wende, das macht genau 0,3 Promille des Gesamthaushaltes aus. Damit gehen Sie in eine vermeintliche Energiewende. Ihre Vorstellungen der Energiewende sind ja nicht mal klar. Wir wissen gerade, wo es hingeht. Bei der EnBW haben Sie keine Strategie. Also, das wäre ja immerhin eine Möglichkeit. Aber das sagen Sie nicht. Sie haben in der Vergangenheit immer gesagt, ich soll eine Strategie vorlegen. Sie haben die ja vorgelegt. Aber Sie selber haben keine Strategie, was Sie machen wollen mit dem Unternehmen, um es zur Energiewende im Prinzip in Baden-Württemberg mit zu benutzen. Und im Land haben Sie auch keine Strategie. Also, nämlich die 50% Produktion aus Kernkraftstrom, die wollen Sie bis zum Jahr 2020 zu einem Fünftel, da fehlen dann noch 80%, zu einem Fünftel ersetzen in Windkraft. Das ist dann alles. Aber auch zu dem Thema gibt es auch gesetzgeberisch, jetzt mal unabhängig von der Fizialpolitik, gesetzgeberisch nur Fehlanzeige. Der Umweltminister, der kündigt an, für den Sommer des Jahres eine Änderung des Landesplanungsgesetzes. Dann verstreicht der Sommer, dann sagt er, das kommt jetzt im Herbst. Jetzt ist eigentlich heute Winteranfang. Jetzt hat er angekündigt, nein, im Winter kommt es auch nicht mehr. Nein, es kommt im Frühjahr bisher Fehlanzeige. Von wegen Hören auf die Kommunen etc. Fehlanzeige. Das heißt, von dieser sogenannten Energiewende bleibt derzeit nur ein heißer Wüstensturm übrig, der aber noch den Wind, den er erzeugen soll, da ist er bis er bei uns ankommt, schon längst versandet. Meine Damen und Herren, das ist jetzt der große, das ist der große neue Wurf, den die Landesregierung macht. Dann kommt der große neue Wurf im Bereich des Naturschutzes. Sechs Millionen Euro mehr. Anspruch in Wirklichkeit. 40 Millionen waren gefordert von den Naturschutzverbänden. Sie haben im Wahlkampf laut Halsbeifall geklatscht. Dann sagen sie, da müssen wir den Nationalpark machen, sie unterstützen den Minister. Also entschuldige, wir haben immer gesagt, wenn das aus Bürgerschaft, aus der Bürgerschaft getragen wird, und jetzt strittig getragen wird, sondern getragen wird, wenn dieses, und das ist eine Politik des Gehörtwerdens, wenn es aus der Bürgerschaft heraus getragen wird, stehen wir einem Nationalpark offen gegenüber. Das ist überhaupt kein Thema. Aber es geht um die Frage des Mitmachens, sondern zum Hören. Herr Kollege Schmiedl gehört auch dazu, dass das, was gehört wird, aufgenommen wird. Und ich stelle nur fest, es gibt derzeit wohl ein Katalog von um die tausend Fragen. Vielleicht sind es da nur harte 400, ich habe keine Ahnung. Und deshalb gehört zum Politik des Gehörtwerdens dazu, dass genau diese Fragestellungen auch beantwortet werden, und zwar so, dass die Bürgerschaft in der Raumschaft auch mitgehen kann und diesen Nationalpark, wenn er denn entsteht, auch mitgetragen werden wird. Denn Streit und Spaltung, denn Streit und Spaltung wäre gerade für ein solches Großprojekt fatal. Und das werden wir mit Sicherheit nicht mitmachen. Das werden wir mit Sicherheit überhaupt gar nicht mitmachen. Das ist dann die neue Naturschutzpolitik. Treibe einen Keil rein, breiten wir erstmal alle hoch auf die Bäume. Ja, so sieht es doch gerade derzeit aus. Und das ist dann die Politik des Gehörtwerdens etc. Ja, natürlich, Entschuldigung, so sieht es doch aus. Lenken Sie doch noch nicht ab von der eigenen Fehlversagen. Also ich war zweimal im Schwarzwald fort. Und die Veranstaltungen waren gut besucht, muss ich wirklich sagen. Ich war ganz erstaunt, dass man als Oppositionspolitiker noch solchen Zuspruch findet. Ich sage es ganz offen, ich war ganz erstaunt. Es waren hunderte von Leuten da. Hunderte von Leuten. Aber ich habe nicht festgestellt, dass da die große Einmütigkeit vorhanden ist, sondern die Fragen überwiegen und vor allen Dingen, dass ich für sehr kritisch finde, auch die Gegnerschaft. Und meine Damen und Herren, ich kann Ihnen nur raten, ich kann Ihnen nur raten, fair und transparent und offen zu spielen. Fair, transparent und offen zu spielen. Denn da, ich kann es nur raten, und ja, bisher scheint sich das noch zu vermissen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, und damit ist das Thema eigentlich, wenn man von der Bildungspolitik absieht, auch schon erledigt, was Sie an neuen Impulsen setzen. Zur Bildungspolitik haben wir vorhin schon genug gesprochen. Das brauchen wir nicht noch einmal wiederholen. Das ist auch nicht wert. Weil das, was Sie vorschlagen, alles schlechter ist, wie das, was es gibt. Und dort, was Sie in Wort hülsen, ich sage das noch einmal, dadurch, dass Sie Worthülsen brauchen, wird noch kein Konzept daraus. Und solange Sie keine Konzeption vorlegen und auch nicht bereit sind, nicht in einen Praxis-Check und damit in eine, ich sage mal, eine Experimentierstube für Kinder und Jugendliche zu machen, dafür sind wir nicht zu haben, um das ganz klar zu sagen. Sondern, dann stellen Sie sich doch, ich sage es Ihnen noch einmal, dann stellen Sie sich doch einfach. Ist doch kein Problem. Wenn alle Argumente für Sie sprechen, ist doch kein Problem. Dann soll doch die Öffentlichkeit darüber entscheiden. Dann stellen Sie sich doch auch den Experten, den Politikern etc. Ist doch überhaupt kein Problem. Meine sehr verehrten Damen und Herren, dann sagt die Kollegin Sitzmann, die Herausforderung der Demografie hätten wir nicht angesprochen. Also Entschuldigung, also die Regierung ist eigentlich dafür gewählt, dass sie selber handelt. Wir raten gerne. Und ich sage Ihnen auch klar, was fehlt. Sie haben in der Frage der sozialen Sicherheit auch einen ganz entscheidenden Faktor ausgeblendet, nämlich die Frage der Sicherheit im Alter. Die Sicherheit einer älter werdenden Bevölkerung. Dazu fehlen sämtliche Impulse. Es fehlen die Impulse im Bereich des Wohnungsbaus. Es fehlen die Impulse im Bereich der kommunalen Investitionsförderung, einer gegebenenfalls auch nur Neuausrichtung mancher Programme dorthin. Es fehlt die Frage, wie binden wir in der Zukunft Ehrenamt, Nebenamt, Hauptamt, alle Strukturen brauchen wir, wie binden wir diese Strukturen im Zeitalter einer sich verändernden Demografie, älter werdenden Bevölkerung besser ein. Fehlanzeige, hier passiert überhaupt gar nichts. Es sind auch keine Ansätze hierfür. Und wenn Sie sich dann noch am Ende im Bereich des Umweltschutzes, weil das auch noch angesprochen wurde, auf Elektromobilität berufen, dann geben Sie nur mal Acht, dass Sie die Urheberrechte hierfür nicht verletzen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, der Herr Finanzminister preist diesen Haushalt als Großtat. Es gibt keine neuen Schulden. Man kann nur sagen, ist in Ordnung. Das ist aber das Mindeste. Das ist nicht einmal eine Hürde, die man überspringen muss, sondern da kann man einfach gehen. Da kann man einfach gehen. Ich zitiere mal den Bundessteuerzahler von vorhin. Das größte Problem, so der Bundessteuerzahler, ist die Steigerung der Ausgaben um 5,4 Prozent gleich 2 Milliarden Euro. Das ist für den Bundessteuerzahler, so Zitat, nicht akzeptabel. Dem habe ich gar nichts hinzuzufügen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, diese Ausgabensteigerung, das ist das eigentliche strukturelle Problem. Sie steigern die Ausgaben und zwar überall in Bereichen, die strukturell bedingt sind und die nicht mehr rückholbar sind. Und Sie verlassen sich auf Steuermehreinnahmen, die in den nächsten Jahren so nicht mehr kommen. Ich zitiere weiter, die Steigerung der Ausgaben ist das größte Problem. Grün-Rot geht in die Vollen. Stimmt. Gibt es nichts hinzuzufügen. Sie gehen dort in die Vollen. Es gibt von Konsolidierungspfaden überhaupt keine Spur. Und Sie legen doch selber die Messlatten ständig niedriger. Jetzt sagen Sie zum Thema Verfassungsänderung, die Grundgesetz- Schuldengrenze, das sei der Maßstab, an dem man sich orientieren soll. Lieber Herr Finanzminister, denken Sie daran, dass wir damals 2007 bei Einführung der Schuldenbremse in der LHO genau dieses nicht wollten. Wir waren ehrgeiziger. Wir haben gesagt, null Verschuldung in jedem Jahr ist das Ziel und außerhalb der Frage, wenn es konjunkturbedingte starke Einbrüche gibt. Das war der einzige Punkt. Und das ist die Messlatte, an der Sie sich orientieren müssen. Und Sie gestehen ja selber schon ein, dass Sie für die nächsten Jahre dafür kein Konzept haben. Wahr haben Sie in einem. Sie sagen, als Sie die Steuerquote angesprochen haben, die Dynamik der Ausgaben steigt an. Das stimmt. Die Dynamik der Ausgaben steigt an. Das sind aber die Ausgaben, die Sie durch politischen Beschluss zu verantworten haben. Und dafür müssen Sie Rechenschaft ablegen. Das ist der ganz entscheidende Punkt. Meine sehr verehrten Damen und Herren, Sie werden sich in einem Dreivierteljahr nicht mehr rausreden können nach dem Motto, was alles war. Entschuldigung, was war, was war ist gut. Was war ist, ich habe es vorhin ausgeführt, wir stehen einfach gut da. Nur Sie müssen jetzt daraus auch machen, dass wir mindestens diesen Platz behalten. Nicht nur in fiskalpolitischer Hinsicht, sondern gleichermaßen in anderen Bereichen. Aber Ihnen fällt doch gar nichts anderes ein. Zur Rechtfertigung sagen Sie, Altlasten, Sanierung, dann kommen Erblasten. Das ist ja unglaublich. Also immerhin. Ich meine, die Abkömmliche, die wir dann erzeugt haben, die muss man nicht unbedingt stolz sein. Aber Altlasten, Sanierungslüge, Sparlüge, Investitionslüge, das heißt Nullverschuldung. Also ich will nochmal zum Thema des Altlasten einfach sagen, wie oft wollen Sie jetzt eigentlich noch die Löcher, die Sie vermeintlich gefunden haben, wie oft wollen Sie noch stopfen. Und ich sage nochmal zum Thema mittelfristige Finanzplanung. Und ich empfehle Ihnen einen Blick in die Zahlen, Herr Finanzminister. Einnahmengrundlage Februar 2011 für die Miefrefi, letzte mittelfristige Finanzplanung der alten Regierung, 34 Milliarden Euro. 34 Milliarden. Daraus ergab sich ein zu finanzierendes Defizit im nächsten Haushalt von 2,4 Milliarden Euro. Das war die Deckungslücke, die damals drin stand. Heute Ausgaben, Volumen des Gesamthaushaltes, 38,8 Milliarden Euro. Jetzt reicht der viel zitierte Einfachrechner durchaus aus, um klarzustellen, dass diese damalig festgestellte Finanzierungslücke locker, locker im Haushalt 2012 solide, strukturell, sauber zu finanzieren gewesen wäre. Meine Damen und Herren, da werden Sie auch nicht davon kommen, weil Sie die Ergebnisse Ihrer Politik am Ende dann auch schnell einholen werden. Und soviel zum Thema, wir machen das solide und die Einnahmen, die werden solide geplant, was die Beteiligungen des Landes abwerfen und der Grundstock wird dann angegriffen. Also ich kann mich, wenn ich die Drucksache 15.000 lese, Gesetz über die Feststellung des Staatshaushaltsplans, § 8 Absatz 5, aus dem allgemeinen Grundstock werden Maßnahmen zur energetischen Sanierung und Modernisierung landeseigener Gebäude im Haushaltsjahr 2012 bis zu 17,6 Millionen Euro vorfinanziert. Die Ausgaben werden verwaltungsintern durch eingesparte Energiekosten refinanziert und allgemein zu Grundstock zurückgeführt. Also meine Damen und Herren, das ist eine schöne Ankündigung, aber zahlenmäßig nicht unterlegt. Unterlegt ist zahlenmäßig, dass Sie rausnehmen. Und damit widersprechen Sie Ihrer eigenen Aussage von vorhin. Aber dass Sie wieder reinstecken, ist zahlenmäßig nirgendwo im Haushalt ausgewiesen. Soviel zum Thema Ankündigungen, Anspruch und Wirklichkeit, Sie bleiben unter all den von Ihnen selbst gelegten Hürden, bleiben Sie überall sauber drunter. Und das hat Baden-Württemberg eigentlich nicht verdient. Für die Fraktion die Grünen spricht die Kollegin Sitzmann. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, Herr Kollege Haug, dadurch, dass Sie jetzt manches nochmal wiederholt haben, was Sie in der ersten Runde schon gesagt haben, ist es nicht wahrer und nicht richtiger geworden. Sie konnten zwischendrin, bis Sie sich beruhigt haben, trinke ich auf Ihr Wohl. Danke. Also es ist nicht richtiger geworden, was Sie gesagt haben, nur durch Wiederholung. Sie haben nochmal versucht, sich sozusagen von der Verantwortung Ihrer Regierungsjahrzehnte reinzuwaschen. Tatsache ist aber, dass Baden-Württemberg mit den Schulden, mit den 43 Milliarden Schulden und zusammen mit den Pensionsverpflichtungen, die wir haben in Höhe von 70 Milliarden, bei der Gesamtverschuldung aller Flächenländer eben traurige Spitze ist. Schlecht vorgesorgt hat, den höchsten Schuldenstand mit hat und nicht gut dasteht. Und dieses Erbe, meine Damen und Herren, das übernehmen wir und das wollen wir aber umgestalten im Sinne von einer nachhaltigen Haushaltspolitik für die Zukunft. Vollkommen klar ist, dass wir mit dem Nachtragshaushalt 2011 und dem Haushaltsentwurf 2012, wie er jetzt vorliegt, dass wir da natürlich erst begonnen haben. Es wäre ja auch vermessen zu behaupten, dass wir das, was Sie uns als Erbschaft hier als Herausforderung hinterlassen haben, dass wir das in sieben Monaten komplett umsteuern könnten. Das wird Jahre dauern, meine Damen und Herren. Aber diese strukturellen Änderungen, die werden wir als Regierungsfraktionen gemeinsam mit der Regierung in Angriff nehmen und diese strukturellen Verbesserungen auf den Weg bringen. Wir werden, so wurde von Seiten der Landesregierung zugesagt, Anfang 2012 eine Kommission einsetzen, die sich mit Strukturen beschäftigt, die sich damit beschäftigt, wie wir das strukturelle Defizit, das wir im Landeshaushalt auch vorgefunden haben, wie wir dieses Defizit abbauen können. Dazu gehört Aufgabenkritik, dazu gehört Verwaltungscontrolling, dazu gehört strategische Haushaltssteuerung, weil klar ist, dass wir mit den üblichen Rotstiftrunden, so wie Sie es viele Jahre praktiziert haben, nicht weiterkommen werden. Deshalb also die Strukturen und die Prozesse, wie Aufgaben bei uns erfüllt werden, die werden wir in den Blick nehmen und dazu werden wir Vorschläge unterbreiten. Denn klar ist, dass wir, wenn wir bis 2020 eben die Schuldenbremse einhalten wollen, uns auf den Weg machen müssen, dass wir dauerhaft auch Einsparungen erzielen müssen in der Größenordnung von 200 bis 250 Millionen jährlich. Und das ist eine durchaus große Herausforderung, meine Damen und Herren. Aber wir werden diese Herausforderung angehen. Das ist klar. Sie haben jetzt wiederholt von einer wunderbaren Stellenvermehrung gesprochen. Ich kann sagen, im Saldo gucken Sie sich den Haushaltsentwurf nochmal an. Es sind einige hundert Stellen weniger, als es im vergangenen Jahr gewesen sind. Also es gibt in manchen wichtigen Bereichen eine Stellenvermehrung, wie sie der Kollege Schmiedl auch angesprochen hat. Zum Beispiel bei der Polizei, zum Beispiel in der Steuerverwaltung, hier insbesondere auch bei den Betriebsprüfern. Es gibt aber auch ein Stellenabbauprogramm und das sind dann in der Summe, weniger Stellen, die dabei rauskommen. Sie können sich im Haushaltsentwurf davon überzeugen. Sie haben jetzt über die Energiewende hier gesprochen. Also ich kann nur sagen, wir haben uns das Ziel genommen, bis 2020 den Anteil der erneuerbaren Energien auf 35 Prozent zu erhöhen. Und wir haben uns vorgenommen, den Anteil der Windkraft auf zehn Prozent zu erhöhen. Da hat bislang Baden-Württemberg mit unter einem Prozent wirklich ein stiefmütterliches Dasein geführt. Und ich weiß nicht, warum Sie hier kritisieren, dass wir endlich dafür sorgen, dass auch die Erneuerbaren in Baden-Württemberg eine Chance bekommen. Dazu gehört die Windkraft, dazu gehört aber auch Solarenergie, dazu gehört Biomasse und dazu gehört Wasserkraft. All diese Punkte zusammen, die führen zu einer Energiewende hier im Land, von der wir in der Vergangenheit nur träumen konnten, meine Damen und Herren. Das Landesplanungsgesetz ist auf den Weg gebracht und das Landesplanungsgesetz wird, da wir uns nicht nur Bürgerbeteiligung auf die Fahnen geschrieben haben, sondern es auch wirklich praktizieren. In Regionalkonferenzen hat es der Umweltminister bereits vorgestellt, wie die Richtung aussehen soll. Er hat mit der Bürgerschaft und mit den Akteuren diskutiert. Und wir alle stellen fest, dass es im Land eine große Resonanz gibt, dass es eine große Bereitschaft gibt, endlich auch in Windkraft, in Sachen Windkraft voranzukommen. Und, ja, Herr Kollege Zimmermann, die Debatte mit Ihnen in Sachen Windkraft, die führen wir jetzt heute hier nicht. Also wir haben uns da auf den Weg gemacht und endlich die Verhinderungspolitik, die Sie hier über Jahrzehnte betrieben haben, die zu brechen. Den Erfolg werden Sie sicherlich in einigen wenigen Jahren sehen. Wir werden auch ein Klimaschutzkonzept, ein Klimaschutzgesetz auf den Weg bringen. Auch da laufen die Vorbereitungen. Aber in sieben Monaten ist nicht alles zu machen. Aber wir haben schon sehr viel gemacht. Wenn Sie heute die Tagesordnung wieder angucken, sich an die Tagesordnung der letzten Sitzungen erinnern. Wir hatten schon bei vielen Gesetzen die zweiten Lesungen und damit die Beschlüsse. Wir haben das letzte Mal die verbindliche Grundschulempfehlung. Verändert, reformiert, sodass die Eltern das letzte Wort haben. Wir werden heute das Gesetz zur Abschaffung der Studiengebühren in zweiter Lesung beschließen. Wir werden heute noch beschließen, die Weiterentwicklung, die Reform der Werk-Realschulen. Also das sind alles Punkte, wo wir doch schon einiges in sieben Monaten geleistet haben, Herr Kollege Haug. Deshalb Ihre Kritik ist hier vollkommen unverständlich. Und unverständlich ist es auch, warum Sie jetzt in Sachen Nationalpark hier hinstellen und hier rumkritteln. Das, was der Minister tut, ist genau das, was Sie gefordert haben, nämlich die Bürgerschaft mitzunehmen. Er geht vor Ort. Er veranstaltet Anhörungen. Er fordert die Bevölkerung, auch Fragen zu stellen. Und diese Fragen werden Schritt für Schritt beantwortet und abgearbeitet, damit auch vollkommen das Verfahren fair, transparent und offen ist. Genau das tun wir. Und das ist auch der richtige Weg, meine Damen und Herren. Warum Sie jetzt dran rumkritisieren, dass wir die energetische Sanierung von Landesgebäuden voranbringen wollen, ist mir auch vollkommen unverständlich. Sie wissen, dass wir, was energetische Sanierung betrifft, um Lichtjahre hinter dem aktuellen Standard hinterher sind. Die 8000 Landesgebäude bedürfen dringend der energetischen Sanierung, weil das ist wichtig für den Klimaschutz, aber es spart eben auch Geld. Ein energetisch saniertes Gebäude, sei es eine Universität, eine Justizvollzugsanstalt, eine Polizei oder was auch immer, spart dem Land auch Betriebskosten. Und warum Sie ein Modell kritisieren, wenn wir sagen, wir nehmen Geld in die Hand, um energetisch zu sanieren und sparen damit Geld für Energieausgaben. Das kann ich wirklich nicht verstehen. Das, finde ich, ist ein absolut richtiges Konzept. Das hätten Sie schon längst auf den Weg bringen können in den vergangenen Jahren. Sie haben es leider versäumt. Zum Schluss, meine Damen und Herren, es ist klar, wir haben uns auf einen guten Weg gemacht. Wir haben aber auch noch einen Weg vor uns. Alles andere wäre in der kurzen Zeit seit März auch vermessen. Wir werden die Strukturen auf der Ausgabenseite deutlich überprüfen und auch überarbeiten müssen. Wir werden das ab Anfang nächsten Jahres konsequent tun. Und wir hoffen natürlich, dass Sie im Gegensatz zu Ihren Ausführungen jetzt sich noch konstruktiv in die Debatte um den Haushalt 2012 einbringen werden. Bislang haben wir zwar viel Kritik gehört, aber es ist nicht deutlich geworden, wohin es denn nach Ihrer Ansicht gehen soll. Klar ist für uns ein weiter so wie in den vergangenen Jahren. Das kann es nicht geben. Das wäre der absolut falsche Weg. Wir investieren in den Wandel. Damit haben wir angefangen und wir freuen uns, wenn Sie uns dabei begleiten. Ich danke Ihnen. Für die SPD-Fraktion spricht Kollege Klaus Schmidl. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich möchte zum Schluss nur noch einmal das Thema strukturelle Einsparungen ansprechen, weil wir völlig losgelöst von dem üblichen Schlagabtausch tatsächlich eine riesen Herausforderung vor uns haben. Jetzt haben Sie die Heranziehung des Grundstocks kritisiert, obwohl das eigentlich jetzt gerade ein Musterbeispiel ist für so strukturelle Einsparungen, weil die vielleicht das Geld, bitte? Die Rückeinnahmen können ja erst kommen, wenn investiert ist, ist doch logisch. Also erst wird investiert, dann spart man Energie, dann fließt es zurück und dann fügen wir den Vermerk im Haushalt in der parlamentarischen Beratung dazu. Überhaupt kein Problem, weil wir uns da einig sind, dass es kein Verbrauch sein soll aus dem Grundstock, sondern dass dieses Geld dient. Investitionen und wenn nach sechs, sieben, acht oder zehn Jahren die Investition bezahlt ist, ist das Geld wieder im Grundstock. Aber wir haben dauerhafte Einsparungen bei den Energieausgaben. So, jetzt, wenn man sich mal daran erinnert, wie das in der Regierung Teufel war. Nachdem es viele Einsparungen gab und sozusagen die Strukturen in der derzeitigen, in der damaligen Struktur ausgequetscht waren, hat Erwin Teufel die Verwaltungsreform auf den Weg gebracht, mit der Auflage bei derselben Aufgabenerfüllung 20 Prozent einzusparen. Das ist in weiten Teilen, nicht überall, aber in weiten Teilen gelungen. Wie ist es gelungen? Es ist deshalb gelungen, weil es vor Ort in den kleineren Einheiten Strukturen offensichtlich möglicher ist, als in den großen Strukturen Einsparpotenziale zu identifizieren. So, jetzt können wir ja aber nicht eine Politik machen, dass wir sozusagen alles jetzt in dezentrale Strukturen auflösen. Und deshalb ist es unsere gemeinsame Verantwortung, jetzt auch in den größeren Strukturen die Einsparpotenziale zu entdecken und dann zu realisieren, die bei der Dezentralisierung möglich waren. Das muss auch gehen. Natürlich geht es. So, und jetzt frage ich mich, weshalb wir in Baden-Württemberg eigentlich nicht das haben, was alle große Einheiten haben, ob das Bosch-Stamler oder andere sind, ein innerbetriebliches Vorschlagswesen zum Beispiel, das Anreize setzt, dass die Beschäftigten selber heraus Vorschläge machen, wie man effizienter, effektiver arbeitet und dann auch belohnt werden dafür. Andere Themen. Wir müssen, wir haben, wir haben hier eine riesen Herausforderung, aber auch eine riesen Chance und die sollten wir nutzen. Und jetzt sage ich nochmal einen Blick über die Diskussion, die wir jetzt da mit Personalkosten und Beamten hatten. Die Einsparpotenziale auf der Landkreisebene, die wurden eben nicht realisiert, indem wir an die Pensionen oder an die Gehälter ging, sondern die wurden durch mehr Effizienz realisiert, durch Einsparungen, wo es überflüssige Ausgaben gab. Also ich will mal ein Beispiel nennen, aus meinem Landkreis, die Frage, wie wurde im Bereich der Vermessungsverwaltung, wo es ja nicht so einfach ist, das Einsparvolumen realisiert, da sagt mir mein Landrat, das war ganz einfach, ich habe mal geguckt, wie die untergebracht waren. Auf zwei Etagen, eine war völlig überflüssig, die andere habe ich die Hälfte gekürzt und dann war die immer noch gut untergebracht und plötzlich war die Rendite da. Das heißt, wir müssen an ganz vielen Stellen gemeinsam uns die Dinge anschauen und das ist unsere Einladung, dass wir das nicht nur sagen, jetzt Regierung, mach mal und wir kriddeln, sondern dass wir das als eine gemeinsame Herausforderung sehen, beginnend ab dem nächsten Jahr für die Folgejahre diese strukturellen Einsparpotenziale zu entdecken und dann auch zu realisieren. Herr Geschmiedl gestatten Sie, eine Zwischenfrage des Kollegen Haug. Herr Kollege Schmiedl, nachdem Sie ja die Effektivität dieser Verwaltungsreform so sehr loben, dass Sie Ihre Meinung geändert haben, Sie waren ja früher dagegen. Ich will gar nicht verschweigen, dass wir durch die Praxis dazu gelernt haben, dass man in diesen dezentralen Strukturen offensichtlich in der Lage ist, genauer hinzuschauen und Einsparpotenziale und Effizienzrenditen zu erwirtschaften. Es war nicht überall richtig und es wird auch nicht überall das Richtige sein, zu sagen, wir dezentralisieren, wird auch nicht jeder von Ihnen vorschlagen, dass wir jetzt die gesamte Landesverwaltung dezentralisieren, aber wir müssen zum Beispiel schon darüber nachdenken, welche Entscheidungen große Kreisstädte in eigener Zuständigkeit machen können, ohne dass noch nachgeordnete Behörden berichtet oder kontrolliert oder genehmigt wird. Das wird genau die Herausforderung sein und wenn wir uns daran machen, dann bin ich mir sicher, dass wir das auch schaffen. Wenn es gelingt, da war ja die Vorlage 20 Prozent, wenn es gelingt nur 10 Prozent des Haushalts auf diese Art und Weise, nicht durch Leistungsminderung, aber durch Effizienzsteigerung zu erwirtschaften, dann haben wir doch das Problem gelöst. Also man muss nicht sozusagen jetzt Angst haben vor dieser Herausforderung, aber man muss sie annehmen und wenn wir das gemeinsam tun, dann haben wir auch eine wichtige Aufgabe, die wir vor den Bürgerinnen und Bürgern insgesamt verantworten müssen, geleistet. Für die Fraktion FDP-DVP spricht Kollege Dr. Rülke. Herr Präsident, meine Damen und Herren, Frau Sitzmann, wenn man Sie hört, denkt man an den alten Satz, wenn du nicht mehr weiter weißt, gründe einen Arbeitskreis. Sie haben dargelegt, dass Sie die Strukturen des Haushaltes eben noch nicht in Angriff genommen haben. Aber Sie haben angekündigt, wir gründen dann demnächst einen Arbeitskreis und mit Hilfe dieses Arbeitskreises wird dann das alles schon. Meine Damen und Herren, ich glaube kaum, dass das das Regierungshandeln ist, dass sich die Bevölkerung, zumindest diejenigen, die Sie gewählt haben, von diesem Wandel versprochen hat. Wir gehen das Ganze eben nicht an, sondern gründen irgendwann einen Arbeitskreis und dann wird alles gut. Meine Damen und Herren, dasselbe gilt für das Landesplanungsgesetz. Auch da feiern Sie vorab, wir werden 2020 10% haben, aber in der Praxis passiert nichts. Da wird dann erklärt, das Landesplanungsgesetz sei auf dem Weg. In der Realität ist es immer weiter verschoben und was wir von dem Landesplanungsgesetz bisher kennen, von Ihren Entwürfen, ist nicht mal so konkret wie das Phantom der Oper, meine Damen und Herren. Herr Finanzminister, Sie sprachen von den Lebensarbeitszeitkonten und sagten, das wirke nur in späteren Zeiten. Aber in späteren Zeiten ist es nun mal so, werden wir weniger Schüler haben. Und deshalb ist es eben sinnvoll und klug, dass wir insbesondere im Lehrerbereich, um momentane und in absehbarer Zeit zu erwartende Belastungen zu untertunneln, dann eben auch jetzt diese Lebensarbeitszeitkonten einrichten, damit diejenigen, die jetzt mehr Arbeit leisten, dieses dann auch vielleicht später wieder abfeiern können. Und deshalb halten wir es nach wie vor für ein sinnvolles Konzept. Wenn Sie jetzt sagen, für die Einheitsschule, die sei gar nicht teuer. Für das Jahr 2012, da seien lediglich 60 Deputate vorgesehen. Das ist ja auch kein Wunder, weil bisher ist ja nicht umgesetzt. Und bisher sind ja nicht mal Sie so weit, dass Sie sagen, wir machen das flächendeckend, sondern wir machen das sehr vorsichtig. Nur an einigen Stellen, damit man dann vielleicht auch wieder zurückrudern kann, wenn man feststellt, das ganze Konzept ist nichts. Und wenn Sie jetzt nur 60 Deputate haben, dann ist das ja keine Aussage für spätere Haushalte. Denn wenn Sie dieses Konzept tatsächlich so umsetzen, wie Sie es vorhaben, irgendwann flächendeckend, dann werden diese zusätzlichen strukturellen Probleme dann kommen und dann wird das Ganze auch nachhaltig auf den Haushalt wirken. Und Herr Minister, wenn Sie sagen, Sie mussten die Grunderwerbsteuer erhöhen, weil die einzige Alternative sei ja gewesen, Steuererhöhungen. Wenn man mehr für die Kinderbetreuung tun will, dann kann man nur entweder mehr Schulden machen oder Steuern erhöhen. Da haben Sie mal über Einsparungen nachgedacht in anderen Bereichen des Haushaltes. Über das haben Sie nicht nachgedacht und deshalb auch diese schöne Wortprägung von der Dynamik auf der Ausgabenseite. Das soll dann eben verschleiern, dass Sie schlicht mehr Geld ausgeben. Und es ist ja auch kein Wunder, wenn Sie dann feststellen, die Steuerquote an den Ausgaben, die sei gesunken. Das liegt ganz einfach daran, dass Sie mehr ausgeben. Das liegt ganz einfach daran, dass Sie nicht sparen und gleichzeitig aber versuchen, sozusagen die Fiktion des ausgeglichenen Haushaltes aufrechtzuerhalten, wenn Sie sagen, wir müssen über NECA-PRI diese Kapitalerhöhung für die EMBW finanzieren und es damit begründen, dass wir mit der Gründung der NECA-PRI und der entsprechenden Anleihe den Rückkauf finanziert hätten. Das ist nicht zwingend, dass Sie auf diesem Weg weitergehen. Sie könnten genauso gut diese Kapitalerhöhung aus dem Haushalt finanzieren, aber der eigentliche Grund ist ja nicht der, dass Sie jetzt diesen Weg weitergehen müssen, sondern der eigentliche Grund ist, dass Sie die Fiktion des ausgeglichenen Haushaltes aufrechterhalten wollen. Das ist der Grund, warum Sie diesen Weg gehen. Und es ist nicht deutlich geworden, weder bei den Ausführungen des Finanzministers noch bei den Ausführungen der Kollegin Sitzmann und des Kollegen Schmiedl, wo die Nachhaltigkeit in Ihrem Haushalt ist. Sie haben einfach den Urhaushalt genommen, den wir Ihnen hinterlassen haben, haben an einigen Stellen noch mehr Geld ausgegeben, mehr finanziert und haben dann erklärt, in der Zukunft setzen wir dann eine Kommission ein und 2020 wird dann alles nachhaltig und dann beginnt irgendwann das Sparen. Meine Damen und Herren, mit diesem Haushaltsentwurf ist Ihnen wirklich kein Beitrag gelungen für die Zukunft des Landes Baden-Württemberg. Mit diesem Haushaltsentwurf, da haben Sie einzig und allein einen deutlichen Beitrag geleistet dafür, dass die Bevölkerung erkennt, das ist nichts weiter als Regierungsversagen, aber keine Regierungskunst, meine Damen und Herren. Für die Landesregierung spricht der Ministerpräsident Winfried Kretschmann. Herr Präsident, meine Damen und Herren, im Rahmen der Debatte ist von der Opposition auch der Länderfinanzausgleich angesprochen worden. Ich möchte dazu noch etwas sagen. Wir haben uns in der Vergangenheit im Hohen Hause bemüht, in dieser wichtigen Frage zu einer einheitlichen Auffassung zu kommen. Es wurde in der letzten Legislaturperiode dazu ein interfraktioneller Antrag vorgelegt, mit dann modifizierten Änderungen meiner Fraktion und des Bestand im Kernkonsens. Ich habe nun mit dem Ministerpräsidenten von Hessen und Bayern, den Kollegen Seehofer und Bouffier, diese Angelegenheit besprochen. Und wir waren uns einig, dass wir ernsthaft versuchen, diese Frage mit den anderen Ländern möglichst einvernehmlich zu lösen. So, das haben wir, also die Initiative, ich ergriffen worden. Und es gab nun ein erstes Gespräch in der sogenannten Kaminrunde der Ministerpräsidenten. Kaminrunde bedeutet, es sind die Ministerpräsidenten ohne die Mitarbeiter. Und die ist vertraulich, die Runde. Aber so viel kann ich sagen, dass das Thema zwei Stunden dort debattiert wurde. Und da können Sie sich vorstellen, da ging es hoch her. Es dreht sich hier in der Tat um eine wichtige Frage, ob wir die ganzen Finanzbeziehungen zwischen Bund und Ländern neu ordnen. Das sollten wir dringend machen, denn 2020 laufen die entsprechenden Gesetze zum Länderfinanzausgleich aus. Und bis dahin brauchen wir sowieso neue Gesetze. Das ist der richtige Zeitpunkt jetzt. Weil es ist ein langwieriges und schwieriges Verfahren. Da geht es schließlich um viel Geld. Diesen Prozess jetzt in Gang zu setzen und es ernsthaft zu versuchen. jedem ist klar, dass das sehr schwierig ist, weil es darum geht, alle möglichen Finanzbeziehungen in den Prozess einzuordnen. Zum Beispiel wird jetzt verstärkt von den Nehmerländern ins Feld geführt, dass die südlichen Länder, zum Beispiel bei der ganzen Forschungsförderung enorm viele Gelder vom Bund in die Länder wandern. Und das sind Dinge, die Sie einfach zum Beispiel in den Ausgleich einrechnen. Das habe ich nun auch etwas überrascht. Aber daran sehen Sie an dem Beispiel, wie schwierig solch ein Prozess ist. Da braucht man viel Geduld und einen langen Atem. Und wir haben uns auch vereinbart in der Koalition, dass wir auf die letzte Möglichkeit, wenn es zu keinen ernsthaften Verhandlungen kommt, auf die Möglichkeit einer Klage, dass wir auf die nicht gänzlich verzichten. Aber selbst wenn wir Klagen vorausgesetzt, diese Klage hat Erfolg. Und die hat Aussicht auf Erfolg. Selbst wenn wir Erfolg hätten, müssen wir trotzdem nach der Erfahrung des Bundesverfassungsgerichts wieder mit den anderen verhandeln. Wie bei der letzten Klage schon auch. Das heißt, selbst wenn wir die Klage gewinnen, stehen wir vor derselben Situation wie jetzt. Wir müssen verhandeln. Also ist die Situation dann nicht grundsätzlich anders. Der Nachteil dieses Verfahrens ist allerdings, das Bundesverfassungsgericht kann ja nur den bestehenden Renterfinanzausgleich korrigieren. Das Bundesverfassungsgericht kann keinen neuen Finanzbeziehung gestalten. Denn die Gestaltungsaufgabe liegt ja wohl bei der Politik. Und ich denke, es ist ein ganz schlechtes Signal, wenn wir als Politiker nicht das deutliche Signal können. Wir sind die gestaltende Kraft. Wir lösen die Probleme und schieben sie nicht einfach an die Gerichte. Das muss mal das erste Signal sein. Und wir, nur wir können diese Finanzbeziehung neu ordnen. Das müssen wir, sodass es zu einem fairen Ausgleich kommt und nicht in bestehenden Zustand perpetuiert, allenfalls geringfügig ändert. Dass nämlich immer dieselben Länder seit langem zahlen, das ist ja eigentlich nicht der Sinn. Der Sinn ist ja, dass andere Länder durch diesen Finanzausgleich, Entschuldigung, dass die selber auf eigene Beine kommen. Und so muss man das gestalten. Ein System, das nicht so anreizfeindig ist wie das Gegenwärtige. Wenn einer mehr Steuereinnahmen hat, geht es meistens davon in den Länderfinanzausgleich. Wenn ein Nehmerlern mehr Steuern hat, bekommt es weniger. Das ist also ein anreizfeindliches System, das geändert gehört. So, und ich biete nun der Opposition an, dass ich Sie jederzeit über den Verlauf der Gespräche informiere, aber dass wir uns bemühen, in diesem Haus eine einheitliche Auffassung in dieser Frage zusammen zu haben. Alles andere macht den Verhandlungsprozess enorm schwierig. Denn da geht es überhaupt nicht nach Parteigrenzen, wie sich jeder vorstellen kann, sondern da geht es darum, dass wir einheitliche, starke Signale setzen. Das stärkt dann die Verhandlung des Verhandlungsführers und darum möchte ich die Opposition bitten, dass wir da auf eine möglichst einheitliche Linie zurückkehren und nicht das jetzt hier zum tagespolitischen Streit machen. Das ist nämlich überhaupt nicht zielführend, denn die Frage, die Sie angesprochen haben, das zu ändern, steht erstmal überhaupt nicht in unserer Macht. Das können wir nur miteinander zusammen ändern oder ein Gericht kann es ändern. Deswegen, weil es nicht in unserer Macht steht, ist es sinnvoll, dass wir hier möglichst gemeinsam an einem Strang ziehen. Ich biete das ausdrücklich an und ich glaube, das wäre der bessere Weg, als dieses sehr wichtige, aber sehr schwierige Thema einfach zum Punkt der Auseinandersetzung in diesem Haus zu machen. Herzlichen Dank. Für die CDU-Fraktion spricht der Kollege Haug. Es geht nicht um die Frage der Aufklärung, Herr Kollege Schmiedl, sondern es geht um die Frage einer Positionierung. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren, zunächst einmal danke ich dem Ministerpräsidenten für das Angebot, jederzeitige Information über den Fortgang der Verhandlungen zu erhalten. Das ist überhaupt keine Frage. Aber Sie fordern gleichzeitig eine Gemeinsamkeit hier im Hohen Haus ein. Haben Sie uns eigentlich gefragt, als Sie die Klageankündigung zurückgezogen haben, obwohl es hierfür einen Landtagsbeschluss gab? Ich stelle es nur fest. Natürlich haben Sie recht, Herr Ministerpräsident, wenn Sie sagen, es steht nicht in unserer Macht, den Länderfinanzausgleich zu ändern vor 2019. Überhaupt keine Frage. Entweder gibt es eine Einigung oder zumindest eine Mehrheit im Deutschen Bundestag, respektive hauptsächlich im Bundesrat. Oder, und das ist die andere Variante, es gibt ein gerichtliches Urteil. Weil die Lage so ist, wie sie ist und auch nicht von Parteien und Parteizugehörigkeit abhängt, sondern ganz einfach deshalb davon geprägt ist, wer zahlt. Nur davon hängt sie ab. Und die Zahler werden auch strukturell in absehbarer Zeit in der Minderheit bleiben. Weil diese so ist, haben wir uns ja übrigens damals noch mit der SPD auch für den Weg einer Klage beim Bundesverfassungsgericht entschieden. Und es trifft halt nicht zu, dass auf alle Fälle im Zweifelsfall nicht auf alle Fälle verhandelt werden müsse. Das Bundesverfassungsgericht kann nach dem Ergebnis des letzten Urteils, bei dem es ja keine klaren Vorgaben, sondern nur Zielvorgaben gab, natürlich auch Vorgaben machen beispielsweise, die dann auch für alle Bereiche beispielsweise bindend sind. Und in einem, Herr Ministerpräsident, kann ich Sie nur warnen. Wenn Sie jetzt einsteigen in eine Neuverhandlung aller Finanzbeziehungen Bund und Länder, das wird zum Scheitern führen. Baden-Württemberg, Bayern und Hessen finanzieren heute schon die Republik. Heute schon. Wir finanzieren die Republik. Wir erhalten nur in einem einzigen Sektor, nämlich bei den Forschungsausgaben, überproportionales Zurück. Warum? Weil das Land Baden-Württemberg aus eigener Anstrengung heraus genau in diesem Bereich finanziert hat, in der Vergangenheit. Wer jetzt in eine Neuordnung der Bund-Länder-Finanzbeziehungen eingeht, der macht ein Fass auf, das für Baden-Württemberg am Ende nur zum Nachteil führt. Wir zahlen heute bereits mehrfach. Wir zahlen die Steuerkraft unserer Bürgerinnen und Bürger, unserer Wirtschaft. Führt heute schon dazu, dass wir weit überproportional zum Einnahmen des Bundeshaushaltes beitragen. Dann zahlen wir über den Länderfinanzausgleich ergänzend das hinzu. Und deshalb muss die Frage begrenzt bleiben auf die Frage des Länderfinanzausgleichs. Und da geht es nicht um die Frage Solidarität und Nicht-Solidarität. Sonst geht es nur um ein einziges. Nämlich, dass wir ein System herstellen, das Anreiz betont ist, dass ein System hergestellt wird, das solidarisch ist, das aber gleichzeitig auch einfordert. Fördert und einfordert. Das ist der ganz entscheidende Punkt. Da kann man nur sagen, da kann man Anleihen nehmen bei dem, was Angela Merkel in den letzten anderthalb Jahren in der Frage, in der Frage der, in der Frage, Frau Arras, da sollte sie vielleicht mal über den Tellerrand der Stuttgarter Hügelkette hinausblicken, da kann ich nur sagen, da kann man nur Anleihen nehmen. Und dazu bekennen wir uns auch, dass wir in der Frage der Euro-Stabilisierung, Staatsschuldenkrise, anderen helfen, ja, aber auch gegen klare Auflagen. Das ist der ganz entscheidende Punkt. Und ein solches System wollen wir, weil alle anderen Fragen der Finanzbeziehung zwischen Bund und Ländern sehr wohl geregelt sind, aus unserer Sicht. Und eine noch einmal weitere Benachteiligung. Wer meint, durch eine Neuordnung würde sich die Lage für Baden-Württemberg substanziell verbessern? Und wir würden netto, nicht brutto in der Steuerkraft, aber netto in dem, was der Landtag von Baden-Württemberg an Einnahmen zur Verfügung hat, die er in Anführungszeichen an seine Bevölkerung ausschütten kann, wir würden uns von dem 11., 12., 13. Platz in der Bundesrepublik Deutschland auf einen der vorderen Plätze nach vorne bewegen. Der irrt. Der irrt. Deshalb kann ich nur warnen, eine solche Diskussion und solche Verhandlungen zu führen, die sich über den Länderfinanzausgleich hinaus bewegen. Für die Fraktion FDP-DVP spricht Kollege Dr. Rülke. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich wundere mich etwas über Ihre Reaktionen. Der Ministerpräsident hat uns ein Angebot gemacht. Der Ministerpräsident hat uns als Opposition eine Frage gestellt. Und von Ihnen erfährt man denn Missfallenskundgebungen, wenn man sich dazu äußern will. Das ist ein eigenartiges Verständnis von Parlamentarismus. Und es zeugt auch von geringem Respekt gegenüber dem Ministerpräsidenten. Meine Damen und Herren. Herr Ministerpräsident, zunächst bin ich dankbar dafür, dass wir uns darüber einig sind, dass dieses System anreizfeindlich ist und aufgrund dieser Anreizfeindlichkeit geändert werden muss. Dann bedanke ich mich für das Angebot der Information. Es müsste dann noch konkretisiert werden, wie diese Information aussieht. Im Moment haben Sie ja nur von einer Kaminrunde berichtet, die stattgefunden habe und bei der es hoch hergegangen sei. Also der Informationsgehalt ist bisher noch gering. Wahrscheinlich hat ein Feuer gebrannt. Also wir sind da durchaus dankbar, wenn Sie diese Informationen dann noch etwas verdichten und wenn Sie uns vielleicht dann auch mitteilen, in welcher Form diese Verdichtung geplant ist. Wir wollen Ihnen durchaus auch zusagen, dass wir bereit sind, den Konsens zu suchen. Denn dieser Konsens mag ja im Interesse unseres Landes sein, wenn wir da mit einer Stimme sprechen. Wir haben das nebenher gesagt, ja, in der alten Regierungskoalition versucht. Die Kolleginnen und Kollegen der SPD-Fraktion haben damals mitgezogen. Diejenigen, die nicht an Bord waren, waren die Grünen. Aber wenn wir es jetzt vielleicht schaffen, dass alle vier Fraktionen am selben Seil in dieselbe richtige Richtung ziehen, dann wird es mit Sicherheit an uns nicht scheitern. Also ich signalisiere Ihnen ausdrücklich Interesse an diesem gemeinsamen Weg. Ich will auch keine Tabus nun beschreiben, wenn Sie der Auffassung sind und wenn es vielleicht zielgerichtet ist, in diesen Gesprächen mit dem Ministerpräsidenten, Kollegen über die Finanzbeziehungen insgesamt zu reden und es dann zielführend ist und wir dann am Ende mehr erreichen, dann sei es drum. Denn das Ziel muss klar sein. Das Ziel muss letztlich sein, dass dieses System weniger anreizfeindlich ist und dass es am Ende so ist, dass es für die Bürgerinnen und Bürger dieses Landes, Baden-Württemberg, nicht mehr nachteilig ist, wenn sie sich anstrengen und wir nicht mehr für unsere Leistungen bestraft werden. Das muss das Ziel sein. Und das kann man durchaus auch vor Gericht erreichen. Es ist möglich, dass ein Gericht dann urteilt, ihr müsst noch mal verhandeln, wie beim letzten Mal. Aber es ist ja auch durchaus denkbar, dass ein Verfassungsgericht Vorgaben macht und dann im Rahmen dieser Vorgaben wir zu einem Ergebnis kommen, wovon die Menschen in Baden-Württemberg profitieren und wir eben nicht mehr wie in diesem Haushalt 2,4 Milliarden überweisen müssen. Und wie der Kollege Haukes richtig gesagt hat, mit Hessen und Bayern zusammen die Bundesrepublik Deutschland finanzieren. Das kann sein, dass wir wieder Verhandlungen führen müssen, aber es muss nicht sein. Und jedenfalls halten wir es für richtig und Sie selber haben es ja auch nicht ausgeschlossen. Sie selber haben ja gesagt, wir schließen die Klage nicht aus. Also scheint es ja so zu sein, dass Sie sich auch möglicherweise von einer Klage etwas versprechen. Also wir sind bereit, diesen gemeinsamen Weg zu gehen. Wir wollen auch keine Tabus errichten. Wir sind dankbar dafür, dass Sie die Klagedrohung nicht endgültig vom Tisch nehmen. Das gemeinsame Ziel muss es sein, dass die Menschen in Baden-Württemberg gerechter behandelt werden, als das jetzt der Fall ist. Herzlichen Dank. Ja, meine Damen und Herren, mir liegen keine weiteren Wortmeldungen mehr vor. Die Aussprache ist damit beendet. Ich schlage vor die Gesetzentwürfe der Landesregierung zum Gesetz über die Feststellung des Staatshaushaltsplans von Baden-Württemberg, Drucksache 15-1000, das Haushaltsbegleitgesetz, Drucksache 15-1001, und das Gesetz über die Anpassung von Dienst- und Versorgungsbezügen 2012, sowie über die Einmalzahlung in 2011 in Baden-Württemberg, Drucksache 15-1002, zur weiteren Beratung an den Ausschuss für Finanzen und Wirtschaft zu überweisen. Es erhebt sich kein Widerspruch. Damit ist so beschlossen. Punkt 1 der Tagesordnung ist damit erledigt. Bevor wir in die Mittagspause eintreten, darf ich noch darauf aufmerksam machen, dass ein großes Bedürfnis besteht, dass der Untersuchungsausschuss relativ zügig nach Beendigung der Plenarsitzung beginnt. Und entgegen der ersten Einladung ist jetzt geplant, bereits spätestens eine halbe Stunde nach Beendigung der Plenarsitzung mit dem Untersuchungsausschuss zu beginnen. Meine Damen und Herren, wir treten dann ein in die Mittagspause. Die dauert bis 14.45 Uhr. Danke. 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 Vielen Dank. 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 Wir haben... und haben deshalb den Zeitplan sehr offen immer formuliert. Sie nehmen dabei keine Rücksicht auf das Unternehmen, das bis dahin in den Schlagzeilen steht. Es ist gerade an einem Tag, an dem wir in der Zeitung lesen, dass Moody's, die Ratingagentur, die EnBW herabgestuft hat. Und sie nehmen dabei auch keine Rücksicht auf Personen. Das wollten wir in der CDU-Fraktion so nicht laufen lassen. Und deshalb haben wir einen eigenen Antrag gestellt, damit die Zeitvorstellungen von Ihnen so nicht eintreten, sondern wir schneller zu einem Untersuchungsausschussauftrag kommen und zu den Beratungen. Dieses Ziel haben wir erreicht, der Untersuchungsausschuss ist eingesetzt und die Konstituierung ist heute Nachmittag vorgesehen. Sie haben sich bewegt, das angekündigte Zeitplan haben Sie so nicht aufrechterhalten, sondern sind dabei zu einem schnelleren Verfahren gekommen. Wir müssen aber im weiteren Verfahren, das werden wir heute Mittag im Untersuchungsausschuss tun können, schon auch über die Fragen, die mit der Aussage von Ministerpräsidenten A.D. Stephan Mappus zusammenhängen, erörtern. Da lesen wir heute in der Zeitung, nicht Öffentlichkeit, Öffentlichkeit. Frau Ministerin Krebs, die Entscheidung über Öffentlichkeit, Nichtöffentlichkeit, die trifft dann der Untersuchungsausschuss. Und es ist nicht damit getan, dass Sie sagen, eine Kanzlei komme zu dem Ergebnis, derzeit sei eine Aussage nicht möglich. Es geht darum, dass Sie uns Antwort darauf geben, was Sie eigentlich getan haben, um eine, wenn es vertragliche Grundlagen dafür gibt, dass er keine erhalten kann, was Sie mit den Vertragspartnern besprochen haben, um zu dieser Aussagegenehmigung zu kommen. Wenn es denn dann Vorbehalte dazu gibt, sie jetzt schon auszusprechen. Das werden wir heute Mittag im Untersuchungsausschuss besprechen können. Denn es geht darum, dass wir jetzt auch schnell diese Situation erklären. Auf dem Weg dahin haben Sie rechtliche Möglichkeiten nach dem Untersuchungsausschussgesetz von den Regierungsfraktionen genutzt. Sie haben die rechtliche Zulässigkeit unseres Antrags bestritten. Ich will für unsere Fraktion sagen, dass wir nach wie vor von der rechtlichen Zulässigkeit überzeugt sind. Es gibt zwischen dem Komplex Kapitalerhöhung und dem Umgang mit Philis und dem Erwerb von Kunst- und Kulturgütern des Hauses Baden einen entscheidenden Unterschied, auf den der Staatsgerichtshof auch in seinem Urteil deutlich abgehoben hat. Damals ging vom Regierungshandeln erst eine Verhandlung mit Dritten aus, in denen die Bewertung der Kunst- und Kulturgegenstände eine Rolle gespielt hat. Das Gericht wollte diese Verhandlungen mit Dritten als Exekutivfunktion der Regierung nicht durch Untersuchungsausschuss beeinträchtigt sehen. Die Kapitalerhöhung ist heute im Verfahren angekündigt. Die geht ihren Gang. Da gibt es keine außenstehende Dritte, mit denen verhandelt werden muss. Insofern ist da ein deutlicher Unterschied zu sehen. Und wenn Sie die Frage stellen, ob die Neuausrichtung der ENBW schon abgeschlossen ist, dann können Sie mit dieser Frage jede Frage im Untersuchungsausschuss zu diesem Thema kaputt machen. Denn wann ist die Neuausrichtung abgeschlossen? Da wird es immer Punkte geben, die in der Unternehmensentwicklung eine Rolle spielen. Es muss aber für die Minderheit eine Möglichkeit geben, dieses Regierungshandeln anzusprechen. Deshalb wollten wir aber jetzt im weiteren Verfahren keine rechtliche Auseinandersetzung, sondern haben uns dafür entschieden, im Ständigen Ausschuss unseren Antrag deshalb zurückzustellen, weil wir im Ständigen Ausschuss gemeinsam zu einer Lösung gekommen sind, dass heute an diesem Tagesordnungspunkt mit Mehrheit entschieden werden kann, dass Dinge aufgenommen werden, die uns wichtig sind. Zum einen ein Endpunkt für die Beratungen des Untersuchungsausschusses. Wenn wir festlegen, heute mit Annahme unseres Antrags, dass Ende 2012 die Beratung hier im Landtag abgeschlossen sein muss, dann liegt ein Enddatum fest, das Sie bisher nicht zugestanden hatten. Und wir haben auch Fragen einbeziehen können, dann, wenn das angenommen wird, die nach dem 27. März eine Rolle spielen und damit auch an die neue Landesregierung Fragen möglich machen. Sie müssen uns zugestehen, dass wir nicht am Mittwoch letzter Woche ohne rechtliche Erörterung zwischen Frühstück und Eintritt in die Tagesordnung diese Fragen behandeln und dann zu einer Lösung kommen, sondern dass wir rechtliche Fragen dort diskutieren, wo sie diskutiert werden müssen nach dem Untersuchungsausschussgesetz, im Ständigen Ausschuss und deshalb heute zu dieser Lösung kommen, die dann zu einem gemeinsam getragenen Untersuchungsauftrag führt. Ich will deutlich machen, dass wir daran Interesse haben, dass öffentlich geklärt wird, dass an Ihren Vorwürfen nichts dran ist. Und wir haben ein Interesse daran, dass dies rasch geschieht. Und deshalb freuen wir uns, dass die Konstituierung heute Nachmittag stattfinden kann, des Untersuchungsausschusses. Vielen Dank. Für die Fraktion Die Grünen erteilt das Wort dem Herrn Abgeordnetskerl. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich fand das jetzt schon bemerkenswert, muss ich sagen. Also, Herr Kollege Schepester, wenn eine Not heute besonders groß ist, dann die ihrige. Ihre Strategie, diesen Untersuchungsausschuss zu einem Ablenkungsmanöver zu machen und nicht das tatsächlich untersuchungs- und aufklärenswerte Verhalten Ihrer abgewählten Landesregierung ins Zentrum zu stellen, sondern die ersten Schritte der neuen Regierung für die Neuausrichtung der EnBW ist gescheitert, ist kläglich in sich zusammengebrochen. Sie haben halt den Mund, Sie haben den Mund zu voll genommen, Sie haben einfach den Mund zu voll genommen, Sie haben gedacht, Sie machen, Sie machen, Sie machen einen Supercoup, ja, hängen die Regierung ab und können den Untersuchungsausschuss so dominieren, wie Sie es gerne hätten, nämlich mit Fragen, die gar nicht im Zentrum derzeit stehen können und haben dabei sträflich, auch das ist bemerkenswert, missachtet, missachtet, wie die Rechtslage ist. Verstehen Sie, es ist halt nun mal so im Leben, dass ein Urteil des Staatsgerichtshofs aus dem Jahre 2007, was Sie damals bejubelt haben und wofür Sie natürlich zu Recht und legitimerweise gearbeitet haben, das müssen Sie halt heute gegen sich gelten lassen, das ist Rechtsstaat, das ist Rechtsstaat. Und dann kommt man einfach zu dem Ergebnis, und das sind nicht nur wir, sondern es sind wirklich alle, alle Sachverständigen und Expertinnen und Experten, die wir in dieser Woche gefragt haben, und es war nicht nur eine, die kommen alle zu dem gleichen Ergebnis, auch die gutachterliche Stellungnahme der Landtagsverwaltung, wenn man sie denn richtig zu lesen versteht und zwischen den Zeilen interpretiert, kommt auch zu dem gleichen Ergebnis, dass Ihr Antrag von letzten Mittwoch eben nicht zulässig ist, weil er Regierungshandeln aufklären will, was nicht abgeschlossen ist, und das ist eben nun mal ein Leitsatz der Rechtsprechung sowohl des Staatsgerichtshofs noch viel präziser in der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts, BND, Untersuchungsausschussurteile, das kennen Sie. Und wir haben Ihnen am letzten Montag nicht ohne Grund angeboten, nicht auf Zeit gespielt, sondern ein Angebot gemacht, lasst uns einen Untersuchungsausschuss gemeinsam ansetzen, lasst uns eine Verständigung suchen. Hätten Sie das gemacht, wäre Ihnen diese Blamage erspart geblieben, meine Damen und Herren. Jetzt ist es gekommen, wie es kommen musste, und ich sage Ihnen noch einmal, der Landtag hatte nicht die Möglichkeit, sondern wir hatten die Pflicht, wir hatten die Pflicht in Kenntnis der Rechtsprechung, Ihren Einsetzungsantrag auf seine Verfassungsmäßigkeitsuntersuchung, wir hatten die Pflicht, wir haben das gemacht, das Ergebnis ist eindeutig, und deswegen drehen Sie heute Bein, relativ, wenn Sie ehrlich sind, sind Sie kleinlaut, weil so hatten Sie sich das nicht vorgestellt. Und es ist überhaupt keine Frage, dass auch in dieser Situation wir Minderheitenrechte waren, schützen, unterstützen, deswegen unterstützen wir heute Ihren Antrag und waren selbstverständlich gesprächs-, verhandlungs- und einigungsbereit, was die Ergänzung des jetzt schon gültigen Einsetzungsantrags betrifft. Danach werden wir verfahren. Es sind die richtigen Fragen, es sind die richtigen Schwerpunkte. Das Verhalten der Landesregierung kann so aufgeklärt werden. Ihr früherer Ministerpräsident hat seine Aussagebereitschaft unterstrichen. Da freuen wir uns auf spannende Verhandlungen im Untersuchungsausschuss. Wir werden das gründlich machen. Wir werden das nicht schnell, schnell machen und schnell in der Geschichte versenken lassen, am besten schon bis Ostern. Wir werden das in der gebotenen Gründlichkeit machen. Die Öffentlichkeit hat ein Anrecht auf umfassende Aufklärung. Da dürfen Sie sicher sein, dass wir als unsere dazu beitragen werden. Vielen Dank. Für die SPD-Fraktion erteilt das Wort an Herrn Abgeordneten Stoch. Herr Präsident, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Wenn ich in Richtung der CDU-Fraktion blicke, dann kommt mir mein erstes E-Jugend-Fußballspiel wieder in den Sinn. Und bei diesem ersten E-Jugend-Fußballspiel ging es 12 zu 1 aus für uns. Und als die gegnerische Mannschaft zum Trainer ging, sagt er, aber Buben, probiert Hammers wenigstens. Und genau so kommt mir die Dramaturgie der vergangenen acht Tage vor. Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, lieber Kollege Chebesta, Sie haben letzte Woche in einer, ich nenne es jetzt mal, Harakiri-Aktion versucht, hier im Landtag einen Untersuchungsausschuss unter Berufung auf das Minderheitenrecht durchzudrücken. Und ich muss Ihnen ehrlich sagen, es war ein kläglicher Versuch. Und eine Journalistin hat am gleichen Tag auch mich dazu um eine Stellungnahme gefragt. Aber ich habe gesagt, wissen Sie, das war wahrscheinlich ein versuchter Selbstmord aus Angst vor dem Tod. Und es war noch dazu ein untauglicher Versuch. SPD-Fraktion und Fraktion der Grünen haben in der vergangenen Woche einen Untersuchungsausschuss beschlossen, lieber Kollege Mack. Und dieser Untersuchungsausschuss, das können Sie an den 20 Fragen, die in diesem bereits beschlossenen Auftrag enthalten sind, dieser Untersuchungsausschuss soll zu einer umfassenden Aufklärung beitragen. Und zwar, und jetzt kommen wir zum Kern des Problems bei Ihnen, es soll eine umfassende Aufklärung dazu stattfinden, was diese abgewählte Landesregierung im vergangenen Herbst für einen Fehler gemacht hat, der wenig Vergleichbares in der Geschichte des Landes Baden-Württemberg finden kann, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und wir haben, und wir haben, und wir haben bei der Aufklärung dieses Fehlers, und dass es ein Fehler war, da haben Sie auch relativ lange gebraucht, bis das eingestanden wurde, das Vorgehen, zur Aufklärung dieses Fehlers haben wir diesen Untersuchungsausschuss. Und dieser Untersuchungsausschuss wird uns nicht dazu dienen, zu beweisen, dass Sie keine Schuld hatten, oder zu beweisen, dass jemand Schuld hatte, sondern er wird dazu da sein, zu beweisen, ob hier Fehlverhalten der damaligen Landesregierung vorlag. Und es wird ergebnisoffen geprüft. Und liebe Kolleginnen und Kollegen, Sie sollten hier nicht bereits eine Vorgabe machen, die eindeutig tendenziös ist. Denn wenn Sie heute noch den Eindruck vermitteln, dass Sie nicht an einer Aufklärung dieses Sachverhalts interessiert sind, dann werden Sie die Bevölkerung dieses Landes nicht mehr auf Verständnis treffen. Und wenn wir uns dann anschauen, und ich stimme Ihnen ja zu, es hätte großen Sinn gemacht, wenn wir uns in der vergangenen Woche geeinigt hätten, wir haben Ihnen den Vorschlag gemacht. Sie waren damals vor einer Woche noch der Meinung, diesen Sachverhaltskomplex Römisch 2, wo es um die Neuausrichtung der EnBW geht, mit reinnehmen zu können. Dann sind es aber Krokodilstränen, die Sie hier weinen, wenn Sie sagen, wir würden die EnBW durch diesen Ausschuss in ein schlechtes Licht rücken. Das sind Krokodilstränen. Sie selbst haben einen Antrag gestellt, Sie selbst wollten diesen Ausschuss EnBW-Ausschuss nennen, wo es gar nicht um EnBW oder Entscheidungen innerhalb der EnBW geht. Die EnBW war Objekt Ihres Handelns und die EnBW hat keinerlei Schuld, deswegen kann es nicht zum Schaden der EnBW, sondern nur zum Nutzen sein, wenn wir diesen Sachverhalt aufklären. Und liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, wenn wir uns dann anschauen, was von Ihrem Antrag von der vergangenen Woche übrig geblieben ist, dann sage ich Ihnen ehrlich, Sie wollten letzte Woche ein großes Fass aufmachen und stehen heute mit einem Fingerhütchen da. Und dieses Fingerhütchen ist leider halb leer, aber wir achten die Minderheitenrechte, wir achten die Minderheitenrechte und deswegen wollen wir nichts dagegen tun, wenn Sie diese Fragen ebenfalls aufgeklärt haben möchten, dann haben wir überhaupt kein Problem, auch diese Fragen zu beantworten. Ich glaube, die Landesregierung hat auch kein Problem, diese Fragen zu beantworten. Lieber Kollege Haug, Sie sprechen gerne von wie ein Tiger gesprungen und als Bettvorleger gelandet. Wenn ich die Taktik von Ihnen in der vergangenen Woche angucke, ist das eine Beleidigung für jeden Bettvorleger. Herzlichen Dank. Für die FDP-DVP-Fraktion erteile ich das Wort dem Herrn Abgeordneten Glück. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren, wenn ich als allererstes mal auf den Scharnstoch eingehen darf, wenn also aus diesem Fass ein Fingerhut wurde, wie Sie sagen, dann frage ich mich, wo ist denn der Schutz der Minderheit, dann in dem Fall, das können Sie sich mal überlegen, das passt doch überhaupt gar nicht zusammen, was Sie da sagen. Die FDP-Fraktion stellt gemeinsam mit der CDU diesen Änderungsantrag. Unsere Fraktion war von Anfang an für eine umfassende Aufklärung, um die Geschehnisse bei der EnBW aufzuklären. Wir waren von Anfang an mit dabei, egal ob der Untersuchungsausschuss von den Regierungsfraktionen gekommen wäre oder von der CDU gekommen wäre, wir wären auch an einem runden Tisch dabei gesessen, sogar wenn er eckig gewesen wäre, wären wir dabei gewesen. Wir haben das Interesse an einer umfassenden Aufklärung. Insofern begrüßen wir zunächst einmal diese umfassendere Fragestellung des Untersuchungsausschusses, den wir jetzt erreicht haben. Ich sage aber ganz klar an dieser Stelle, wir wären gerne weitergegangen. Es gibt da verschiedene Fragen, die sich da halt schon stellen. Unter anderem muss man sich ja die Frage stellen, warum haben Sie die Schweigepflicht von Markus nicht aufgehoben? Das war eine Frage, die da drin steht. Und was ich gar nicht verstehen kann, ist, warum Sie da so vehement dagegen schießen. Vielleicht hat es ja was damit zu tun, dass es eine vertragliche Schweigepflicht ist und dass man eben mit der EDF darüber erstmal verhandeln müsste, ob man diese Schweigepflicht aufheben kann. Jetzt möchte ich aber von Ihnen gar nicht hören, das geht nicht, sondern dann verhandeln Sie doch bitte mit der EDF, dass man diese Schweigepflicht aufhebt und dann können Sie doch auch bitte nichts gegen diese Frage haben. Und meine sehr geehrten Damen und Herren, und das muss ich jetzt schon ansprechen, auch die Vorkommnisse, unter welchen Umständen die Bereitschaft zur Kapitalerhöhung zustande kam, so etwas gehört geprüft. Meine Damen und Herren, das erinnert mich gerade eben an das Beispiel eines Vaters, der nicht einverstanden ist mit dem Freund seiner Tochter. Und diese Tochter schießt irgendwann einmal diesen Freund in den Wind und einen Tag später steht ein neues Auto da. Meine sehr geehrten Damen und Herren, da nur von einer zufälligen Koinzidenz zu sprechen, das ist doch falsch, das ist doch eine Kausalität, das erkennt doch ein Blinder mit dem Krückstock. Meine sehr geehrten Damen und Herren, wir finden mehr gute Fragen besser als wenige gute Fragen. Von dem her sind wir für diesen Änderungsantrag, wir haben den mitgestellt und unterstützen den auch so. Also ich weiß nicht, ich muss ein bisschen für Ruhe sorgen, dass die Kollegen auch zuhören, was sie sagen. Ja, vielen Dank, Herr Präsident. Das war Zeit. Herr Kollege, es kommt immer auf den Reden an, ob er sich selber die Zuhörer verschafft. Ich helfe Ihnen ab und zu halt. Vielen herzlichen Dank, Herr Präsident. Nochmal ein ganz klarer Fall. Ich bin der Meinung, wenn wir einen Untersuchungsausschuss haben, dann müssen da Fragen gestellt werden, die eben auch die Kapitalerhöhung betreffen. Und meine sehr geehrten Damen und Herren, an diesem Thema werden wir dranbleiben. Da können Sie sich drauf verlassen. Vielen Dank. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir kriegen keine Wortmeldung mehr vor. Wir kommen zur Abstimmung über den Antrag auf der Drucksache 15-1064. Wer diesem Antrag zustimmen möchte, dem bitte ich ums Handzeichen. Gegenprobe? Enthaltungen? Damit wurde dem Antrag mehrheitlich zugestimmt und damit wurde der Landtagsbeschluss vom 14. Dezember 2011 über die Einsetzung des Untersuchungsausschusses EnBW-Deal geändert. Damit ist der Tagesordnungspunkt 2 beendet. Ich rufe den Tagesordnungspunkt 3 auf. Zweite Beratung des Gesetzentwurfs der Landesregierung. Gesetz zur Abschaffung und Kompensation der Studiengebühren und zur Änderung anderer Gesetze. Studiengebührenabschaffungsgesetz. Die Abkürzung tue ich jetzt nicht bekannt geben, die ist nämlich absolut schräg. Aber bitte, Studiengebührenabschaffungsgesetz. Drucksache 15-902 und Beschlussempfehlung und Bericht des Ausschusses für Wissenschaft, Forschung und Kunst. Drucksache 15-1004, Berichterstatter ist der Herr Abgeordnete Deutschle. Liebe Kolleginnen und Kollegen, das Präsidium hat für die allgemeine Aussprache eine Redezeit von fünf Minuten je Fraktion festgelegt, wobei gestaffelte Redezeiten gelten, die aber nicht ausgenutzt werden müssen. In der allgemeinen Aussprache teile ich dem Wort für die CDU-Fraktion, dem Herrn Abgeordneten Deutschle. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, die Einführung von Studienbeiträgen hat an unseren Hochschulen zu einer, wie der Rechnungshof es formuliert, dramatischen Verbesserung der Qualität geführt. Und selbst an Universitäten, wo das Niveau schon auf einer exzellenten Qualität war, hat sich durch die Einführung von Studienbeiträgen die Qualität nochmals verbessert. Die Studierenden in Baden-Württemberg schätzen diese Tatsache und wissen daher ganz genau um diese Standortvorteile, wenn sie sich dafür entscheiden, ein Studium in Baden-Württemberg zu absolvieren. Und deshalb überrascht es nicht, dass wir allein zum Wintersemester 2011-2012 einen Zuwachs der Erstsemester um 15,5 Prozent haben. Wohlgemerkt bei der bestehenden Gesetzeslage. Sowohl die 19. Erhebung des Deutschen Sozialwerks für Studierende als auch die Studie Gebühren mindern die Studierneigung nicht im aktuellen WZB-Brief, kommen übereinstimmend zu dem Ergebnis, es gibt weder eine Gebührenflucht in andere Bundesländer, noch hemmen Studiengebühren die Studierneigung an unseren Hochschulen. Ein Blick an die Hochschulen in Mannheim, die aufgrund ihrer geografischen Lage und dem unmittelbaren Einfluss der Nachbarländer Rheinland-Pfalz und Hessen ausgesetzt sind, belegt, die Studierenden wandern in Mannheim nicht in die benachbarten Bundesländer aus, in denen es keine Studiengebühren gibt. Nein, das Gegenteil ist der Fall. Allein die Hochschulen in Mannheim haben einen Anteil von Studierenden aus anderen Bundesländern von über 80 Prozent. Die Mannheimer Hochschulen ziehen also Studenten aus genau diesen Studiengebühren fernen Ländern an. Und auch sonst im Land stellen wir fest, der Anteil Studierender, die in anderen Bundesländern die Hochschulreife erlangt haben, beträgt immerhin 29 Prozent. Doch all diese Tatsachen lassen Sie, werte Kolleginnen und Kollegen von Grün und der SPD, nicht gelten. Ihre Argumentation, die Sie sich zur Abschaffung von Studiengebühren zurechtgelegt haben, steht also nicht nur auf wackeligen Beinen, nein, sie ist mehrfach widerlegt und mir allein aus ideologischen Motiven her zu begründen. Kommen wir zu den Kosten. Kommen wir zu den Kosten. Die Stuttgarter Zeitung schreibt am 9. Dezember 2011 zurecht, 500 Euro pro Semester Studiengebühren sind im internationalen Vergleich ein Nasenwasser. Der Kollege Haug hat heute Morgen das Thema Kindergartengebühren an der Universitätsstadt Tübingen angesprochen. Ich möchte es an dieser Stelle noch einmal sagen. Sie monieren die Tatsache, dass 500 Euro pro Semester für die Studierenden ein Grund sei, ein Studium in Baden-Württemberg nicht aufzuheben. In Tübingen zahlen Sie für eine Regelgebühr im Kindergarten zwischen 343 Euro und 424 Euro im Monat. Und gemessen an den durchschnittlichen Anfangsgehältern von Akademikern und der Tatsache, dass der Arbeitsmarkt immer mehr hochqualifizierte Kraftwerke sucht, sind 500 Euro pro Semester sicherlich ein finanziell zumeisternder Beitrag. Und wenn, und es ist leider absehbar, in den kommenden Jahren keine Steuermehreinnahmen in Höhe von rund 1,8 Milliarden Euro mehr in den Landeshaushalt fließen, werden Sie, meine Damen und Herren von den Regierungsfraktionen, nicht umherkommen, sich über die Zukunft der Hochschulfinanzierung Gedanken zu machen. Wir fordern Sie daher auf, stellen Sie sicher, dass auch in den kommenden Haushaltsjahren genügend Mittel für die Hochschulfinanzierung unabhängig von der dann aktuellen Haushaltslage für die Verbesserung von Studium und Lehre zur Verfügung gestellt wird. Wir werden deshalb in unserem Entschließungsantrag Einrichtung eines Hochschulpaktes Sie als Regierung auffordern, die Hochschulen vollständige Planungssicherheit in Bezug auf die sogenannten Qualitätssicherungsmittel zu gewähren. Praktizieren Sie doch endlich Ihr Lieblingsmotiv der Nachhaltigkeit und handeln Sie auch in Bezug auf die Hochschulfinanzierung jetzt nachhaltig und zwar über die aktuelle Kassenlage hinaus. Und noch eine Entwicklung stellen wir in unserem Land fest. Die Nähe zu Rheinland-Pfalz und Hessen habe ich eingangs erwähnt. Die Nähe zu unserem Nachbarn in der Schweiz ist gerade für unseren akademischen Nachwuchs eine immer attraktivere Gelegenheit, nach dem Studium schnell ein gutes Nettogehalt zu beziehen. Annähernd jeder vierte Medizinstudent an der Universität Freiburg spielt mit dem Gedanken, nach dem Studium in der Schweiz zu arbeiten und sein Einkommen dort zu versteuern. Und deshalb, meine Damen und Herren von Grün und Roten, frage ich Sie, was sagen Sie dem jungen Handwerker, der seine Meisterprüfung selber bezahlen muss, was sagen Sie der Krankenschwester, die das Studium des Arztes mitfinanziert, auf genau diese Entwicklung? Und ein weiteres, der Gesetzentwurf, den Sie vorgelegt haben, enthält zu unserem großen Bedauern nicht einmal für den Fall des sogenannten Langzeitstudenten eine Ausnahme von der Befreiung von Studiengebühren. Sie schaffen mit dem vorliegenden Gesetzentwurf keinerlei Anreize, ein Studium schnell und zügig zu beenden. Sie schaffen keine Anreize, um die späteren akademischen Besserverdiener an ihrer eigenen Ausbildung finanziell zu beteiligen. Stattdessen verteilen Sie mit der Kompensation von Studiengebühren großzügig Gelder aus dem Landeshaushalt und unterliegen dem Irrglauben, dies sei im Ergebnis auch noch sozial gerecht. Liebe Kolleginnen und Kollegen, lassen Sie mich abschließend auf die Tatsache eingehen, dass die kirchlichen und privaten Hochschulen durch die Abschaffung der Studiengebühren vor gewaltigen Herausforderungen stehen. Das Hochschulwesen in unserem Land ist ähnlich wie das Schulwesen dadurch gekennzeichnet und deshalb so erfolgreich, weil wir über einen ausgewogenen Mix aus staatlichen, kirchlichen und privaten Bildungseinrichtungen verfügen. Wir fordern Sie und unterstreichen das mit unserem zweiten Entschließungsantrag, den wir heute einbringen, auf. Sorgen Sie auch bei den privaten und kirchlichen Einrichtungen für einen fairen und ausreichenden Mittelausgleich. Herzlichen Dank. Applaus Für die Jungfernrede des Herrn Kollegen Deutschle, der Punkt genau gelandet ist, muss man wirklich sagen, eine tolle Leistung. So, für die Fraktion der Grünen erteile ich das Wort dem Herrn Abgeordneten Dr. Schmidt-Eisselohr. Nein, meine zweite. Herr Präsident, meine Kolleginnen, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, sehr geehrte Damen und Herren, Frau Ministerin, liebe Studierende in Baden-Württemberg, die heute per Livestream zugucken und auf diversen Studiengebührenabschaffungspartys diesen historischen Tag mitfeiern werden. Hochschulbildung ist ein gesellschaftliches Allgemeingut und liegt damit in der Verantwortung aller Beteiligten, insbesondere der Regierungen. Das besagt die allererste Aussage in der Erklärung der UNESCO-Welt-Hochschulkonferenz. Sie wird unter Punkt 2 erläutert, um den komplexen Problemstellungen der heutigen Welt und den zukünftigen globalen Herausforderungen begegnen zu können, kommt der Hochschulbildung auch eine soziale Verantwortung zu. Hochschulbildung ist damit der Schlüssel unserer Gesellschaft für die Zukunft, mit der wir die Türen zur Wissensgesellschaft mit den notwendigen Lösungskompetenzen öffnen können. Wir greifen diese UNESCO-Erklärung heute hier zusammen auf, weil wir in Baden-Württemberg mit dem heutigen Tag einen weiteren wichtigen, geforderten und richtigen Schritt in diese Richtung gehen. Heute verabschieden wir im Parlament endlich die Studiengebührenabschaffung. Damit wird diese Landesregierung ihrer sozialen Verantwortung gerecht. Eine Verantwortung, die sich die schwarz-gelbe Regierung immer entzogen hat. Mit der Abschaffung der verbindlichen Grundschulempfehlungen, mit dem Ausbau der Kleinkindbetreuung und jetzt mit dieser Abschaffung der Studiengebühren öbnen wir den Weg für eine neue Bildungsberechtigkeit und für eine Bildungsqualität. Dieses Verständnis der gesellschaftlichen Bedeutung von Hochschule ist Teil eines gesamtheitlichen Bildungsverständnisses. Denn jeder Mensch hat ein individuelles Recht auf Bildung. Das gehört zur sozialen Gerechtigkeit. Zweitens. Unsere Gesellschaft braucht jeden gut ausgebildeten Menschen. Das gehört zur sozialen Verantwortung. Und drittens. Ein gebührenfreies Studium ist auch eine Frage der volkswirtschaftlichen Vernunft. Bei anhaltendem Fachkräftemangel, den Sie sicherlich auch nicht bestreiten werden, brauchen wir in Baden-Württemberg mehr denn je gut ausgebildete Hochschulabsolventen. Vor diesem Hintergrund ist jeder und jeder Einzelne, die wegen finanziellen Hürden kein Studium aufnehmen, eine oder einer zu viel. Wir brauchen alle Talente und alle Begabungen. Keiner darf auf dem Bildungsweg verloren gehen. Das ist wichtig für den Einzelnen, aber auch für uns als Gesellschaft, also ein Allgemeingut. Damit ist wohl auch die Frage beantwortet, die uns in der letzten Lesung des Gesetzes gestellt wurde, nämlich, wem kommt denn die Gewührenfreistellung im Studium eigentlich gut? Die Antwort lautet ganz klar, uns allen. Denn alle profitieren davon, dass wir die Entscheidung für ein Studium erleichtern, indem wir die finanziellen und damit auch die psychologischen Hürden der Gebühren endlich abschaffen. Sie haben ja mehrere Zusatzanträge gestellt. Ich würde die später nochmal erläutern. Aber eine Anmerkung an der Stelle, Sie schlagen unter anderem vor, einen Expertenrat mit reinzunehmen. Denn wir haben in der ganzen Vordiskussion, seit Jahren auch in der Opposition, dieses Thema mit allen Expertengruppen auch schon diskutiert. Das ist ja keine Sache, die jetzt vom Himmel gefallen ist. Also, wenn Sie das bisher selber nie gemacht haben, sich mit Experten auseinandergesetzt, ist das Ihr Problem. Aber wir haben das getan im Vorfeld zu dieser ganzen Debatte. Insofern brauchen wir das an dieser Stelle nicht. Und deswegen lehnen wir das auch ab. Eingangs habe ich auch von Bildungsqualität gesprochen. Wir garantieren diese Qualität für Studium und Lehrer an unseren Hochschulen mit der zugesagten verlässlichen Kompensation. Wir ersetzen den Hochschulen den Ausfall der Gebühren in vollem Umfang und dynamisch an die Studierendenzahlen angepasst. Das ist ein immenser Vorteil für die Hochschulen und ein weiterer Beitrag zur Soziangerechtigkeit. Denn zum ersten Mal, seit die schwarz-gelbe Regierung damals diese Studiengebühren eingeführt hat, können sich die Hochschulen endlich auf berechenbare Finanzströme verlassen. Jetzt kam auch in der Rede von Herrn Deutsche schon das Thema Verstetigung dieser Kompensationsmittel. Ich weiß nicht, wo Sie das hernehmen, dass wir das nicht auch dauerhaft zahlen wollen. Es gibt überhaupt keine Aussage. Ich gehe selbstverständlich davon aus, dass wir das zahlen werden. Selbstverständlich gehen wir davon aus. Aber wir haben ein Gesetz, das reicht uns doch viel besser, als in jeder Haushaltsberatung wieder darüber zu diskutieren. Wir haben ein Gesetz, das einen festen Satzzusatz pro Kopf den Hochschulen garantiert. Damit haben wir eine höhere Verlässlichkeit als alle anderen. Typischerweise hatten die Hochschulen, die viele Studierende aus sogenannten bildungsfernen Schichten ausgebildet haben, aufgrund besonderer Fehlerbefreiungstatbestände weniger Mittel zur Verfügung. Wir schaffen die, nach meiner Einschätzung, Benachteiligung, diese Benachteiligung bestimmter Hochschultypen endlich ab. Wir schaffen diese Benachteiligung dieser Hochschultypen endlich ab. Und ich finde es dann... Applaus Ich finde es dann schon eigenartig, wenn Sie in einem Ihrer Anträge davon sprechen, eine gerechte Verteilung hinzubekommen. Bisher ist sie nicht gerecht. Bisher ist sie nicht gerecht. Die Hochschule, bei der halt in dem einen Jahr mehr Geschwisterregelungen gegriffen haben, die stand auf einmal mit weniger Geld da. Die Hochschule, die mehr hatte, weniger solche Fehler hatte, hatte auf einmal mehr Geld. Das ist doch Zufallsprinzip, das ist doch nicht gerecht. Bei uns gibt es jetzt einen verlässlichen, nachvollziehbaren Wert pro Kopf jedes Jahr. Da weiß ich, so viel habe ich zugelassen, so viel Geld kriege ich, da kann ich planen. Das nenne ich gerecht. Das nenne ich gerecht. Applaus Standen Sie eine Zwischenfrage, das ist Herr Abgeordnete Haug. Am Ende, bitte. Am Ende. Sehr gerne. Ja, sehr gerne. Weil jetzt kam ein Thema, das ist mir jetzt sehr, sehr wichtig. Schön, dass Sie es gesagt haben. Sie begründen das mit den dualen Hochschulen. Also das hat jetzt sozusagen das eigentlich alles getoppt. Weil Sie tun so, als ob dieses Thema Studiengebühren das Problem der dualen Hochschulen ist. Wer hat denn in den letzten Jahren die Grundfinanzierung der dualen Hochschulen nicht erhöht? Wer hat denn zu diesen prekären Arbeitsverhältnissen der Menschen in den dualen Hochschulen geführt? Jedes Jahr werden dort Menschen, aber sie befristete Arbeitsverträge haben, rausgeworfen. Die Leichen liegen bei Ihnen im Keller und nicht woanders. Applaus Es wird allerhöchste Zeit. Es wird allerhöchste Zeit. Die duale Hochschule hat eben ihr größtes Problem darin, dass die Grundversorgung nicht ausreichend ist. Unterhalten Sie sich doch mal mit den Rektoren. Fragen Sie, das Thema Studiengebühren ist nicht das größte Problem, sondern die Grundversorgung. Genau, das werden wir tun. Das halte ich für den richtigen Weg. Deswegen sind wir mit den dualen Hochschulen im Gespräch. Genau mit dem Thema Studiengebühren ist nicht das Hauptproblem. Insofern nehmen Sie Abstand, das als Begründung zu nehmen. So, ein Schluss. Sie langsam zum Schluss, bitte. Ja. Ja, das musste Ihnen mal gesagt werden. Applaus Mit der Abschaffung der Studiengebühren und ihrer vollständigen Kompensation, wie es auch von der Welthochschulkonferenz empfohlen wurde, schaffen wir jetzt eine wichtige und richtige Neuerung. Wir lösen unsere Verantwortung ein, für das Gemeinwohl zu sorgen. Die Türen zur Hochschulbildung stehen offen, dem Schlüssel für die Gestaltung einer zukunftsfähigen Gesellschaft. Liebe Kolleginnen und Kollegen, insbesondere auch der Opposition, Wir setzen um, was schon vor über 2600 Jahren ein chinesischer Politiker und Philosoph gesagt hat. Ich darf an dieser Stelle zitieren. Hören Sie hin. Planst du für ein Jahr zu Säkorn? Planst du für ein Jahrzehnt zu Pflanze Bäume? Planst du für ein Leben zu Bild der Menschen? Dankeschön. Applaus Für die SPD-Fraktion erteile ich das Wort an Herrn Abgeordneter Stober. Ja, sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, seit dem Sommersemester 2007 werden den Studierenden hier in Baden-Württemberg bzw. deren Eltern 500 Euro pro Semester aus der Tasche gezogen. Zumeist sind es nicht die reichsten der Reichen in dieser Gesellschaft. Deswegen sagen wir, diese Beutelschneiderei in Baden-Württemberg wird mit dem heutigen Tag ein Ende haben und ist ein Tag zu feiern. Applaus Viele feiern mit. Und darauf hat der Kollege Schmidt-Eisenlohr ja auch zu Recht verwiesen. Wir haben in der letzten Lesung hier genauso wie im Ausschuss auch noch mal diskutiert über verschiedene Studien und es ist ja hier so fast ein Stück weit die These entstanden in der ersten Lesung, dass ja sogar die Studiengebühren förderlich wären letzten Endes für das Studieren. Hören Sie doch einfach mal zu, hören Sie doch einfach mal zu. Ich gehe auf die Studien dann schon noch ein. Was wir haben, was wir haben ist, wenn man sich diese Studien mal anschaut, wenn man sich diese Studien mal anschaut, dann stellt man aber fest, ich gucke jetzt in die HIS-Studie rein, dass da zwei Dinge sind. Und es ist nicht so, dass Studiengebühren nicht abschrecken. Die meisten Leute, die nicht studieren, die entscheiden sich aus guten Gründen, weil sie möglichst schnell Geld verdienen wollen, weil sie ein Berufsziel haben, wo man keinen Hochschulabschluss braucht. Aber wir haben, das ergibt die HIS-Studie aus dem Jahr 2008 eindeutig, wir haben drei Prozent, die aufgrund der Studiengebühren nicht studieren und drei Prozent, die erst mal das Studium schieben und sich das möglicherweise auch dann vorstellen und dann, also die es noch nicht wissen, wir haben zwischen drei und sechs Prozent an Menschen in diesem Lande, die wegen Studiengebühren nicht studieren. Das ist die HIS-Studie, das ist ja nicht irgendjemand, irgendjemand unseriöses, den wir letzten Endes auf der Seite von SPD oder Grünen politisch irgendwo einsortieren würde, sondern es ist das Institut des Bundes und der Länder. Was wir auch haben, so detailliert muss man sich dann die Studie anschauen, ist natürlich, dass auch manche Studierende aus dem Grunde, weil sie mit Studiengebühren eine bessere Lehre vermuten, sich deshalb für Länder, die Studiengebühren erheben, entscheiden, wie auch Baden-Württemberg. Und die Antwort, die wir jetzt darauf geben, ist doch die einzig richtige. Wir schaffen das Negativbeispiel, nämlich die abschreckenden Studiengebühren ab und wir behalten die Gelder eins zu eins in den Hochschulen. Das eine tun und das andere nicht lassen. Das ist der einzig richtige Schritt, den wir hier gehen können und den gehen wir heute. Sie haben jetzt heute noch vier Entschließungsanträge eingebracht von CDU und FDP. Ich bin etwas überrascht, muss ich ehrlich sagen, weil ich eigentlich gedacht hätte, dass wir auch in den Ausschussberatungen dann über solche Dinge diskutieren, weil alle dann auch angesprochen worden sind. Ich fange jetzt mal an mit der Förderungshöhe. Der Kollege Schmidt-Eisenloh hat es auch schon deutlich gesagt, wir geben 280 Euro pro Studierenden. Das entspricht in der Summe eins zu eins dem, was heute die Einnahmen aus Studiengebühren sind. Jetzt kann man darüber diskutieren, ob man das auch anders macht. Darüber kann man diskutieren. Nur, ich muss sagen, mir ist ein Studierender an der dualen Hochschule genauso viel wert wie ein Studierender an der pädagogischen Hochschule. Das Geld war eins. Wir haben eine Situation gehabt, der Kollege Schmidt-Eisenloh hat es ja schon angesprochen. Sie haben eine Regelung eingeführt, von der Leute besonders benachteiligt waren, andere weniger benachteiligt waren. Was wir jetzt machen, ist klar zu sagen, jeder Studierende ist uns gleich viel wert. Der Gleichheitsgrundsatz gilt. 280 Euro pro Studierenden, egal ob Universität, Fachhochschule, PH oder duale Hochschule, das machen wir. Und das ist gerecht und das entspricht dem Gleichheitsgrundsatz. Und alles, was Sie hier an der Stelle machen, erzeugt unheimlich viel Bürokratie. Nachher tun wir es noch jeder einzelnen Hochschule in bestimmten Prozentsatz ausrechnen. Ich glaube, das macht keinen Sinn. Deswegen gibt es hier eine ganz klare Regelung. Und eines will ich... Das ist ja eine Zwischenfrage des Herrn Abgeordneten Dr. Kamm. Nicht. Am Ende, am Ende gerne. Am Ende ist die Frage, weil wir sonst ziehen wir uns bis 18 Uhr hin. Da geht es nicht auf die Redezeit. Deswegen sage ich ja auch am Ende. Eben, bitte, danke. Sie dürfen Sie setzen. Ich möchte aber auch auf eins darauf hinweisen, hier nochmal in dieser Diskussion. Wenn man so einen Vorschlag hat, über den man ja diskutieren und über den man streiten kann, über den man streiten kann, dann muss man das jetzt hier ins Gesetz reinschreiben. Wir können ja nicht machen, dass wir die 280 Euro Qualitätssicherungsmittel pro Student letzten Endes ins Gesetz machen und Sie uns dann in einem Entschließungsantrag nachher auffordern, uns an dieses Gesetz nicht zu halten. Das ist ja der Aufbruch zum Rechtsbruch, Herr Kollege Birk. Sie haben geschlafen. Ich habe nicht geschlafen. Die anderen Dinge, die sind genauso. Wenn man eine bestimmte Regelung möchte, Herr Birk, wenn man eine... Liebe Kolleginnen und Kollegen, es ist unerträglich, die Lautstärke. Hören Sie dem Redner zu. Wenn man einen... Wenn man eine Regelung möchte, Herr Kollege Birk, dann ist es Aufgabe eines Parlamentariers, dann ist es Aufgabe eines Parlamentariers oder einer Fraktion, dass sie hier entsprechende Änderungsanträge in das Gesetzgebungsverfahren einbringen. Das ist Ihre Aufgabe. Diese Aufgabe müssen Sie nachkommen und genau das tun Sie hier nicht. Genau das tun Sie hier nicht. Dann stellen Sie Änderungsanträge zu dem Gesetzentwurf und machen Sie nicht nach der Abstimmung, wenn das Gesetz dann beschlossen ist, entsprechende Entschließungsanträge, sondern beteiligen Sie sich sachlich an dieser Diskussion. Man kann ja auch ein paar Punkte streiten, aber dann bringen Sie Änderungsanträge zum Gesetz und lernen das Gesetz aus Ihrer Sicht heraus möglichst optimal zu machen. Das betrifft genauso die kirchlichen Hochschulen, wo Sie hier von einem Ausgleich sprechen, aber uns nur nicht einmal vorlegen, mit welchen Mechanismen und welchen Mitteln Sie das letzten Endes machen wollen. Wir sind zusammen Gesetzgeber, Herr Kollege Birk, Herr Kollege Birk, wir sind zusammen hier Gesetzgeber, die Regierungsfraktionen wie die Oppositionsfraktionen. Und jeder, der an dem Gesetz was ändern will, der hat die Aufgabe, einen entsprechenden Änderungsantrag einzubringen. Und eine Fraktion, die sich nur dafür entscheidet, Entschließungsanträge, aber keine Änderungsanträge einzubringen, die hat dieses Grundsatz nicht verstanden. Noch zu zwei Dingen. Das Thema Expertenrat hat der Kollege ja schon angesprochen, der Kollege Schmidt Eisenlohr. Ich wundere mich auch, was wollen Sie jetzt einen Expertenrat einrichten mit einem Gesetz, was Sie in der letzten Legislaturperiode die ganze Zeit nur gelobt haben. Ist dieses Gesetz doch nicht so gut, dieses Studiengebührengesetz, wie Sie es letzten Endes finden? Ich habe schon gesagt, auch in der Ausschusssitzung ja noch einmal ganz deutlich, auch wir hatten lange Diskussionen in unserer Partei, sowohl bei den Grünen als auch bei der SPD, wie wir es machen. Wir hatten auch Diskussionen über nachlaufende Studiengebühren, aber uns war klar und deutlich, das Gerechteste ist, die Studiengebühren abzuschaffen und für einen sozialen Ausgleich über Steuergelder zu sorgen. Das sorgt auch dafür, dass der Akademiker nachher mehr zur Finanzierung beiträgt als die Krankenschwester. Ich komme gleich zum Schluss, Herr Kollege. Das andere, was mich noch am meisten heute gewundert hat, ist der Vorschlag der Pakt für Qualitätssicherung. Was gibt es Besseres, als diesen Pakt gesetzlich zu verankern? Was gibt es höherwertiges in einer parlamentarischen Demokratie als einen Gesetzesbeschluss des Landtags von Baden-Württemberg? Und ich möchte auch noch mal ganz deutlich sagen an der Stelle, weil Sie ja über einen Solidarpakt reden. Ein Solidarpakt ist eine Vereinbarung zwischen den Hochschulen, wie Sie ihn gemacht haben, und letzten Endes der Landesregierung. Aber dieser Solidarpakt ist nur etwas wert, wenn man sich auch daran hält. Und ich möchte nur daran erinnern, wie das war im letzten Solidarpakt. Wie es war, wir hatten... Herr Kollege, kommen Sie bitte zum Schluss. Ich habe mehrere... Es hat doch keine Zwischenfrage gegeben, Herr Kollege. Es hat eine Reihe an Unruhe gegeben, nichtsdestotrotz. Nichtsdestotrotz. Herr Präsident, wenn Sie sagen, dass die Rede damit beendet ist, dann ist das in Ordnung. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und würde, wenn es erlaubt ist, die Zwischenfrage des Kollegen... Es gibt zwei Zwischenfragen, der Abgeordnete Dr. Kern und dann der Abgeordnete Haub. Bitte, Herr Abgeordnete Dr. Kern. Lieber Kollege Stober, Sie haben gesagt, die Studiengebühren hätten eine abschreckende Wirkung und haben sich dabei auf die sogenannte HISS-Studie berufen. Meine Frage geht dahin. Die Autoren in dieser HISS-Studie untersuchen, ob Studienberechtigte, die sich bereits gegen ein Hochschulstudium entschieden haben, in Studiengebühren einen Grund für ihre Entscheidung sehen. Sehen Sie da nicht auch das Problem, dass sozusagen im Nachhinein, wenn die Entscheidung schon gefallen ist, die mögliche Begründung für diesen Schritt bei diesen Forschern angelegt ist? Die Studie befragt die Leute vor der Entscheidung und es wird nachher, sie befragt sie vor der Entscheidung, die HISS-Studie und auch die WZB-Studie, von der Sie das letzte Mal gesprochen haben, bezieht sich ja auf diese Zahl, befragt sie vorher und es wird im Nachhinein dann ein Abgleich gemacht, sozusagen, ob dann nochmal validiert, ob diese Entscheidungen dann auch so gekommen sind, wie Sie sie damals vermutet haben und das ist in fast allen Fällen der Fall. So die HISS-Studie aus dem Jahr 2008. Weitere Frage, weitere Frage des Herrn Abgeordneten Haug. Herr Kollege Stober, können Sie mir sagen, ob die Verstetigung der mittelfristigen Finanzplanung enthalten ist? Ich gehe davon aus, dass das der Fall ist und ihr habt die vorhin auf den Tisch bekommen, ich gehe davon aus, dass es drin ist, ich habe die noch nicht angeguckt, aber ich denke, dass es selbstverständlich ist, dass alle Ausgaben über Gesetze, die hier getroffen werden, welches auch immer, dass diese Auswirkungen in der mittelfristigen Finanzplanung enthalten sind, davon gehe ich aus, davon gehe ich aus, wir haben die Haushaltsberatungen, Ja, wo es auch um die Ich, da müssen Sie den Finanzplanung, ich habe es vorhin auf den Tisch bekommen in der Mittagspause, ich habe sie noch nicht gelesen an dieser Stelle, wir können gemeinsam raus, ich denke, dass sowohl Sie, als auch ich in der Lage sind, diese mittelfristigende Finanzplanung zu lesen und dann denke ich, dass wir, wenn wir nachher reinschauen, beide wissen, ob es drin ist oder nicht. Dankeschön. Für die FDP-DVB-Fraktion erteile ich das Wort von Herrn Abgeordneten Dr. Kern. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, wodurch gewinnt Regierungshandeln Glaubwürdigkeit? Zur Glaubwürdigkeit gehört untrennbar, dass man den eigenen Ansprüchen beziehungsweise den eigenen Zielen gerecht wird. Und dies gilt für jede politische Partei. Und bei Grün-Rot thront über allen Ansprüchen und Zielen noch zusätzlich der Anspruch einer Politik des Gehörtwerdens. Welche Ziele verfolgen Sie nun beim vorliegenden Gesetzesentwurf? Kurz zusammengefasst, Studiengebühren sollen niemandem von Studium abschrecken. Außerdem halten Sie die Finanzierung der Hochschulen ausschließlich aus dem allgemeinen Steuertopf für sozial gerechter als durch Studiengebühren. Auch die FDP hat bei diesem Thema eine Handlungsmaxime. Jeder junge Mensch soll die bestmöglichen Bildungschancen haben unabhängig von sozialer und finanzieller Herkunft. Für uns Liberale lautet auch in diesem Zusammenhang die entscheidende Frage nicht, wo kommst du her, sondern wo willst du hin. Als Vertreter der Opposition möchte ich aber im folgenden Ihren Gesetzentwurf an Ihren eigenen Ansprüchen und Zielen messen. Folgende Fragen müssen dabei beantwortet werden. Erstens, schrecken Studiengebühren tatsächlich von der Aufnahme eines Studiums ab? Nein, das tun Sie nicht. Spätestens mit der Veröffentlichung der Studie des Wissenschaftszentrums Berlin vom Oktober diesen Jahres kann diese Frage als geklärt angesehen werden. Wie sieht es nun mit Ihrer Glaubwürdigkeit aus? Schlecht, denn mit Ihrem Gesetz können Sie Ihr Ziel gar nicht erreichen, weil Gebühren gar nicht vom Studium abschrecken. Und würden Sie Ihrem Anspruch einer Politik des Gehörtwerdens tatsächlich gerecht werden, würden Sie die wissenschaftlichen Untersuchungsergebnisse nicht wieder besseren Wissens achtlos beiseite lassen? Zweite Frage. Sind Studiengebühren sozial ungerecht? Nein, das Gegenteil ist der Fall. Der Verzicht auf Studiengebühren ist faktisch eine Umverteilung von Steuermitteln von unten nach oben, denn es werden statistisch betrachtet in erster Linie diejenigen subventioniert, die durchaus in der Lage wären, Studiengebühren zu bezahlen. Der Verzicht auf Studiengebühren ist auch deshalb sozial ungerecht, weil dadurch innerhalb einer Altersgeneration den nicht studierenden Mitgliedern dieser Generation keinerlei vergleichbare Subventionen zuteil werden. Die Kosten für ein Studium liegen zwischen 15.000 Euro in den Wirtschafts- und Sozialwissenschaften bis hin zu etwa 65.000 Euro in den Natur- und Ingenieurswissenschaften, die die Allgemeinheit der Steuerzahler für die Studierenden übernimmt. Die nicht studierenden Mitglieder dieser Altersgeneration bekommen diese staatliche Subventionierung aber nicht. Wie rechtfertigen Sie von Grün-Rot diese gravierende staatliche Ungleichbehandlung der Mitglieder einer Generation, die durch die ökonomisch besseren Lebensperspektiven von Akademikern ja noch gesteigert wird? Ich weiß, Sie rechtfertigen diese staatliche Subventionierung von unten nach oben damit, dass Akademiker später über das progressive Steuersystem ja wieder mehr Geld an die Allgemeinheit zurückführen würden. Doch auch dieses Argument sticht nicht. Denn das bestehende Steuerrecht differenziert ja nicht, ob der Steuerpflichtige studiert hat oder nicht. Das führt dazu, dass ein Akademiker mit einem Jahreseinkommen von 90.000 Euro genauso viel Steuern bezahlt wie ein Nicht-Akademiker mit gleichem Einkommen. Beide tragen also im gleichen Umfang zur Finanzierung der Hochschulen bei, obwohl nur einer von beiden in den Genuss der Nutzen gekommen ist. Und jetzt stellt sich eine weitere Frage. Wer von beiden muss sich wahrscheinlich mehr krumm legen, um so ein Jahreseinkommen zu erzielen? Der Akademiker oder der Nicht-Akademiker? Meine Damen und Herren von Grün-Rot, auch wenn Sie es nicht gerne hören, Sie verteilen nicht nur von unten nach oben, sondern Sie subventionieren mit Steuergeldern auch noch die meist bequemeren Arbeitsplätze. Ein weiterer massiver Mangel Ihres Konzeptes der Steuerfinanzierung liegt darin, dass ausschließlich diejenigen zur Hochschulfinanzierung herangezogen werden, die nach ihrem Studium auch in Deutschland steuerpflichtig bleiben. Meine Damen und Herren, insbesondere von der SPD, erklären Sie diesen Punkt einmal Ihren Wählern. Sie machen ein Gesetz, das ausgerechnet diejenigen belohnt, die nach ihrem Studium ins Ausland gehen und dort womöglich noch zusätzlich geringere Einkommenssteuern bezahlen als in Deutschland. Die Abwanderung von deutschen Medizinern nach England oder Skandinavien müsste doch auch Ihnen die soziale Absurdität Ihres Gesetzes vor Augen führen. Wenn Sie bei diesem Thema glaubwürdig bleiben wollen, dann müssen Sie den beiden Entschließungsanträgen von uns zustimmen. Hier können Sie beweisen, wie ernst es Ihnen tatsächlich ist mit einer Politik des Gehörtwerdens. Ich kann an dieser Stelle nur noch einmal für Studiengebühren in nachgelagerter Form bergen. Dann würden erst nach Erreichen einer bestimmten Einkommensgrenze die Gebühren zur Rückzahlung fällig. Viele von Ihnen haben sich in der Vergangenheit für eine sozialverträgliche Beteiligung der Studierenden an den Kosten ihres Studiums ausgesprochen. Ich komme zum Schluss. Stimmen Sie dem Entschließungsantrag von CDU und FDP zu, die Abschaffung der Studiengebühren auszusetzen und einen Expertenrat einzurichten, der die Studienfinanzierung in Baden-Württemberg unter die Lupe nimmt und ein schlüssiges Gesamtkonzept erarbeitet, wie staatliche Finanzierung und sozialverträgliche Beteiligung der Studierenden Hand in Hand gehen können, setzen wir uns gemeinsam für ein sozialgerechtes, hochwertiges, weil finanziell gut ausgestattetes Studium in Baden-Württemberg ein. Und ein letzter Punkt. Wenn die Koalition heute die Abstimmung freigeben würde, gäbe es eine satte Mehrheit hier im Haus für ein Modell nachlaufender Studiengebühren. So könnte eine Politik des Gehörtwerdens auch glaubwürdig gelebt werden. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Für die Regierung erteilt das Wort Frau Ministerin für Wissenschaft, Forschung und Kunst, Bauer. Herr Präsident, verehrte Kolleginnen und Kollegen, mit dem Studiengebührenabschaffungsgesetz werden wir finanzielle Hürden, die Studieninteressierte von einem Hochschulstudium abhalten können, abbauen. Wir wollen die Entscheidung für ein Hochschulstudium erleichtern. Und wir wollen ein konzentriertes Studium ermöglichen, statt die jungen Menschen verstärkt in Nebenjobs zu treiben, damit sie sich neben dem Studium ihr Studium finanzieren und bezahlen können. Wir sind überzeugt davon, die Zukunft unserer Gesellschaft entscheidet sich mit in den Hochschulen. Von den Hochschulen müssen Ideen, Impulse und Innovationen kommen, die wir brauchen, um zu einer nachhaltigen Lebensweise zu gelangen. Und deshalb ist es als Gesellschaft unsere Pflicht, dafür zu sorgen, dass möglichst viele Talente und originelle Köpfe ein Studium aufnehmen. Dort nämlich an den Hochschulen können jungen Menschen ihre Intelligenz und Kreativität entwickeln und entfalten und das machen sie nicht nur zum Wohle ihres eigenen Geldbeutels. Das machen sie zum Wohle von uns allen. Und deshalb sind wir uns einig darin, dass wir vor allem die Potenziale der jungen Menschen erschließen müssen, für die ein Studium heute aufgrund ihres familiären Hintergrunds keine Selbstverständlichkeit ist. Der Anteil der Studierenden aus sogenannten bildungsfernen Schichten ist an unseren Hochschulen mit etwa 15 Prozent bedauerlicherweise sehr gering. die Landesregierung verfolgt deshalb konsequent das Ziel künftig alle Begabungen und alle Begabten gerade auch aus dieser Herkunftsgruppe zu unterstützen damit sie ein Studium aufnehmen können. Und es ist uns wichtig eine solche Politik die fängt ganz am Anfang an und deswegen ist unsere Politik darauf ausgerichtet zunächst mal bei den ganz kleinen unter Dreijährigen für eine verbesserte Betreuungsinfrastruktur zu sorgen und dann im Bildungssystem konsequent auf individuelle Förderung zu setzen und am Ende auch finanzielle Hürden zur Aufnahme eines Studiums abzubauen. Und deswegen lassen Sie mich bei der Gelegenheit nochmal sagen wir hatten ja eben auch wieder eine kurze Debatte über die Frage was ist da sozial gerecht und was ist nicht sozial gerecht in unserem Steuersystem vielfach auch von allen politischen Farben festgestellt haben wir eine zu starke Belastung der Familien mit Kindern die Steuerlösung ist auf jeden Fall eine Lösung also Finanzierung des Studiums aus Steuern und nicht aus individuellen Beiträgen ist schon mal ganz eindeutig ein Beitrag dazu Familien zu entlasten im Vergleich zu denjenigen die keine Familien haben allein das ist ein sozialer Beitrag und natürlich ist die Steuerlösung auch eine die sagt die Gesellschaft insgesamt und insbesondere diejenigen die aufgrund ihrer Einkommensverhältnisse mehr Steuern zahlen können die Solidarität unserer Gesellschaft steht dafür ein dass unsere Hochschulen gut funktionieren und eben nicht jedes Individuum mit seinem Geldbeutel und seinen finanziellen Möglichkeiten die es individuell hat ein zweites Ziel das wir mit dem Studiengebühren Abschaffungsgesetz verfolgen das zweite Ziel und es gehört untrennbar mit dem ersten zusammen ist das Ziel die Studienbedingungen zu verbessern und wir legen großen Wert darauf dass die Abschaffung der Gebühren die Qualität des Studienangebots und der Studienbedingungen nicht verschlechtern darf sondern weiter verbessern muss und wie erreichen wir dieses Ziel es sind im Wesentlichen drei Punkte erstens die Qualitätssicherungsmittel des Landes kompensieren in vollem Umfang die bisherigen Einnahmen aus Studiengebühren und sie sind gestaltet als Pro-Kopf-Beitrag pro Studierenden dynamisch an die tatsächliche Entwicklung der Studierenden gebunden dieses Prinzip man nennt es auch das Prinzip Geld Volk Studierenden war früher mal in der FDP übrigens sehr hoch gehalten dieses Prinzip Geld Volk Studierenden funktioniert übrigens auch beim Hochschulpakt 2020 des Bundes nach genau diesem Prinzip das staatliche Geld die staatlichen Mittelzuflüssen werden gebunden an die Köpfe der Studierenden und dieses Prinzip setzt einen ganz klaren Anreiz für die Hochschulen Studierende aufzunehmen sie gut zu betreuen und sie zu einem erfolgreichen Abschluss zu begleiten dieses Prinzip stärkt Studierende in den Hochschulen und es stärkt in den Hochschulen die Lehre insgesamt Die Vergabe der Qualitätssicherungsmittel dabei bin ich mit dem zweiten Punkt die Vergabe der Qualitätssicherungsmittel erfolgt im Einvernehmen mit Studierenden Das Einvernehmen ist nicht nur eine Kompensation das Einvernehmen ist ein klares Signal dass wir auf verbindliche Kooperation und den Dialog und eine Kultur der Rückmeldung setzen und in dieser Kultur des Dialogs über Studienbedingungen über die Defizite die vor Ort vorhanden sind verbessern wir gezielt die Studienbedingungen und die Bedingungen der Lehre und wir gestalten dieses Prinzip nachhaltig nicht abhängig davon ob mal wieder an der Studiengebühren Gestaltungsschraube gedreht wird wie in der vergangenen Legislaturperiode hier auch mehrfach geschehen ist Frau Ministerin Sie sprechen von einer Stärkung aber Sie kompensieren doch nur zum einen zum zweiten darf ich Sie darin so richtig verstehen dass Sie nun doch bereit sind mit den Hochschulen einen Pakt zu schließen wenn Sie von Nachhaltigkeit sprechen und von einer Verstetigung zu sprechen wir kompensieren und wir schaffen ein Gesetz und schaffen dadurch Verlässlichkeit ich glaube es gibt keine größere Verlässlichkeit im Parlament als ein Gesetz zu verabschieden das gesetzliche Ansprüche Herr Haug ich verstehe diesen Ansatz ich bin wirklich verblüfft über diese Nachfrage auch über den Anschließungsantrag der heute von CDU und FDP in dem Zusammenhang vorgelegt wird ich glaube Sie wissen Sie müssen es eigentlich kennen wenn man ein Gesetz beschließt in dem ein klarer gesetzlicher Anspruch gegenüber dritten oder nachgeordneten Behörden drin steht nämlich pro Kopf pro Student und Studentin fließen künftig 280 Euro an die Hochschulen dann wird mit der Verabschiedung dieses Gesetzes dieser Anspruch der daraus entsteht automatisch in die mittelfristige Finanzplanung übernommen das ist der Charakter von Gesetzen und ihrer Wirkung ich glaube bis vor kurzem kannten Sie diesen Mechanismus und ich wundere mich sehr dass Sie heute von einem Pakt reden den man abschließen sollte um einem Gesetz Nachhaltigkeit zu verleihen ich verstehe die Welt nicht mehr was für ein juristischer Sackverstand dahinter gewesen ist Ihnen einen solchen Entschließungsantrag zu schreiben heute deswegen lassen Sie mich in meiner Argumentation noch mal fortfahren bislang war das und Sie fragten ja nach der Qualitätsverbesserung in quantitativer Hinsicht kann man sagen Sie kompensieren ja nur in qualitativer Hinsicht ist die Kultur der Rückmeldung und des Dialogs mit Studierenden ganz anders nämlich erstens das Einvernehmen setzt eine andere Verbindlichkeit voraus als das Benehmen bislang und zweitens war für die Studierenden bislang ihre Kooperation immer auch in gewisser Weise eine ambivalente Angelegenheit denn sie mussten ja über die Verwendung von Mitteln reden deren Herkunft sie meistens zweifelhaft fanden dieses Problem ist gelöst sie reden über die Verwendung von Landesgeldern von staatlichen Mitteln und werden viel leichter und viel überzeugter konstruktiv in diesen Dialog eintreten können und von daher glaube ich auch aus diesem neuen Umstand wird eine neue Qualität resultieren Frau Ministerin gestanden Sie weitere Zwischenfragen unter anderem Nummer 1 eine Zwischenintervention des Herrn Abgeordneten Haug ich würde gerne die Zwischenintervention am Ende meiner Rede hören also nein weil das ist keine Zwischenintervention dann einfach ich will ja ja oder nein ja dann muss der Herr Haug sich noch ein wenig gedulden gut dann gibt es eine weitere Frage des Herrn Abgeordneten Birk Doktor würden Sie die Zwischenfrage zulassen bitte Frau Ministerin Sie waren überrascht über diesen Antrag wieso dieser Hintergrund erstens sind Sie nicht jetzt ja Freunde ganz ruhig bleibe wir haben es kurz vor Weihnachten aber sind Sie nicht auch der Meinung dass sich das Instrument des Solidarpaktes in den letzten Jahren bewährt hat auch vor dem Hintergrund dass damit eine Planungssicherheit für das Land da war sowohl für das Wissenschaftsministerium des Finanzministeriums aber auch die Hochschulen auf der anderen Seite und sind Sie mit mir der Meinung dass in solch einem Pakt für Qualitätssicherung eben die große Chance darin liegen würde dass diese Mittel die Sie jetzt möglicherweise in der mittelfristigen Finanzplanung eingestellt haben nicht bei der nächsten Verhandlung des Solidarpaktes die für Sie nicht einfach werden wird diese Verhandlungen mit dem Finanzministerium zu führen eben dann angerechnet werden auf den Solidarpakt deshalb die Frage ob das nicht ein Sicherungsinstrumentarium ist dieser Pakt der Ihre Verhandlungsposition auch gegenüber dem Finanzministerium verbessern kann also wenn Sie so wollen es ist nicht nur ein Beitrag der CDU Landtagsfraktion im Hinblick auf eine Stärkung der Hochschulen sondern auch eine deutliche Verbesserung Ihrer Verhandlungsposition gegenüber dem Finanzministerium für die nächste Runde des Solidarpakts herzlichen Dank für das Angebot der Unterstützung von Seiten der CDU-Fraktion und der FDP-Fraktion das nehmen wir doch gerne an und kommen darauf zurück wenn es dann darum geht nach dem Auslaufen des Solidarpaktes Ende 2014 die Anschlussregelung sicher auch wieder in Form einer verbindlichen Vereinbarung über mehrere Jahre hinweg zu schließen aber der Solidarpakt und seine Nachfolgeregelung ist das eine da geht es um die Grundfinanzierung der Hochschulen und die Studiengebührenabschaffung und deren Kompensation ist etwas anderes die Studiengebührenabschaffung und deren Kompensation regeln wir auch in der finanziellen Hinsicht in einem Gesetz fest das steht danach gar nicht zur Disposition für irgendeinen Pakt der Solidarpakt da bin ich völlig bei Ihnen der Solidarpakt wenn wir ihn neu behandeln der muss fair sein der muss anständig sein der muss realistisch sein in Bezug auf die finanziellen Bedarfe ich werde doch es ist systematisch einfach Unsinn ein Gesetz gießt man danach nicht noch in einen Pakt wenn wir wenn wir den Solidarpakt 2014 neu verhandeln freue ich mich über jede Form der Unterstützung damit die Hochschulen in Zukunft auch in der Grundfinanzierung wieder gut aufgestellt sind unbenommen davon sind die Zahlungen die wir leisten an die Hochschulen pro Kopf als Kompensationsmittel für die Abschaffung der Studiengebühren ich kann auch mein Rechtsverständnis lässt das nicht zu und ich meine die anderen Abgeordneten werden sich auch dazu verhalten wir können doch nicht damit anfangen dass wir gesetzliche Regelungen des Parlaments danach in einen exekutiven Pakt nochmal übersetzen und umbauen mit nachgeordneten einrichten das geht systematisch gar nicht ich glaube sie haben einfach zwei Dinge zusammengebracht die nicht zusammengehören ich freue mich über ihre Unterstützung bei den Neuverhandlungen des Solidarpaktes stimmen sie heute der Kompensationsregelung zu und ab übermorgen reden wir über den Solidarpakt und die Nachfolgeregelung das sind zwei völlig verschiedene Bausteine es ging nochmal um die Frage wie wir durch die Kompensationsmittel die Qualität der Studienbedingungen verbessern der dritte Punkt den ich noch kurz ansprechen möchte ist die Verwendung der Qualitätssicherungsmittel wir wir stellen sicher dass die Qualitätssicherungsmittel so flexibel wie möglich vergeben werden in den Hochschulen so große Spielräume wie möglich erhalten bleiben und den örtlichen Bedarfen entsprechend eingesetzt werden können zum Beispiel indem wir auch die jährlich die Übertragbarkeit von einem Jahr ins nächste sicherstellen oder auch indem wir in einem vertretbaren Umfang dafür Sorge tragen dass aus den Studiengebührenmitteln auch unbefristete Stellen geschaffen werden können darüber hinaus stellen wir sicher dass über die Verwendung der Kompensationsmittel Transparenz hergestellt wird das stärkt Studierende in ihren Verhandlungen und Gesprächen mit den Hochschulleitungen weil sie über längere Zeiträume hinweg und auch über verschiedene Hochschulen hinweg vergleichen können und mit einer entsprechenden Basis ausgestattet werden um eingreifen zu können ich bin mir sicher die finanzielle Herausforderung die wir damit eingehen ist erheblich da braucht man gar nicht drum herum zu reden die Studierendenzahlen sind höher denn je in diesem Wintersemester werden alle Rekorde gebrochen wir gehen davon aus dass die Studierendenzahlen auch die Anfängerzahlen weiter steigen werden entsprechend werden auch die Kompensationsmittel ansteigen wir sind uns dessen bewusst und sind diese Verpflichtung in vollem Bewusstsein eingegangen und wir wissen dass der weitere Ausbau der Studienplätze auch weitere Anstrengungen braucht sowohl um die nötigen Studienanfängerplätze im Bachelorbereich zur Verfügung zu stellen als auch um im angemessenen Maß Masterstudienplätze folgen zu lassen und ebenfalls auszuweiten wir wissen dass der entsprechende Anstieg der Studierendenzahlen verbunden werden muss mit zusätzlichen Aufweinwendungen im Bereich der Studentenwerke der Betreuung von Studierenden auch des studentischen Wohnens und auch der baulichen Infrastruktur und wir wissen dass wir im Hochschulbereich einen erheblichen Sanierungsstau haben der abgebaut werden muss von daher sind die finanziellen Erfordernisse in dieser Legislaturperiode erheblich aber wir tun das in vollem Bewusstsein dessen dass das eine hervorragende Investition in die Zukunft ist und deswegen bitte ich Sie auch die Kolleginnen und Kollegen von der Opposition nochmal ernsthaft darüber nachzudenken ob Sie sich heute diesem Gesetz nicht anschließen wollen und ich glaube in der Tat die Anträge die Sie heute vorlegen lassen Sie mich da nochmal kurz was dazu erläutern die Anträge die Sie hier heute als Entschließungsanträge vorgestellt haben die haben auch mich in gewisser Weise verblüfft denn im Wissenschaftsausschuss war noch kein einziger Änderungsantrag kein einziger Vorschlag zur Debatte gestanden man hätte da in aller Ruhe mal alternative Ideen auch vertiefen können jetzt haben Sie aber heute bei der Abschlussberatung ja Herr Haug aber auch da Sie sind doch kein Neuling Entschuldigung Sie sind doch kein Neuling im Parlament wir haben heute die Abschlussberatung und die Entscheidung wenn man heute nochmal Veränderungen einbringen will dann muss man Herr Haug Herr Haug wenn man wir haben über den Fahrplan Herr Haug wenn wir über den Fahrplan wir haben den Fahrplan immer ganz klar kommuniziert und Sie sind Profi genug Sie sind Profi genug um zu wissen wenn Sie Veränderungen einbringen wollen dann müssen Sie einen Änderungsantrag stellen einen Änderungsantrag müssen Sie stellen und nicht einen Entschließungsantrag der Ihre eigenen Vorstellungen was Sie denn gerne anders hätten vollkommen nebulös lässt und vollkommen im Unklaren lässt anstatt ich mache es mal an einem Beispiel fest anstatt anstatt unseres klaren Konzeptes pro Kopf pro Student oder Studentin 200 Euro als Kompensationsmittel ein klares Prinzip 280 Entschuldige nicht du ja 280 Euro klarer Betrag jeder Student ist uns gleich viel wert und jede Studentin auch anstelle dieses Prinzip anstelle dieses klaren Prinzips fordern Sie heute in einem Entschließungsantrag eine Formulierung wir sollen einen gerechten Ausgleich der Mittel herstellen aber wie soll das denn aussehen was für ein Vorschlag ist das denn wie soll dieses Konzept was Sie für gerechter halten denn aussehen das lassen Sie im Nebulissen aber wir verabschieden heute ein Gesetz mit einem solchen Vorschlag können wir das Gesetz eben nicht verbessern sondern wir würden es verwässern Frau Ministerin gestatten Sie eine Zwischenfrage des Herrn Abgeordneten Dr. Birke wie man darauf hinweise wenn das so weiter geht müssen wir zusätzliche Redezeit geben weil die Regierung wenn sie 50% der Redezeit der Fraktion überzieht mal weitere Redezeiten ich will bloß darauf hinweisen dass zwei weitere Ausschüsse anschließend tagen und wir sollten sich schon ein bisschen unterstützen dass es noch einmal Zeitpunkt abläuft wo es vernünftig ist der Herr Kollege Birke hat jetzt eine Zwischenfrage wenn Sie sie zulassen aber klar bitte Herr Birke Frau Ministerin ist durch dieses Gesetz gewährleistet dass die duale Hochschule die ab dem Sommersemester 2012 wenn die Studiengebühr nicht mehr erhoben wird mit 5 Millionen Euro weniger Einnahmen rechnet dass diese Mittel komplett ausgeglichen werden stellen Sie diese Mittel über das Gesetz respektive über den kommenden Landeshaushalt zur Verfügung ja oder nein bitte Frau Ministerin Herr Dr. Birke die duale Hochschule Baden-Württemberg wird im nächsten Jahr nicht weniger Mittel erhalten als sie bislang erhalten hat denn die duale Hochschule wächst wie keine andere Hochschulart in diesem Jahr mit 30% sie wird also in absoluten Beträgen mehr haben als sie bislang hatte und von daher werden wir kein Defiz... weil sie wächst weil sie wächst bekommt sie mehr Geld als bislang also sie bekommt nicht jetzt lassen Sie mich doch auch mal einen Satz zu Ende bringen sie wird mehr Mittel haben als sie bislang hatte zweitens der Kollege der Kollege Schmidt-Eisendor hat eben schon darauf hingewiesen dass... liebe Kolleginnen und Kollegen wenn Sie die Ministerin was fragen dann müssen Sie auch zuhören sonst ist die Frage sinnlos also lassen Sie die Ministerin mal ausreden bitte Frau Ministerin ja die Frau Ministerin antwortet ja gerade ich weiß gar nicht wir sind doch kurz vor Weihnachten was ist denn heute los bitte Frau Ministerin bitte um Antwort vielen Dank für die Unterstützung ich versuche es jetzt nochmal der Kollege Schmidt-Eisendor hat es eben schon mal versucht zu erläutern das Problem der dualen Hochschule und sie hat ein massives Problem das Problem der dualen Hochschule besteht darin dass sie seit 2005 sich quasi verdoppelt hat von der Größe der gesamte Ausbau aber nicht ein Ausbau in der Grundlast war mit einer anständigen Grundfinanzierung sondern aus dem Programm 2012 mit Überlasten mit temporären Überlasten finanziell schlecht ausgestattet war und mit befristeten Stellen versehen war so dass in der Tat bis hin zur Sekretärin die die Verwaltung macht bis hin dazu sind befristete Personen eingestellt worden deren hohe Expertise und Know-how verloren geht weil man die befristet beschäftigten Personen wieder entlassen muss wenn die Zeit abgelaufen ist der Fehler und die Finanzproblematik der dualen Hochschule besteht also darin dass wir endlich die Grundlast realistisch definieren müssen entsprechend finanziell ausstatten müssen unbefristete Stellen dann auch im entsprechenden Ausmaß starten können und dann hat die duale Hochschule kein Problem mehr und es ist für sie Peanuts was bei der Kompensationsregelung an kleinen Verzerrungseffekten entsteht wir sind wir sind in engen Kontakt mit der dualen Hochschule wir sind in engen Kontakt mit der dualen Hochschule wir wissen sehr genau wo ihre Probleme sind und die duale Hochschule weiß es auch sehr genau wo die wirklichen Ursachen ihrer finanziellen Engpässe und personellen Engpässe begründet liegen und wie wir dieses beheben können wir sind da wirklich ganz eng beieinander die Frage ist gar gut beantwortet bitte weiter angesichts der fortgeschrittenen Zeit unterlasse ich es jetzt mich auf weitere ihre Entschließungsanträge weiter zu kommentieren die aber alle vier alle vier in der gleichen im gleichen Strick muss da nicht eine klare Alternative ihrerseits formulieren sondern ein Problem aufwerfen eine Frage aufwerfen aber nicht die Antwort geben von ihrer Seite wie sie es denn anders und besser machen würden deswegen glaube ich kann man beim besten Willen einem solchen Entschließungsantrag nicht näher treten aber das ist ja dem Parlament vorbehalten dieses zu entscheiden ich bitte Sie nochmal darum treten Sie dem Gesetzentwurf bei sind Sie dabei und unterstützen Sie uns dabei die Hürden für ein Studium weiter nach unten zu senken die Hürden abzubauen und mit dafür zu sorgen dass die Studienbedingungen im Land auch wenn die Studierendenzahlen weiter wachsen gut bleiben und sich weiter nach oben entwickeln herzlichen Dank Weitere Frage des Herrn Abgeordneten Haug eine Frage über eine kurze Zwischenintervention die gibt Herr Kollege Haug das geht Zwischenintervention ist während der Rede das ist zum Schluss nach bisher wir können das nur in die Geschäftsordnung einarbeiten also an mir scheitert es nicht an mir scheitert es nicht ich bin da Frage machen wir eine Frage eine letzte Zwischenfrage wenn die Frau Ministerin sie zulässt Frau Kollegin Bauer was unseren Entschließungsantrag angeht könnten Sie sich nicht beispielsweise vorstellen dass eine Kompensation eben jetzt nicht gesetzlich erfolgt sondern eine Kompensation beispielsweise um die Grundlast erfolgt es geht konkret um 5 Millionen Defizit bei den dualen Hochschulen und dieses dann eben nicht hier ins Gesetz sondern in das Haushaltsgesetz einfließt das wir demnächst beschließen wir werden mit Ihnen sicher darüber reden wie wir die Entwicklung der dualen Hochschulen nachhaltig verbessern können auch für die anderen Hochschularten stellt sich die Frage welche Überlasten und welche Grundlasten haben wir eigentlich in unseren Hochschulen deswegen ist die Frage der angemessenen Grundfinanzierung der dualen Hochschulen in der Tat eine wichtige aber nichts im Zusammenhang mit der Kompensation denn bei der Kompensation haben wir uns für ein klares transparentes und gerechtes Prinzip entschieden nämlich jeder Student und jede Studentin ist uns gleich viel wert wir können nicht nach Hochschularten differenzieren es würde neue Ungerechtigkeiten hervorbringen und die Hochschulen die die Bildungsaufsteiger vorher verstärkt hätten wären abgestraft weil sie weniger Kompensationsmittel erhalten würden als die Hochschulen derer die aus entsprechenden familiären Verhältnissen kommen deswegen sind wir wirklich überzeugt davon mit dem einfachen Prinzip pro Person das gleiche Geld haben wir das gerechte und transparente Verfahren gewählt das auch angemessen ist danke liebe Kolleginnen und Kollegen es liegen keine weiteren Wortmeldungen vor wir kommen jetzt zur zweiten Abstimmung über das Gesetz über den Gesetzentwurf Drucksache 15 schrägstrich 902 Abstimmungsgrundlage ist der Beschlussempfehlung des Ausschusses für Wissenschaft Forschung und Kunst auf der Drucksache 15004 der Ausschuss empfiehlt Ihnen den Gesetzentwurf mit Änderungen in Artikel 7 und 10 zuzustimmen ich rufe auf Artikel 1 Abschaffung von Studiengebühren wer Artikel 1 zustimmt den bitte ich ums Handzeichen wer Artikel 2 dagegen stimmt was was habe ich gesagt für das dass Sie so unruhig sind hätten Sie nur ein gutes Gehör Herr Dr. Körn also wer Artikel 1 dagegen ist der möge ich die Hand erheben wer enthält sich damit war das erst nur die Mehrheit Kolleginnen und Kollegen also ich bin vielleicht schwerhörig aber hier sehe ich fünf unbesetzte Sitze da drüben damit ist die Sache besprochen ne ne aber fünf unbesetzte Sitze da sind es drei weiter ich rufe auf Artikel 2 Änderung des Landeshochschulgebührengesetzes wer Artikel 2 zustimmt der möge ich mit die Hand erheben wer ist dagegen wer enthält sich mit der gleichen Mehrheit abgelehnt also dort zustimmt ich rufe auf ich rufe auf Artikel 3 Gesetz zur Sicherung der Qualität in Studium und Lehre wer Artikel 3 zustimmt den bitte ums Handzeichen wer ist dagegen wer enthält sich damit mehrheitlich zugestimmt ich rufe auf Artikel 4 Gesetz über den Studienfonds wer Artikel 4 zustimmt der möge ich bitte die Hand erheben wer ist dagegen wer enthält sich damit ist Artikel 4 angenommen und ich rufe auf Artikel 5 Änderung des Landeshochschulgesetzes wer Artikel 5 zustimmt der möge bitte die Hand heben wer ist dagegen wer enthält sich damit mehrheitlich zugestimmt wir rufe auf Artikel 6 Änderung des Akademiegesetzes wer Artikel 6 zustimmt der möge bitte die Hand heben wer ist dagegen wer enthält sich damit ist Artikel 6 zugestimmt ich rufe auf Artikel 7 Änderung des Hochschulzulassungsgesetzes wer Artikel 7 in der Fassung von Ziffer 1 der Beschlussempfehlung zustimmt den bitte ich um das Handzeichen wer ist dagegen wer enthält sich damit die Mehrheit nicht der Partikel 7 so zugestimmt worden ich rufe auf Artikel 8 Änderung des Gesetzes zur Ausführung des Bundesausbildungsförderungsgesetzes wer Artikel 8 zustimmt den bitte ich um das Handzeichen wer ist dagegen wer enthält sich damit mit Mehrheit ist Artikel 8 zugestimmt ich rufe auf Artikel 9 Änderung der Studiengebühren Verordnung Wer Artikel 9 zustimmt den bitte ich um das Handzeichen wer ist dagegen wer enthält sich damit ist Artikel 9 mehrheitlich zugestimmt worden ich rufe auf Artikel 10 Änderung der Hochschulvergabeverordnung wer Artikel 10 in der Fassung von Ziffer 2 der Beschlussempfehlung zustimmt den bitte ich um das Handzeichen wer ist dagegen wer enthält sich damit mehrheitlich zugestimmt ich rufe auf Artikel 11 Übergangsvorschriften wer Artikel 11 zustimmt den bitte ich um das Handzeichen wer ist dagegen wer enthält sich damit ist Artikel 11 angenommen ich rufe auf Artikel 12 Neubekanntmachung wer Artikel 12 zustimmt den bitte ich um das Handzeichen wer ist dagegen wer enthält sich damit ist Artikel 12 so beschlossen ich rufe auf Artikel 13 Eignungsprüfungen an den pädagogischen Hochschulen wer Artikel 13 zustimmt den bitte ich um das Handzeichen wer ist dagegen wer enthält sich mehrheitlich zugestimmt ich rufe auf Artikel 14 in Krafttreten Schlussvorschriften wer Artikel 14 zustimmt den bitte ich um das Handzeichen wer ist dagegen wer enthält sich mehrheitlich ist damit Artikel 14 zugestimmt die Einleitung lautet der Landtag hat am 21. Dezember 2011 das folgende Gesetz beschlossen die Überschrift lautet Gesetz zur Abschaffung und Kompensation der Studiengebühren und zur Änderung anderer Gesetze Studiengebühren Abschaffungsgesetz Sie stimmen der Überschrift zu Wir kommen zur Schlussabstimmung Wer dem Gesetz im Ganzen zustimmt den bitte ich sich zu erheben Wer ist dagegen Wer enthält sich damit ist das Erste die Mehrheit des Gesetzes ist mehrheitlich zugestimmt Wir haben jetzt noch Wir haben jetzt noch über den Entschließungsanträgen der Fraktion der CDU und der Fraktion FDP DVP Drucksache 15 Schrägstrich 10 63 1 und 15 10 63 2 sowie die Entschließungsanträge der Fraktion der CDU Drucksache 15 Schrägstrich 10 63 3 und 10 63 4 abzustimmen Ich lasse zuerst über den Entschließungsantrag der Fraktion der CDU und der FDP DVP Drucksache 15 Schrägstrich 10 63 1 abstimmen Wer diesem Antrag zustimmt den bitte ich ums Handzeichen Wer ist dagegen Wer enthält sich damit ist dieser Entschließungsantrag mehrheitlich abgelehnt Wer dem Entschließungsantrag der Fraktion der CDU und FDP DVP Drucksache 15 Schrägstrich 10 63 2 zustimmt den bitte ich ums Handzeichen Wer ist dagegen Wer enthält sich damit ist dieser Entschließungsantrag mehrheitlich abgelehnt worden und wer dem Entschließungsantrag der Fraktion der CDU Drucksache 15 Schrägstrich 10 63 3 zustimmt den bitte ich ums Handzeichen Wer ist dagegen Wer enthält sich damit ist dieser Entschließungsantrag mehrheitlich abgelehnt und wer dem Entschließungsantrag der CDU Drucksache 15 Schrägstrich 10 63 4 zustimmt den bitte ich ums Handzeichen Wer ist dagegen Wer enthält sich damit ist auch dieser Entschließungsantrag mehrheitlich abgelehnt damit ist der Tagesordnungspunkt 3 erledigt ich rufe den Tagesordnungspunkt 4 auf Zweite Beratung des Gesetzentwurfs der Landesregierung Gesetz zur Änderung des Schulgesetzes für Baden-Württemberg und andere Gesetze Drucksache 15 Schrägstrich 941 Beschlussempfehlung Bericht des Ausschusses der Schule Jugend und Sport Drucksache 15 10 17 Bericht erstattet der Abgeordnete Volker Schöpesta Liebe Kolleginnen und Kollegen das Präsidium hat für die allgemeine Aussprache eine Redezeit von 5 Minuten je Fraktion festgelegt wobei gestaffelte Redezeiten gelten in der allgemeinen Aussprache erteile ich für die CDU-Fraktion der Frau Abgeordneten Kurz das Wort sehr geehrter Herr Präsident meine sehr geehrten Damen und Herren liebe Kolleginnen und Kollegen die Änderung des Schulgesetzes die wir heute zum zweiten Mal beraten hat weitreichende Folgen für die Schullandschaft in Baden-Württemberg und für alle Menschen die davon betroffen sind solche Änderungen müssen gut durchdacht sein sie müssen sauber vorbereitet werden und sie müssen so meinen wir mit den Betroffenen gründlich vorbereitet worden sein nichts von all dem scheint mir hier der Fall zu sein die Regierung hat es im Gegenteil ausgesprochen eilig die Gesetzesänderung soll ja schon zum nächsten Schuljahr wirksam werden die Regierung möchte sich hier nämlich einen alten Wunsch von Grün und Rot erfüllen und Hauptschüler zehn Jahre lang beschulen der Hauptschulabschluss soll zwar weiterhin nach Klasse 9 möglich sein aber man kann sich auch Zeit lassen und ihn erst nach Klasse 10 machen in der Praxis bedeutet das dass in Klasse 10 einer Werk-Realschule ein bunter Mix von Schülerinnen und Schülern zusammentrifft nämlich solche die den Hauptschulabschluss in Klasse 9 nicht geschafft haben und einen zweiten Anlauf in Klasse 10 versuchen solche die von Anfang an den mittleren Bildungsabschluss ins Auge fassen können und auch ehemalige Förderschüler die den Hauptschulabschluss jetzt ins Visier nehmen und voraussichtlich auch Schülerinnen und Schüler mit Behinderungen denn wir wollen ja die Inklusion umsetzen ursprünglich war im Gesetzentwurf vorgesehen dass diese Schülerschaft in Gruppen und differenziert je nach ihren Befähigungen unterrichtet werden sollte und dafür waren 486 Deputate vorgesehen Frau Ministerin ich war dann wirklich bass erstaunt als Sie im Ausschuss berichteten Sie hätten sich so im Laufe der Anhörungsphase hätten Sie sich anders überlegt und die Verbände gehen in ihren Stellungnahmen ja noch davon aus dass in Klasse 10 dieser Werkrealschule differenzierter Gruppenunterricht erteilt werden soll aber Pustekuchen plötzlich können oder wollen Sie nur noch die Hälfte also nur noch 250 Deputate zur Verfügung stellen keiner weiß wie das gekommen ist ich nehme an der Finanzminister hat Ihnen einfach die Hälfte gestrichen aber uns ist völlig unklar wie Sie diese breite Palette von unterschiedlichen jungen Menschen mit unterschiedlichen Schulabschlusszielen mit der Hälfte der Lehrerschaft unterrichten wollen wie soll das gehen fragt man sich aber Ihr Zaubermittel heißt integrierter Unterricht da fragt man sich schon integrierter Unterricht als Sparmodell das kann es ja wohl nicht sein das ist unglaublich das können Sie draußen im Land niemandem vermitteln meine Damen und Herren ich finde das ist rücksichtslos das ist rücksichtslos gegenüber den Schülerinnen und Schülern und das ist rücksichtslos vor allem auch gegenüber den Lehrerinnen und Lehrern Sie haben zwar selber gesagt da ist Fortbildungsbedarf möglich aber mal ehrlich in der Kürze der Zeit ist das überhaupt nicht zu leisten und ich finde man darf von Lehrern die dafür nicht ausgebildet sind die das im Laufe ihres Berufslebens überhaupt nicht trainiert haben man darf von denen nicht plötzlich erwarten dass sie Hauptschüler potenzielle Realschüler Förderschüler und noch ganz andere Kinder einfach mal geschwind gemeinsam unterrichten und das und das bei einem Klassenteiler von 31 denn den Klassenteiler wollen Sie ja auch nicht absenken und zusätzlich wollen Sie die Wahlpflichtfächer beibehalten zwar in abgespeckter Form aber trotzdem das alles soll jetzt eine Lehrerschaft von einem Jahr auf das andere irgendwie schaffen meine Damen und Herren die CDU-Fraktion hält es für unverantwortlich das muss man wirklich sagen und wir stehen wir stehen damit ja wirklich nicht alleine da als Kronzeugen muss ich die GEW aufrufen mit denen sind wir sonst nicht immer ganz einig aber deren Mahnung man müsse den Weiterbildungsbedarf der Lehrerschaft ernst nehmen man dürfe die Neuerungen nicht übereilt einführen nehmen wir sehr ernst und ich kann es mir auch nicht verkneifen die GEW weiter zu zitieren in ihrer Stellungnahme zur Schulgesetzänderung bemängelt die GEW die Art und Weise wie der Gesetzentwurf zustande kam ich zitiere er entstand hinter dem Rücken und unter Ausschluss der Betroffenen von der versprochenen neuen Kommunikationskultur der neuen Landesregierung sei nicht ein Hauch zu verspüren gewesen Politik des Gehörtwerdens Fehlanzeige auf der ganzen Linie zumindest im Kultusministerium und wenn ich mir weiterhin die Stellungnahmen anschaue zum Gesetzentwurf vom Gemeindetag Städtetag Landkreistag dann wiederholen sich dort überall die gleichen Vorwürfe der Gesetzentwurf sei nicht durchdacht es fehle ein klares durchgängiges Konzept wie sich die Regierung die Schullandschaft in Zukunft vorstelle es wird ein Gesamtkonzept gefordert stattdessen komme jetzt alles scheibchenweise eins jedenfalls wird ganz klar von der Werk-Realschule wie die CDU sie eingeführt hat bleibt nur noch der Name übrig das hat überhaupt nichts mehr mit dem zu tun was die frühere Landesregierung auf den Weg gebracht hat das fängt damit an dass sie die Kooperation mit der zweijährigen Berufsfachschule abschaffen sie nehmen damit den Schülerinnen und Schülern die Gelegenheit ihren Horizont zu erweitern Berufsschulluft zu schnuppern und einen praxisorientierten Unterricht zu erleben wie er nur so in dieser Kombination möglich gewesen wäre und es geht damit weiter dass sie sagen Haupt- und Werkrealschulen dürfen keine Wahlschulen mehr sein sie zwingen die Schüler wieder die Schule vor ihrer eigenen Haustür zu besuchen egal ob sie ihnen gefällt oder nicht es gibt keine Wahlfreiheit mehr sie nehmen dieser Schülergruppe ein Stück Selbstbestimmung sie nehmen diesen Jugendlichen einen Teil von Freiheit und hemmen den Wettbewerb unter den den Schulen untereinander für uns ist einfach ganz klar die Werkrealschule gehört zu ihren Stiefkindern für sie zählt nur ihr Lieblingskind nämlich die Gemeinschaftsschule und in der Werkrealschule sehen sie nur eine Übergangsphase dieser vorschnell eingeführte integrierte Unterricht in Klasse 10 ist für uns absolut der Beweis dafür sie wollen es noch nicht ehrlich sagen aber in Wirklichkeit wollen sie die Gemeinschaftsschule flächendeckend und verpflichtend für alle einrichten sie reden noch viel von Freiheit aber mit ihrer scheibchenweisen Politik bereiten sie den Boden für die Gemeinschaftsschule in die sie dann alle aber wirklich alle zwingen wollen und zwar nicht nur die Schülerinnen und Schüler auch die Lehrer werden gezwungen und auch die Schulträger werden im Endeffekt gezwungen diese Schulart einzuführen das ist alles nur Lippenbekenntnis was hier kommt sie streuen den Menschen Sand in die Augen das genauso wie diese Politik das gehört werden sein Lippenbekenntnis ist ist auch die Behauptung die Schulträger könnten noch irgendetwas frei entscheiden ist ein reines Lippenbekenntnis sie wollen diese Gemeinschaftsschule auf Teufel komm raus dieser Gesetzentwurf zeigt es einmal mehr die CDU Fraktion die CDU Fraktion lehnt also diesen Gesetzentwurf absolut ab wir haben im Ausschuss nur den Passagen zugestimmt wo es nicht um die Werkrealschule geht sondern wo es um die Privatschulen und um die Schulen in freier Trägerschaft geht und wir machen uns wirklich Sorgen um die Schullandschaft in diesem Land vielen Dank für die Fraktion der Grünen teile ich das Wort der Frau Abgeordneten Boser schon Strom abgeschaltet Herr Präsident sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen meine Damen und Herren mit der vorliegenden Gesetzesänderung für die Werkrealschulen gehen wir die notwendigen Verbesserungen an den Haupt- und Werkrealschulen an damit geben wir vor allem kleinen Hauptschulen im ländlichen Raum eine neue Perspektive sich gemäß den kommenden Veränderungen in der Schullandschaft weiterzuentwickeln die Möglichkeit für einzügige Hauptschulen sich eigenständig oder durch Kooperation den Werkrealschulabschluss künftig anzubieten schafft gleiche Verhältnisse und hebt die künstliche Konkurrenz zwischen Haupt- und Werkrealschulen auf dabei wird der bisherige Bildungsplan beibehalten die Wahlpflichtfächer bleiben bestehen die berufliche Orientierung kann über die Kooperation mit den beruflichen Schulen abgedeckt werden oder über Kooperation mit den Betrieben erfolgen die berufliche Orientierung wird weiterhin ein wesentlicher Bestandteil an den Haupt- und Werkrealschulen bleiben wir geben den Schulen mit der neuen Gesetzesgrundlage die Möglichkeit berufliche Orientierung gemäß den örtlichen Voraussetzungen anzubieten damit geben wir den Schülerinnen wichtige Zeitressourcen vor allem für die Kernkompetenzen in Deutsch und Mathematik zurück die in der alten Konzeption der Werkrealschule des Zehntschuljahres gravierende Einschnitte hätten nehmen müssen denn es ist unbestritten dass mit Einführung der verpflichtenden Kooperation mit den beruflichen Schulen Kürzungen im Bereich der Fächer Deutsch und Mathematik gefolgt werden und das obwohl gerade bei Deutsch und Mathematik oftmals erhebliche Schwächen bei den Schulabgängern kritisiert werden und 20 Prozent der Abgänger der sogenannten Risikogruppe angehören die so grundlegende Probleme in diesen Fächer haben dass sie auf dem Ausbildungsmarkt so gut wie keine Chance haben damit diese besorgniserregende Entwicklung nicht weiter verstärkt wird ist es die richtige Entscheidung die verpflichtende Kooperation mit den beruflichen Schulen nicht einzuführen und die berufliche Orientierung auf anderem Wege anzubieten wir geben mit dieser Gesetzesnovelle zudem allen Schülerinnen und Schülern die Möglichkeit den Weg des von ihnen gewählten Bildungsgangs zum mittleren Bildungsabschluss ohne künstliche Hürden zu gehen und Frau Kollegin Kurz diese Schülerinnen sind während Schuljahren fünf bis neun ebenfalls zusammen an der Schule das heißt die Lehrer haben schon davor sehr heterogene Klassen sie haben davor Schüler die von der Förderschule auf die Hauptschulen wechseln sie haben davor Schüler die den Hauptschulabschluss nach der 9. Klasse annehmen werden und sie haben Schüler die nach der 10. Klasse den Werkrealschulabschluss anbieten diese Schülergruppe haben sie schon heute an den Werkrealschulen das bedeutet keine neue keine neue keine neue Sie haben bisher schon die gleiche Schülergruppe an den Werkrealschulen und sie haben in der 10. Klasse keine neue Situation für die Lehrer Mit dem Wegfall der Notenhürde in Klasse 9 schaffen wir die Durchlässigkeit wie sie an anderen Schulen üblich ist Wer den Schritt in die 10. Klasse gehen möchte dem soll dies auch zu den üblichen Bedingungen wie an anderen Schularten möglich sein Gerade die Schülerinnen der Haupt- und Realschule profitieren von erhöhter Durchlässigkeit zur Verbesserung des Hauptschulabschlusses oder zum Erreichen des mittleren Bildungsabschlusses Meine Damen und Herren die Veränderung am Werkrealschulgesetz ist nur ein Baustein unserer Bildungsreform deren Ziel ist die Schule vom Kind und vom Jugendlichen her zu denken und beste Voraussetzungen für gute Entwicklung und Leistung zu ermöglichen Wir sehen noch weiteren Handlungsbedarf um ein chancengerechteres Schulsystem in Baden-Württemberg zu schaffen Dabei ist es uns ein wichtiges Anliegen an allen Schulen die Möglichkeiten für individuelle Förderung zu verbessern Dazu werden wir im kommenden Haushalt zielgenau die entsprechenden Ressourcen zur Verfügung stellen um mehr individuelle Förderung über alle Schularten hinweg möglich zu machen Herzlichen Dank Für die SPD-Fraktion erteile ich das Wort dem Herrn Abgeordneten Kleinböck Für Große geht so Ja Herr Präsident liebe Kolleginnen liebe Kollegen meine Damen und Herren Wir reden ja jetzt unter diesem Tagesordnungspunkt über die Werkrealschule den Rundumschlag zur neuen Bildungspolitik den haben wir ja heute Morgen schon hinter uns gebracht Es ist in der Tat so dass wir mit dieser Gesetzesvorlage einen weiteren Baustein auf den Weg bringen um Baden-Württemberg mit neuen Schulstrukturen auch zukunftsfähig zu machen Also zunächst wir werden mit dieser Gesetzesänderung die Schule im Dorf lassen auch wenn wir nicht so blauäugig sind zu glauben dass wir letztlich alle Schulen retten können aber es werden wohl doch mehr Standorte erhalten werden können wenn wir auch diese Einzügigkeit zulassen Ich bin überzeugt dass sich auch in den nächsten Jahren viele Werkrealschule auf den Weg machen werden um sich zu Gemeinschaftsschulen zu entwickeln da haben Sie vollkommen recht mit der Vorlage dieses Gesetzes ist ja diese Weiterentwicklung ausdrücklich möglich aber liebe Kolleginnen liebe Kollegen über die Gemeinschaftsschulen werden wir ja im neuen Jahr noch mal zu reden haben die hier die Aufhebung der zwingenden Zweizügigkeit und der verpflichtenden Zusammenarbeit mit den Berufsfachschulen sind als wesentliche Punkte ja schon in der Gesetzesänderung hier angesprochen worden und natürlich auch im Ausschuss die Details haben wir ja dort auch geklärt deshalb nur noch ganz wenige Anmerkungen mit den zwei Geschwindigkeiten Hauptschulabschluss nach neun oder zehn sollen auch die schwächeren oder Spätentwickler eine Chance bekommen und die Zahl der Schülerinnen und Schüler die ohne Abschluss die Schule verlassen soll damit weiter gesenkt werden liebe Kollegin Kunst was kurz Entschuldigung was Sie hier angesprochen hatten Binnendifferenzierung das können wir uns gar nicht vorstellen wie das funktionieren soll ich darf Sie an meine Einlassung erinnern im Ausschuss als berufliche Schulen kennen wir das Thema Binnendifferenzierung wir haben in der gleichen Klasse Hauptschüler wir haben Realschüler Werkrealschüler Abiturienten in einer Gruppe die nach zwei zweieinhalb oder drei Jahren ihren Abschluss machen also da bin ich ganz zuversichtlich die Lehrerinnen und Lehrer die können das also von daher habe ich gar keine Bedenken Im Übrigen ist es ja so dass der Bildungsplan weiter bis zur Klasse 10 gilt und was die Schulbezirke betrifft auch da ist ja klar dass wir ab 2016 keine mehr haben werden natürlich wissen wir dass wir mit dem Angebot einer strukturellen Veränderungen 10. Jahr Werkrealschule und oder Gemeinschaftsschule nicht plötzlich neue Schülerinnen und Schüler bekommen werden und dass es für manche in der Tat angeraten ist nach Klasse 9 einen Schulwechsel zu machen deshalb werden auch die beruflichen Schulen wohl nur vorübergehend einen Einbruch bei den Berufsfachschulen erleben dass unter solchen Ungewissheiten ein Stellenbedarf nur prognostiziert werden kann das versteht sich meiner Meinung nach von selbst heute gehen wir ja von den 250 Stellen im Bedarf für das 10. Werkrealschuljahr aus eine Nachsteuerung kann da durchaus notwendig werden liebe Kolleginnen liebe Kollegen die Rolle der Berufsfachschule im Übergangssystem also Stichwort Werkrealschule als Rettungsanker das will ich heute gar nicht thematisieren nur noch so viel bei der Abschaffung und Auslagerung an die Berufsfachschule geht es ja nicht nur um die in der Vorlage auch aufgeführten Beförderungskosten die sich sicher in erheblichem Umfang ja ansammeln würden wie sollte das denn funktionieren man stelle sich vor vor der Schule stehen an diesen zwei Tagen die Kleinbussen oder vielleicht sogar die Taxen um die Schülerinnen und Schüler in die verschiedenen Berufsschulen zu bringen ich glaube vielen hier ist gar nicht bekannt in welcher Struktur diese Berufsfachschulen nach dem Schulgesetz möglich sind wir haben ja im kaufmännischen Bereich zwar nur eine Berufsfachschule aber im gewerblich technischen Bereich die Richtung Bautechnik Metalltechnik Holztechnik Elektrotechnik Farbtechnik und Raumgestaltung Fahrzeugtechnik Labortechnik also im Bereich der Ernährung Gesundheit ebenfalls nochmal eine Differenzierung von drei Unterarten diese Berufsfachschulen die gibt es heute an den beruflichen Schulen und liebe Kolleginnen liebe Kollegen je nach Region wären dann mindestens zwei wahrscheinlich drei oder vier vielleicht sogar mehr Berufsschulen anzufahren gewesen oder wollten sie vielleicht mit dem alten Gesetz alle Werkreal Schülerinnen in eine Berufsschule schicken ich glaube das kann so nicht ernsthaft gemeint gewesen sein liebe Kolleginnen liebe Kollegen ich teile auch die Meinung eines Schulleiter und Lehrerkollegen der mir geschrieben hat die Auslagerung des Unterrichts im 10. Schuljahr an zwei Tagen an die Berufsfachschule hätte zu einem pädagogischen Chaos und sicherlich auch zu einer Überforderung der Schülerinnen und Schüler geführt und vielleicht erinnern sie sich auch noch an unsere Debatte am 13. Oktober hier im Hause als Kollege Keppeler die Reaktion von Schulleitern und Schulbehörden beschrieben hat Fassungslosigkeit und allseitiges Kopfschütteln über diese organisatorische Fehlkonstruktion ich glaube der gewählte Begriff damals war noch etwas drastischer Liebe Kolleginnen liebe Kollegen wir kennen als berufliche Schulen das Mismatch das auf dem Ausbildungsmarkt besteht einerseits fehlt bei vielen Jugendlichen die Ausbildungsreife das wissen wir und andererseits gibt es zunehmend mehr Anforderungen an Auszubildende und so kommt es eben auch dazu dass offene Ausbildungsplätze einer nicht versorgten Anzahl von jungen Menschen ohne Ausbildungsstelle gegenüberstehen und die Erwartungen der Auszubildenden an die Berufsausbildung korrespondieren eben auch nicht hinreichend mit den Angebotsstrukturen denken sie nur an die Zahl der Ausbildungsabbrecher liebe Kolleginnen liebe Kollegen diese Dysfunktionalität zwischen Bildungssystem und Beschäftigungssystem sofort wird mit den bisherigen Ansätzen der Berufsorientierung sicher nicht gelöst wir brauchen hier neue Konzepte und ich denke wir brauchen auch endlich einen Rettungsschirm für die Bildung ich wähle den Begriff ganz bewusst weil Bildung ganz viel mit den Finanzen zu tun hat und mittlerweile wohl auch hinreichend bekannt ist dass es nur eines gibt was teurer ist als Bildung nämlich keine Bildung und Mark Twain hat es ja mal treffend formuliert Bildung ist das was übrig bleibt wenn der letzte Dollar weg ist ich denke das gilt auch für den Euro-Raum vielen Dank für die FDP DVB Fraktion erteilt das Wort am Herrn Abgeordneten Dr. Kern Herr Präsident liebe Kolleginnen und Kollegen die grün-rote Landesregierung ist ja angetreten mit dem Ziel mehr Bildungschancen zu schaffen also müsste der Gesetzesentwurf zur Werkrealschule auch ein Mehr an Chancen bewirken doch je öfter ich den Gesetzesentwurf durchgesehen und mit den Fachleuten diskutiert habe desto drängender hat sich mir die Frage gestellt wie kann ein Gesetzesentwurf nur so viele Bildungschancen zunichte machen wieso fragt man sich wird der Markenkern der Werkrealschule ihr berufspraktisches Profil so stark beschnitten wenn es doch jungen Menschen die Chance gibt wertvolle Einblicke in die berufliche Praxis und erste berufsbezogene Kenntnisse zu erhalten vorgesehen war eine Kooperation mit den Berufsfachschulen in der Klasse 10 die die Schüler an zwei Tagen in der Woche hätten besuchen sollen hiermit hätten sich doch große Chancen für junge Menschen ergeben sich beruflich zu orientieren und vielleicht schon einen beruflichen Weg einzuschlagen diese Chancen sollten ihnen ebenso viel wert sein wie der CDU FDP Vorgängerregierung stattdessen werden lapidar organisatorische Gründe für die ansonsten unverständliche Aufgabe der Kooperation angegeben der Hauptpersonalrat der Lehrkräfte an beruflichen Schulen bemerkt hierzu Zitat eine qualitativ hochwertige und allseits anerkannte Vorbereitung auf das spätere Berufsleben garantieren die beruflichen Schulen in Baden-Württemberg deren Lehrkräfte können die Schülerinnen und Schüler durch ihre eigene berufliche Vita aber auch durch die gut ausgestatteten Theorieräume in Kombination mit Werkstätten Laboren Küchen Übungsfirmen und Computerräumen eine optimale Lehr- und Lernsituation bieten Der Hauptpersonalrat bedauert deshalb dass diese Chance einer frühzeitigen beruflichen Integration den Jugendlichen in der Werkrealschule zukünftig verwehrt bleibt Zitat Ende Hier wird noch einmal deutlich die Lehrerinnen und Lehrer an beruflichen Schulen bieten ihre Arbeitskraft Unkompetenz an um jungen Menschen diese Chance zu eröffnen doch die grün-rote Landesregierung weist dieses Angebot ohne Not zurück Wir Liberalen hätten uns sogar vorstellen können diese Kooperation für alle vor Ort befindlichen beruflichen Schulen zu öffnen Dies würde die Angebotspalette der beruflichen Orientierungsmöglichkeiten für die Werkrealschule erheblich erweitern Dieser Vorschlag stammt übrigens aus Kreisen des Handwerks Vielleicht sollte die Landesregierung bisweilen auch denjenigen ein Ohr leihen die nachher die Arbeitgeber der jungen Menschen sein sollen Auch der Landkreistag sieht das grün-rote Handeln ähnlich kritisch Grundsätzlich ist gegen die Möglichkeit nichts einzuwenden den Hauptschulabschluss auch nach zehn Jahren zu machen Es gibt sie ja auch jetzt schon Problematisch ist nur dass Sie diese Möglichkeit nun als regulären Weg zum Hauptschulabschluss vorsehen Das setzt meines Erachtens falsche Anreize für diejenigen die in der Lage wären auch schon in der neunten Klasse den Hauptschulabschluss zu machen Ich meine die Landesregierung sollte sich dafür einsetzen dass junge Menschen frühzeitig eine Berufsperspektive für sich entwickeln und möglichst ohne Warteschleifen in Ausbildung und Beruf übergehen Der vorliegende Gesetzesentwurf sieht 486 Deputate für den Hauptschulabschluss am Ende von Klasse 10 vor Die Unterrichtsversorgung und die Kapazitäten an den beruflichen Schulen zu verbessern wären hier nach unserer Auffassung wichtiger gewesen Denn die Chancen für junge Menschen stehen und fallen nicht zuletzt auch mit den ausreichenden Kapazitäten an den beruflichen Schulen Anders als Sie es sich vielleicht erhofft haben gehen auch die Kommunen ihren scheinbaren Vergünstigungen nicht auf den Leim Denn das nun einzügige Hauptschulen werden können ist nur scheinbar eine Vergünstigung Sie haben nämlich etwas entscheidendes missverstanden Die vorgegebenen Mindestgröße mit zwei Zügen ist doch nicht aus der Luft gegriffen sondern steht im engen Zusammenhang mit der qualitativ hochwertigen Angebot der Werkrealschule vor allem im Bereich der drei Wahlpflichtfächer Damit die Werkrealschule auch für kleinere Schulstandorte einer Weiterentwicklungsperspektive darstellt können sich Standorte zusammenschließen und gemeinsam eine Werkrealschule bilden Hierzu bemerkt der Gemeindetag Zitat Auf der Grundlage der bisherigen Vorschriften ist es in vielen Städten und Gemeinden gelungen tragfähige Schulstandorte zu schaffen Dies sollten unseres Erachtens vom Land nicht ohne zwingende Notwendigkeiten zur Disposition gestellt werden Zitat Ende Als erster Schritt weg vom dreigliedigen Schulsystem hat der Ministerpräsident die Gemeinschaftsschule bezeichnet Auf diesem Weg ist Ihnen die Werkrealschule im Weg zumal wenn sie gut funktioniert Sie berauben Sie deshalb Ihres Markenkerns und versuchen Ihren Qualitätsanforderungen zu Leibe zu rücken Deshalb ist der Gesetzentwurf eine bittere Angelegenheit vor allem für die Schülerinnen und Schüler die auf die entsprechenden Berufsperspektiven angewiesen sind Bitter ist aber auch dass die kommunalen Landesverbände ihren Gesetzentwurf allesamt ablehnen Immerhin sind die Kommunen ja diejenigen die als Schulträger mit den Vorgaben des Landes das Schulangebot vor Ort organisieren müssen Dass Sie nicht nur das Vertrauen dieser zentralen Verantwortungsträger in Ihre Bildungspolitik in so kurzer Zeit verspielen konnten ist schon bemerkenswert Nehmen Sie sich die Meinungen der Fachleute und der Verantwortungsträger zu Herzen und korrigieren Sie Ihren Kurs der nicht mehr sondern weniger Bildungschancen mit sich bringen wird Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit Für die Landesregierung erteile ich das Wort der Frau Ministerin für Kultus und Sport Herr Warminzki-Leithäuser Herr Präsident meine sehr verehrten Damen und Herren mit dem vorliegenden Gesetzentwurf erhalten die Werkrealschulen Rechtssicherheit was ihre Entwicklung angeht und wir verhindern drohende Fehlentwicklungen aus unserer Sicht beziehungsweise nehmen Fehlentwicklungen zurück und natürlich natürlich sieht die Regelung vor dass sich Werkrealschulen auch weiterentwickeln können zu Gemeinschaftsschulen das ist doch überhaupt gar keine Frage aber eben nicht verpflichtend eben nicht verpflichtend sondern wir ermöglichen mit dem Konzept der Gemeinschaftsschule eine Weiterentwicklung und das ist genau das Gegenteil das ist genau das Gegenteil von dem was Sie gerade gesagt haben Frau Kurz es ist zweifellos so dass wir alle gemeinsam in der Verantwortung stehen Sorge zu tragen für ein funktionierendes Schulsystem in Baden-Württemberg soweit d'accord wir müssen wir müssen uns genau die Herausforderungen anschauen die wir zu bewältigen haben und dazu gehört unter anderem der demografische Wandel und das Erfordernis dass wir Schülerinnen und Schüler noch besser individuell fördern aber bei allem Respekt da ist doch die Werkrealschule in der bisherigen Konzeption nicht die richtige Antwort gewesen das wollen Sie doch wohl nicht allen ernstes das wollen Sie doch wohl nicht allen ernstes vortragen die Werkrealschule war der Versuch obwohl man es besser weiß das dreigliedrige Schulsystem noch ein paar Jahre über über die Zeit zu retten was tun wir jetzt es ist gerade schon verschiedentlich angesprochen wir wollen den Werkrealschulen die Möglichkeit geben wirklich gut zu arbeiten deshalb befreien wir die Werkrealschulen von der verpflichtenden Kooperation mit den Berufsfachschulen das macht ganz viel Sinn denn berufliche Orientierung die misst sich doch nicht nur daran ob die Werkrealschulen zusammenarbeiten mit den Berufsfachschulen berufliche Orientierung die auch wirklich nachhaltig wirkt die muss im Lehrplan ab der Klasse 5 verbindlich verankert sein denn es geht doch um viel mehr als sich nur in der Praxis einen Betrieb anzuschauen es geht darum dass gleich zu Beginn der weiterführenden Schullaufbahn die jungen Menschen in ihren Kompetenzen gefördert werden und ein individuelles Gefühl dafür entsteht was kann ich und was kann ich nicht und woran habe ich ein besonders großes Interesse das ist berufliche Orientierung und genau deshalb werden wir die Lehrpläne ja auch überarbeiten der gemeinsame Unterricht in Klasse 10 meine sehr verehrten Damen und Herren Frau Abgeordnete Bose hat es ja gerade schon angesprochen die Zusammensetzung der Schülerschaft verändert sich doch nicht in der Klasse 10 ja natürlich ja natürlich ist es eine ja ich sage gleich was dazu ja natürlich ist es eine Herausforderung mit dieser Heterogenität klar zu kommen das gilt übrigens für alle Schulen denn alle Klassen werden immer heterogener deshalb brauchen wir mehr Kapazitäten für individuelle Förderung und zu der Veränderung der Konzeption wir haben uns entschlossen unter beibehaltung der Klassenführung eine eine individuelle Förderung im Klassenverband zu ermöglichen dafür braucht man weniger weniger Deputate und das hat einfach etwas damit zu tun dass wir uns sehr genau überlegen an welcher Stelle setzen wir Kapazitäten an um gemessen an dem Bildungserfolg dem angestrebten Bildungserfolg Maximales zu erreichen und wir sind der Auffassung dass man auch bei gemeinsamer Klassenführung eine entsprechende Förderung abbilden kann natürlich braucht man dafür eine ausreichende Fortbildung ich glaube auch da sind wir uns einig und wir haben ja für die nächsten beiden Jahre 207.000 Euro dafür eingestellt denn noch viel wichtiger als immer noch weitere Kapazitäten Lehrer Kapazitäten ins Schulsystem hineinzugeben ist es den Lehrerinnen und Lehrern das Handwerkzeug an die Hand zu geben dass sie ihre Arbeit auch leisten können und deshalb ist Lehrerfortbildung so wichtig was das Thema Wahlfreiheit für die Schulbezirke angeht wiederhole ich nochmal das was ich auch im Schulausschuss bereits zugesagt habe ja selbstverständlich werden wir dafür sorgen dass wenn gewechselt werden soll von der Haupt wenn man wechseln möchte von der Hauptschule zur Werkrealschule dass das möglich ist wir rechnen damit und deshalb die gesetzliche Veränderung dass es faktisch in Kürze keine Hauptschulen mehr geben wird die sich nicht Werkrealschule nennen weil wir die Möglichkeit eröffnen entweder selber eine zehnte Klasse einzurichten oder eine Kooperation mit einer Werkrealschule die eben eine zehnte Klasse führt einzurichten deshalb wird das in der Praxis nur ein Problem am Rande sein und wir werden im Vollzug dafür sorgen dass selbstverständlich ein Wechsel möglich ist denn wir wollen ja die jungen Menschen in ihrer Entwicklung nicht behindern insgesamt darf ich nochmal zusammenfassen worum es uns geht wir wollen indem wir drohende Fehlentwicklungen zurücknehmen beziehungsweise unterbinden den Werkrealschulen die Möglichkeit geben sich weiter zu entwickeln und zwar gemessen an ihrem individuellen Potenzial und wir werden uns gerade oder wir sind gerade eben nicht eine Bildungspolitik oder eine Landesregierung die von oben herab ein Konzept über das ganze Land legt und das dann zwangsweise umsetzt sondern wir geben den Schulen den Schülerinnen und Schülern und den Kommunen vor Ort gemeinsam Bildungslandschaft zu entwickeln bis hierhin vielen Dank für ihre Aufmerksamkeit Vielen Dank Frau Ministerin Es liegen keine weiteren Wortmeldungen vor wir kommen jetzt zur zweiten Beratung zur Abstimmung über den Gesetzentwurf Drucksache 15 schrägstrich 941 Abstimmungsgrundlage ist die Beschlussempfehlung des Ausschusses auf Drucksache 15 schrägstrich 1017 die die im Einleitungssatz die Einfügung einer Fundstelle in Artikel 1 Ich rufe auf Artikel 1 Gesetz zur Änderung des Schulgesetzes und dazu die Beschlussempfehlung des Ausschusses für Kultus Jugend und Sport auf der Drucksache 15 schrägstrich 1017 Wer Artikel 1 in der Fassung der Beschlussempfehlung zustimmt den bitte ich ums Handzeichen Wer ist dagegen enthält sich damit mehrheitlich zugestimmt Ich rufe auf Artikel 2 Änderung des Privatschulgesetzes Wer Artikel 2 zustimmt den bitte ich ums Handzeichen Wer ist dagegen Wer enthält sich damit einstimmig dieser Artikel 2 angenommen Ich rufe auf Artikel 3 in Kraft Reden Wer Artikel 3 zustimmt den bitte ich ums Handzeichen Wer ist dagegen Wer enthält sich damit mehrheitlich ist Artikel 3 zugestimmt Die Einleitung lautet Der Landtag hat am 21. Dezember 2011 das folgende Gesetz beschlossen Die Überschrift lautet Gesetz zur Änderung des Schulgesetzes für Baden-Württemberg und andere Gesetze Sie stimmen der Überschrift zu Wir kommen zur Schlussabstimmung Wer dem Gesetz im Ganzen zustimmt den bitte ich sich zu erheben Wer ist dagegen Wer enthält sich damit Ich stehe gesetzt mehrheitlich zugestimmt und Tagesordnungspunkt 4 erledigt Ich rufe auf Ich rufe auf die Punkte 5 bis 12 der Tagesordnung Gemäß § 96 Absatz 5 der Geschäftsordnung stelle ich die Zustimmung entsprechend dem Abstimmungsverhalten in den Ausschüssen fest Das ist so damit ist so beschlossen Ich lade ein Ich lade ein den Ausschuss für Kultus, Jugend und Sport die gemeinsame Sitzung des Bildungsausschusses des Sozialausschusses auf 17 Uhr auf 17 Uhr in den Johann Jakob Mosersaal und ich berufe den konstituierte Sitzung des Untersuchungsausschusses auf 17 Uhr 30 in Grundrat Hausmannssaal Damit ist die Tagesordnung heute beendet Ich wünsche Ihnen ein schönes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins neue Jahr Was? Ich sage eine halbe Stunde danach Also 17 Uhr 15 der Untersuchungsausschuss 17 Uhr 15 Das ist eine halbe Stunde Ja, aber nicht mal Also entweder eine halbe Stunde oder fast Ja, nein, nein Also entweder Das findet statt Nein 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 Vielen Dank. 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 Vielen Dank.